Die 24. Sitzung des Wiener Landtages ist eröffnet. Zu Beginn der Sitzung habe ich die traurige Aufgabe, der am 12. März des heurigen Jahres im 90. Lebensjahr verstorbenen zweiten Landtagspräsidentin aus Sardins, Gertrude Stiel, zu gedenken. Aufgewachsen im 22. Bezirk, blieb sie Zeit ihres Lebens eine echte Donaustädterin, beruflich und ab 1995 auch politisch. Als Lehrerin und Volksschuldirektorin setzte sich schon früh im Rahmen diverser gewerkschaftlicher Gremien für die Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen ein. Als Politikerin widmete sich Gertrude Stiel mit großer Menschlichkeit, Engagement und Beharrlichkeit der Kultur, der Bildung und besonders den Anliegen der Frauen. Im November 1973 wurde sie in den Wiener Landtag und Gemeinderat berufen. Sie war unter anderem Mitglied in den Ausschüssen, städtische Unternehmungen, Umwelt und öffentliche Einrichtungen, Inneres, Bürgerservice, Bildung, Jugend, Familie sowie des Kulturausschusses, dessen Vorsitzende sie lange Zeit war. Als Präsidentin des Volksbildungswerkes setzte sie viele Akzente in der Basiskulturarbeit. Als stellvertretende Vorsitzende des Wiener Frauenkomitees war ihr die Verbesserung der Frauenrechte auf Bezirks- und auf Stadtebene ein besonderes Anliegen. Gertrude Stiel war von November 1984 dritte und von Dezember 1987 bis Dezember 1989 zweite Präsidentin des Wiener Landtages. Wir werden Gertrude Stiel stets ein ehrendes Andenken bewahren. Danke für die Umgebung. Entschuldigt haben sich Abgeordneter Mag. Reindl aus Krankheit. Wir wünschen ihm von dieser Stelle baldige Besserung. Abgeordneter Baron bis 11 Uhr dienstlich verhindert, Abgeordneter Diplom-Inschuldiger Dr. Gara von 10 bis 11 Uhr, Abgeordneter Irschig bis 11 Uhr, Abgeordneter Mag. Meindl-Reisinger von 14 bis 15 Uhr und Abgeordneter Mag. Schober ab 14 Uhr. Wir kommen daher zur Fragestunde. Die erste Anfrage wurde von Frau Abgeordneten Theiber gestellt und ist an den Herrn Amtsführern, Stadtrat der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung gerichtet. Bitte, Herr Stadtrat. Sehr geehrter Herr Präsident, hoher Landtag. Frau Landtagsabgeordnete Theiber, Sie haben sich zu Recht darüber erkundigt, wie die Zielgebiete, die Sanierungszielgebiete definiert werden. Und das ist in der Tat deshalb eine wichtige Frage, weil wir seit vier Jahrzehnten in Wien einen sehr erfolgreichen, speziellen Weg gehen in der sogenannten sanften Stadterneuerung. Das bedeutet, dass wir uns in Wien ganz besonders intensiv mit der historisch gewachsenen Bausubstanz kümmern und auch versuchen, Maßnahmen zu setzen, auch mit großem finanziellen Aufwand, dass wir diese historische Bausubstanz für nachfolgende Generationen erhalten können. Wir sind nicht nur mit Rat und Tat den privaten Hauseigentümern zur Seite gestanden, sondern auch mit großem finanziellen Mitteleinsatz. Und es war das Ziel, dass wir ganz besondere Gebiete in unserer Stadt lokalisieren und diese besonders auch attraktivieren und auch versuchen, durch die Definition von Zielgebieten beziehungsweise Blocksernährungsgebieten zu fokussieren, welche finanziellen Ressourcen wir in welchen Teilen der Stadt investieren können. Und dazu gehört, dass nicht nur die objektsbezogene Bedarfsprüfung am einzelnen Haus vorgenommen worden ist, sondern dass auch gebietsorientierte Prioritäten gesetzt worden sind, dass man sich genau angesehen hat, in welchen Teilen der Stadt es notwendig ist, hier aus der Sicht der öffentlichen Hand zu intervenieren. Und es sind nach diesen statistischen Auswertungen, die unter Federführung des Wofo Wien durchgeführt werden, in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren solche Zielgebiete definiert wurden. Und es ist dabei vor allem darum gegangen, die Mittel für die Blocksanierungsgebiete zum Einsatz zu bringen, aber auch beispielsweise Maßnahmen der Totalsanierung, der Sockelsanierung und auch der Dachgeschossausbauten und des Zubaus. Bis zum Jahr 2001 beruhten die Auswertungen vorwiegend auf den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählungen. Das war in den Jahren 1971, 81, 91 und 2001 der Fall. Die neuen Sanierungszielgebiete sind seit 2017 definiert und es sind vor allem kleinere Gebiete, die ausgewiesen worden sind. Das heißt, es ist jetzt noch leichter und besser möglich, auf einzelne Teile der Stadt einzugehen und dort unterstützend zu wirken. Neben dem hohen Mitteleinsatz der Stadt Wien haben wir vor allem auch ein Instrument geschaffen, mit den Gebietsbetreuungen, das sich vorgenommen hat, Hauseigentümer zu unterstützen, aber auch die Mieterinnen und Mieter. Und mit dazu beizutragen, dass durch die Blocksanierungsgebiete nicht nur einzelne Häuser in einen besseren Zustand versetzt werden, sondern dass es auch gelingt, die Wiener Wirtschaft dadurch zu unterstützen, dass die Nahversorgung verbessert wird, dass Verkehrslösungen attraktiviert werden, dass Grün- und Freiflächen in einem besseren Zusammenhang mit den Wohngebieten stehen. Das heißt, die Gebietsbetreuungen haben sich vorgenommen, neben den baulichen Erneuerungsaufgaben vor allem auch die Aufwertung des Wohnumfeldes durchzuführen und die Förderung des Zusammenlebens zu verstärken. Eine der Aufgaben der Gebietsbetreuung, die jetzt verstärkt dazugekommen ist, auch aufgrund des starken Drucks, den es am privaten Wohnungsmarkt gibt, ist die kostenlose Miet- und wohnrechtliche Beratung, die ich jetzt durch die Neuausschreibung der Gebietsbetreuungen auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet habe. Von daher besteht jetzt in allen Bezirken die Möglichkeit, dieses kostenfreie Miet- und wohnrechtliche Beratungsangebot anzunehmen. Ich möchte abschließend vielleicht nur auf einen, auch in Zahlen gegossenen, Erfolg dieser sanften Stadterneuerung verweisen. Und das ist der Umstand, dass es in diesen vier Jahrzehnten gelungen ist, den Anteil der Substandardwohnungen stark zurückzudrängen. Das war ein Phänomen, das es gerade in Wien in der historisch gewachsenen Bausubstanz in einem sehr starken Ausmaß gegeben hat. In den 70er Jahren waren das noch rund 42 Prozent der gesamten Wohnungen in Wien, allerdings auch sehr ungleich verteilt, beispielsweise im 15. Bezirk waren mehr als 60 Prozent aller Wohnungen Substandardwohnungen. Das heißt, Wasser und WC am Gang, auch natürlich ohne Zentralheizung, sehr kleinteilige Wohnungen. Im 5., im 16., im 17. und im 20. Bezirk waren es bis zu 60 Prozent Substandardwohnungen. Und einen geringeren Anteil hat es gegeben in den Bezirken 1, 13, 19, 22 und 23. Da waren die Substandardwohnungen sogar unter 20 Prozent. Das heißt, also dieses Phänomen war sehr ungleich über die Stadt verteilt. Und ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist, über die vielen Jahre der sanften Stadterneuerung diesen Anteil der Substandardwohnungen auf zwei Prozent zu reduzieren. Das ist ein großer Erfolg einer kontinuierlichen, jahrzehntelangen Wohnbaupolitik, die auch dazu beigetragen hat, dass die soziale Durchmischung in unserer Stadt im Unterschied zu vielen anderen Metropolen in Europa oder auch weltweit eine sehr, sehr gute ist und eine besondere Visitenkarte der Stadt Wien auch im internationalen Vergleich ist. Danke. Die erste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete, der Diplom-Ingenieur Dr. Gara. Bitte, Herr Abgeordneter. Guten Morgen, Herr Landesrat. Danke einmal für Ihre Antwort. Ich halte das Thema der Sanierung auch für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Allerdings auch vor dem Hintergrund zur Einhaltung bzw. zur Erreichung der Klimaschutzziele. Für mich die konkrete Frage ist, ein ganz wesentliches Thema ist die Erhöhung der Energieeffizienz. Das ist auch im Kontext der Betriebskostenreduktion. Das trifft natürlich vor allem auch jene Menschen, die sich das nicht leisten können. Das heißt, wir gehen ja immer den Weg. Wir wollen eher die Energieeffizienz steigern, anstatt jetzt Energiekostenunterstützung zu bieten. Meine Frage ist, wie schaffen wir die Sanierung in der Form, dass wir energetische Maßnahmen so umsetzen, um tatsächlich die Klimaschutzziele zu erreichen? Weil dafür müsste die Sanierungsrate deutlich höher sein, als sie jetzt im Moment eigentlich gemacht wird. Das heißt, es erfordert sehr viel mehr Aufkommen im Bereich der Sanierung, um tatsächlich die Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen. Herr Stauertrud. Da ist eine wichtige Frage, nämlich aus zwei Sichtweisen heraus. Das eine ist, dass die Sanierung, die ökologische Sanierung der Wohn- und Hausbestandszahlen ein wichtiger Teil der Erreichung der Klimaschutzziele ist. Zum anderen aber auch, weil es eine wichtige Möglichkeit ist, die Haushaltsbudgets zu entlasten, wenn die Energiekosten reduziert werden können. Beides ist da sehr wichtig. Und aus diesem Grund heraus haben wir bei der Bewertung auch dieser Sanierungszielgebiete die Frage, inwieweit die Sanierungsinstrumente der sogenannten thermisch-energetischen Wohnhaussanierung, die Tevosan-Sanierung, forciert werden kann. Das ist derzeit auch aufgrund unseres finanziellen Unterstützungsangebotes das attraktivste Sanierungsprogramm und wird auch am stärksten wahrgenommen. Und zwar von allen Teilen der Wohnungswirtschaft, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen. Das gilt für Genossenschaften genauso wie für private Eigentümer. Und von daher ist mir wichtig, dass wir auch im Zuge der Wohnbauforschung, die wir betreiben, uns mit verschiedenen Maßnahmen beschäftigen. Ich möchte exemplarisch nur vielleicht zwei herausnehmen. Das eine ist, dass wir versuchen, auch im Gründerzeitbereich, dort wo es besonders schwierig ist, weil es reich gegliederte Fassaden gibt, die man natürlich nicht so thermisch-energetisch sanieren kann, wie beispielsweise ein Gebäude aus den 60er- und 70er-Jahren. Und wir wollen ja das Erscheinungsbild auch erhalten im Rahmen der Stadtbildpflege. Also von daher haben wir uns diesem Thema sehr gewidmet und haben beispielsweise ein Gründerzeithaus im zweiten Bezirk, thermisch-energetisch so saniert, gemeinsam mit den privaten Hauseigentümern, dass es sogar einen Passivhaustandard erreicht hat. Und das ist, wie gesagt, deshalb wichtig, weil es ein Musiksteinchen ist auf dem Erreichen der Klimaschutzziele und zum anderen, weil die Mieterinnen und Mieter dort fast überhaupt keine Energiekosten mehr zu tragen haben. Und das natürlich ein großer Vorteil ist, auch in der sozialen Gewichtung und sozialen Unterstützung jener Menschen, die dort leben. Das ist uns gelungen als Erste weltweit, das hat noch kein anderes Gründerzeithaus gegeben, das wir auf diesen ökologischen Standard bringen konnten. Und dann gibt es natürlich Feinheiten, die wir in der Wohnbauforschung gemeinsam auch mit den Bauträgern und Eigentümern ausprobieren. Wir haben beispielsweise jetzt mit großem finanziellen Aufwand ein Gründerzeithaus wieder errichtet, das durch eine Gasexplosion, verursacht durch einen jungen Mann, der sich in selbstmörderischer Absicht ins Jenseits befördert hat und damit aber auch zwei Stockwerke mit abgerissen hat. Dieses Gründerzeithaus haben wir wieder instand gesetzt, attraktiviert und haben dort versucht, ein völlig neues System des Verbots anzubringen. Das heißt, die Fassade ist gründerzeitlich wieder errichtet worden und wir haben einen Spezial-Dämm-Butts aufgebracht, der mitwirken wird, dass die Fassade erhalten bleibt, aber durch den Butts beispielsweise, durch diesen Dämm-Butts, bessere Energiewerte erzielt werden. Das ist natürlich alles immer verbunden mit einem großen finanziellen Aufwand, denn das ist auch ein Spezialprojekt, wo wir auch eine zusätzliche Unterstützung geleistet haben. Aber das kann die Möglichkeit sein, auch in Zukunft bei Sanierungen diese Verbindung herbeizuführen. Stadtbildpflege auf der einen Seite und auf der anderen Seite Reduzierung des Energieaufwandes. Und hier sind wir, glaube ich, das darf ich sagen, europaweit wirklich federführend. Und die Entwicklung erfolgt auch mit sehr vielen Unternehmen unserer Stadt, mit österreichischen Unternehmen. Und ich denke, dass das auch ein wichtiger Exportartikel sein kann und eine wichtige Unterstützung für die Wiener Wirtschaft und damit auch Schaffung von Arbeitsplätzen. Danke. Die zweite Zusatzfrage stellt Herr Abgeordneter Dr. Ullm. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, guten Morgen, Herr Stadtrat. Es soll nicht heißen, dass die Opposition immer und grundsätzlich kritisiert. Ich glaube, dass das Sanierungsbereich einer ist, wo man wirklich akzeptieren sollte, dass es hier Erfolge gibt. Ich darf bei der Gelegenheit aber auch darauf hinweisen, dass vor vier oder fünf Jahrzehnten auch die ÖVP wesentlicher Initiator für diese Offensive war, die dann die Stadt begonnen hat. Ich glaube, dass auch in der Wohnbauförderung sehr viele Gelder sehr gut angelegt sind. Einen Punkt gibt es, der stiefmütterlich behandelt wird bei der Wohnbauförderung und das ist die Förderung der Eigentumswohnungen. Es gibt praktisch keine geförderten Eigentumswohnungen am Markt. Es ist stark nachgefragt, diese Eigentumswohnungen und Sie haben mir mitgeteilt, wie viele Eigenmittelersatzdarlehen im Jahr 2017 vergeben wurden, um ein bisschen das Verhältnis zwischen Mietwohnungen und geförderten Mietwohnungen und geförderten Eigentumswohnungen zu erkennen. Und da haben Sie mir gesagt, im Jahr 2017 sind 811 Eigenmittelersatzdarlehen vergeben worden für Mietwohnungen. Das ist erfreulich. Aber nur zwei, nur ganze zwei im ganzen Jahr 2017 Eigenmittelersatzdarlehen für geförderte Eigentumswohnungen. Und da würde ich Sie gerne fragen, ob Sie auch versuchen werden, in Zukunft mehr geförderte Eigentumswohnungen für die Wiener anzubieten. Herr Stauertraub? Ja, ich bin immer für ein möglichst buntes, vielfältiges Wohnungsangebot. Und wir versuchen insbesondere auch in den großen Stadtentwicklungsgebieten ein sehr vielfältiges Angebot zu erstellen. Und wir haben dort oft von super geförderten Wohnungen bis hin über Genossenschaftswohnungen, freifinanzierten Wohnungen, aber auch geförderten Eigentumswohnungen eine sehr brunte, breite Palette. Dass die Anzahl der geförderten Eigentumswohnungen nicht höher ist, hängt meiner Meinung nach auch deshalb zusammen, weil es ja seit einigen Jahren die Möglichkeit gibt, geförderte Mietwohnungen nach zehn Jahren ins Eigentum zu übernehmen. Das ist eine Variante, die für viele Mieterinnen und Mieter attraktiv ist, denn sie haben Gelegenheit, zuerst einmal die Wohnung anzumieten und sich dann erst festzulegen, ob sie diese Wohnungen das Eigentum übernehmen wollen. Denn beides hat immer natürlich auch Vorteile. Eigentum bedeutet aber natürlich auch, dass man stärker an einem Standort gebunden ist. Und einmal auszuprobieren als Mieter, als Mieterin, ob dieser Standort auch einem besonders gefällt, das Wohnungsangebot, das Umfeld, ist für viele Mieterinnen und Mieter eine gute Möglichkeit. Wir kommen jetzt in die Phase, wo diese Zehnjahresfrist auch schlagend wird und wo die Bauträger den Mieterinnen und Mietern auch das Angebot stellen, das ins Eigentum zu übernehmen. Man wird sehen, wie stark das angenommen wird. Das ist in unterschiedlicher Art und Weise. Aber ich persönlich glaube, dass das für viele ein attraktives Angebot ist und sich deshalb manche gar nicht auf ein gefördertes Eigentum von Beginn an einlassen, sondern zuerst einmal die Wohnung anmieten und dann die Möglichkeit nutzen, wenn die gegeben wird von Seiten der Bauträger, und das ist ja gesetzlich festgelegt, das dann auch ins Eigentum zu übernehmen. Ich glaube, das ist für mich mit ein Grund, warum hier nicht mehr Eigenmittelersatzdarlehen in Richtung gefördertes Eigentum gehen, weil es eben diese attraktive Schiene kommend aus dem geförderten Mietbereich Richtung Eigentum gibt. Danke. Die nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Niedel. Bitte, Herr Abgeordneter. Guten Morgen, Herr Landesrat. Ich hätte eine Frage bezüglich zur Sanierung und zur Kontrolle der Sanierung. Sie sprechen von der sanften Stadterneuerung und dass natürlich die Sockelsanierungen wichtig sind. Und wir erinnern uns aber leider alle an diese Sockelsanierung in 21. Bezirken in der Jedler Seerstraße 98 bis 102. Da hat es wochenlang in die Wohnungen hineingeregnet, weil die Baufirma offenbar nicht fähig war oder nicht die Qualitäten hatte, diese Sanierung ordnungsgemäß durchzuführen. Es gab dort wirklich mehrere Probleme. Wie stellen Sie jetzt sicher, dass bei zukünftigen Sockelsanierungen derartige chaotische Zustände nicht mehr passieren können? Herr Staatsanierungen. Ja, also wir haben aufgrund einiger Ereignisse ein spezielles Kontrollmanagement auch eingerichtet und eingeführt. Trotzdem wird es immer so sein, dass wenn private Unternehmen, das sollte man vielleicht immer betonen, das sind ja private Unternehmen, die einen Auftrag übernehmen, nicht in der Lage sind, diese Leistung zu erbringen. Das ist eine schwerwiegende Handlung. Wir sind dabei, auch entsprechende Regressforderungen an dieses private Unternehmen zu stellen. Die Schwierigkeit ist, beim Unterschied zwischen Vergabepraxis und zivilrechtlichen Verfahren manche dieser Unternehmen bei der weiteren Vergabe auszuschließen. Ich bin jetzt sehr bemüht, dass wir rechtliche Veränderungen herbeiführen können, dass wenn es negative Erfahrungen mit privaten Unternehmen gibt, dass wir die zumindest in Zukunft auch von der weiteren Vergabepraxis ausschließen. Das ist derzeit rechtlich nicht möglich, aber es ist mein Ziel zu erreichen, dass wir hier eine stärkere Handhabe haben, um Unternehmen, private Unternehmen, die ihre Leistung zumindest an einem Standort nicht im gewünschten Ausmaß erbringen, in Zukunft von weiteren Vergaben ausgeschlossen werden. Danke. Wir kommen damit zur zweiten Anfrage, die von Frau Abgeordnete Mag. Meindler-Reisinger an den Herrn Landeshauptmann gerichtet ist. Bitte, Herr Landeshauptmann. Sehr geehrte Frau Abgeordnete. Ohne redundant sein zu wollen, muss ich doch darauf hinweisen, dass wir diese oder ähnliche Anfragen schon mehrmals zu diesem Thema zuletzt im Juni des vergangenen Jahres gehabt haben. Ich möchte daher einmal mehr darauf hinweisen, dass sowohl das Wiener Auskunftspflichtgesetz als auch das Wiener Informationsweiterverwendungsgesetz Transparenz- und Auskunftsbestimmungen beinhalten. Weiters ist auch abermals festzuhalten, dass die Auskunftspflicht durch bundesgesetzliche bzw. bundesverfassungsrechtliche Bestimmungen beschränkt ist. Wie ich im Zuge früherer Anfragebeantwortungen deutlich gemacht habe, bin ich der Ansicht, dass diese Beschränkungen so nicht mehr der heutigen Zeit entsprechen. Außer Frage steht für mich aber auch, dass bei einer Neufassung individuell schützenswerte Rechte jedenfalls gewahrt bleiben müssen. Eine umfassende Neuregelung in Richtung der ihrerseits angesprochenen Informationsfreiheit bedarf einer Änderung der gesetzlichen Bestimmungen auf Bundesebene. Damit würde auch eine bundesweit einheitliche Lösung der Frage gewährleistet sein. Unabhängig davon kann aber festgehalten werden, dass die Transparenz der Wiener Stadtverwaltung ein wichtiges Anliegen ist. So hat die Stadt Wien beispielsweise im Rahmen ihrer Open Government Strategie bisher über 330 Datensätze veröffentlicht, die frei und kostenlos der Bevölkerung, der Wirtschaft sowie der Wissenschaft und Forschung zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf eine jüngst erfolgte Analyse von Transparency über das Informationsangebot der Wiener Stadtverwaltung. Dabei hat sich gezeigt, dass keine andere Gemeinde in Österreich ihre Bewohnerinnen und Bewohner umfassender und ausführlicher über die Tätigkeit ihrer Verwaltung informiert als Wien. Danke, Herr Landeshauptmann. Die erste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete. Dr. Ulm, bitte, Herr Abgeordneter. In der Tat gibt es da natürlich ein Spannungsverhältnis. Man muss sicherlich mehr machen, damit die Bürger besser informiert werden können, was die öffentliche Hand mit Steuern macht, wie die verwendet werden. Aber natürlich will der Bürger auch nicht, dass der Nachbar erfährt, welche Sozialleistungen er bezieht, dass der alles weiß, was das Finanzamt weiß oder die Abgabenbehörde weiß oder welche Strafverfahren gegen ihn anhängig sind. Ich glaube aber, dass bei gutem Willen man dann schon zu einem guten Ergebnis kommen könnte. Sie haben aber umfassend zu diesem Thema Informationsfreiheitsgesetz geantwortet. Transparenz ist wichtig, daher möchte ich die Frage auf die Transparenzdatenbank legen, wo es ebenfalls um Transparenz geht, wo wir schon recht weit sind, der Bund und auch die Länder. Wien hat bis jetzt nicht oder ungenügend eingemeldet. Werden Sie dafür sorgen, dass Wien in Zukunft mehr Daten einmelden kann und dass die Einmeldung besser funktioniert als bisher? Herr Bürgermeister. Also, sehr geehrter Herr Abgeordneter, wir haben für nicht allzu lange Zeit in der Landesabgeordnete-Konferenz auch dieses Thema besprochen, wenn es auch kein zentrales Thema dort war. Aber immerhin, es war ein Thema und Wien ist hier keineswegs hinter den anderen Bundesländern zurück. Wir haben bestimmte Themenfelder vereinbart, nicht zuletzt auch mit dem Bund. Vor allem aber auch deswegen, damit diese Transparenzdatenbank zunächst einmal auch entsprechend erprobt werden kann. Wir haben darauf bestanden, dass zum Beispiel das Thema Soziales, insbesondere die BMS, auch in diese Datenbank entsprechend eingegeben wird. Selbstverständlich tun wir das auch. Wir haben ein größtes Interesse daran. Also, ich kann hier den Vorwurf nicht erkennen, darf ich Ihnen aber versichern, weil Sie den guten Willen angesprochen haben. Der ist da. Die zweite Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Seidel. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, guten Morgen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, danke für die Beantwortung. Transparenz ist wichtig, da sind wir uns, glaube ich, alle hier im Haus einig. Gerade für uns Politiker ist es ja de facto so, dass jeder interessierte Bürger nachlesen kann, was zum Beispiel Sie verdienen, was ich verdiene. Das ist auch gut so. Jetzt gibt es allerdings auch in den stadteigenen Unternehmungen doch sehr viele Manager, die mit Sonderverträgen ausgestattet sind, die ja aus Steuergeld bezahlt werden. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie sich vorstellen könnten, auch bei diesen Managern so de facto eine Veröffentlichungspflicht, deren Einkommen analog von uns Politikern vorzunehmen. Herr Bürgermeister. Also, sehr geehrter Herr Abgeordneter, unsere Gelder sind in den Gesetzen nachzulesen. Insbesondere jener, die mit Berufsverbot belegt sind und daher ausschließlich den Gehalt als Politiker beziehen können. Das gilt ja nicht für alle hier. Daher wäre es da sicherlich auch eine interessante Diskussion, wenn man sich einmal anschaut, wie schauen die tatsächlichen Politikergehälter aus, die eben nicht nur aus dem Politikergehalt bestehen. Aber ich halte das für durchaus überlegenswert, was Sie hier entsprechend anschneiden, was die Unternehmen betrifft. Überall dort, wo die Unternehmen nicht im Wettbewerb stehen, damit meine ich beispielsweise den Energiebereich, dort stehen die Unternehmen im Wettbewerb. Kann man da sicher drüber nachdenken. Dort, wo sie im Wettbewerb stehen, bin ich der Auffassung, dass sie denselben Regeln zu unterliegen haben wie alle anderen. Danke. Die dritte und letzte Zusatzfrage stellt Frau Abgeordnete, Mag. Meindl-Reisinger. Ja, danke, Herr Landeshauptmann, für die Beantwortung. Ich möchte auf diesen Index von Transvalency International zu sprechen kommen, den Sie selber angesprochen haben. Wir haben uns den genau angeschaut. Da gibt es einen Bereich, wo durchaus Luft nach oben ist und das ist die Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Nun ist es so, dass man gar nicht so weit fahren muss in Europa, nämlich einfach nur über die Grenze in die Slowakei, um zu sehen, dass dort ganz andere Maßstäbe angelegt werden. Dort sind öffentliche Aufträge, werden überhaupt erst dann wirksam, rechtswirksam, wenn sie in ein öffentliches Register eingetragen werden. Nun ist mir klar, das wird wahrscheinlich auch so eine etwaige Regelung, not valid until published online, auf Bundesebene geregelt werden müssen. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass hier Wien einen Schritt weiter unternimmt, um für mehr Transparenz bei öffentlicher Auftragsvergabe im eigenen Wirkungsbereich zu sorgen? Herr Landeshauptmann, bitte, zu beantworten. Dass Sie mich das fragen, entbehrt natürlich nicht einer gewissen zeitlichen Skurrilität, aber wenn Sie das wollen, kann ich Ihnen das gerne zusagen, aber ich darf Ihnen da jetzt schon versichern, ich habe nicht die Absicht, vom Balkon aus dann Ratschläge zu geben, insbesondere was die Bundesregierung zu tun hat. Ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass diese neue dynamische Bundesregierung gerade in ihrer Sehnsucht nach Transparenz und Offenheit das ohnehin in absehbarer Zeit regeln wird, was in der Vergangenheit hier nicht geregelt wurde, was Transparenz und Informationsfreiheit als solches auch betrifft. Aber ich kann es nur hoffen, weil ich an sich auch in diesem Bereich für eine bundeseinheitliche Regelung bin und ich halte nichts davon, wenn es neun verschiedene Regelungen zum Transparenz solches auch gibt. Und was die Transparenz betrifft, so sollte man sich auch eine andere Statistik von Ihnen anschauen, nämlich die Korruptionsstatistik. Dort liegt die Slowakei nicht sehr weit vorne. Danke. Damit ist die zweite Anfrage beendet. Wir kommen nun zur dritten Anfrage. Diese wurde von Frau Abgeordneter Schwarz gestellt und ist an den Herrn Amtsführern, Stadtrat der Geschäftsgruppe Bildung, Integration, Jugend und Personal gerichtet. Bitte, Herr Staudraut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohes Haus. Gewalt entsteht ja nicht im Kindergarten oder in der Schule, sondern ist ein gesellschaftliches Phänomen, das alle Bereiche durchzieht. Und Gewalt ist daher auch definitiv Thema, sowohl in der Prävention als auch in der Verhinderung und Bearbeitung in den Schulen. Und Gewalt hat für jeden ein anderes Gesicht. Und deshalb ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche durch gezielte Präventionsmaßnahmen lernen, wie alternative Konfliktmöglichkeiten, Konfliktlösungsmöglichkeiten abseits der Gewalt eingesetzt werden können. Jeder Pädagoge, jede Pädagogin weiß ja, eigentlich auch jedes Elternteil, dass Streit oder Konflikt nicht verhinderbar ist. Sehr wohl ist es verhinderbar, dass dieser Konflikt oder dieser Streit mit Gewalt versucht wird zu lösen. Und deshalb wird in der Gewaltpräventionsarbeit mit Jugendlichen Grundlagen geschaffen, dass diese ihren Platz in einer Gesellschaft finden, Orientierung haben und ein stabiles, sozialverträgliches Wertesystem entwickeln können, das Gewalt nicht braucht und das Gewalt ausschließt. Die Vielschichtigkeit der Ursachen für Gewalt erfordert aber zugleich auch ein umfassendes Denken. Er fordert von uns übergreifende Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Deshalb laufen Peer-Ausbildungen an den Schulen ebenso wie Mediationsarbeit. Leitmodelle werden erarbeitet. Es gibt zahlreiche Kooperationen mit der Polizei. Ein ganzheitlicher Ansatz ist aber da wichtig, ganz besonders auch mit der Schulsozialarbeit, der soeben entwickelt wurde, und vieles mehr. Ich bin stolz, sagen zu können, dass Wien da in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel Neues auf den Weg gebracht hat. Ein Weg, der gut ist und der bereits verstärkt seit Jahren neue Maßnahmen auf den Weg bringt. Ich möchte vielleicht einen kurzen Blick, die Gelegenheit nutzen, einen kurzen Blick darauf zu werfen, wer da aller tut, wer da alle Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen, bei der Präventionsarbeit, aber auch bei der Lösung von Konflikten unterstützt. Derzeit gibt es in den Wiener Schulen 25 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen vom Staatsschuldrat plus 14 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen der Stadt Wien, 27 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter seit über 40 Jahren. Das ist eine Wiener, ich darf sagen, Spezialität, weil es eine gute Sache ist. Es gibt Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer, psychologische Betreuerinnen und Betreuer, derzeit ca. 215 Lehrerinnen und Lehrer. Und es gibt seitens des Bildungsministeriums, zumindest derzeit, ein seitens des Bildungsministeriums finanziertes Projekt, ein Integrationstopf für Unterstützungspersonal. Sie wissen das, das betrifft allein in Wien 150 Personen für die Sprachförderung, 43 für die Schulsozialarbeit, 125 für begleitende, integrative Maßnahmen und sechs mobile interkulturelle Teams. Warum sage ich das alles? Nun, weil ich Ihre Geduld ein bisschen strapazieren möchte und erzählen möchte exemplarisch, ich könnte das ziemlich klagen, was alle diese Personen tun. Die psychologischen Betreuerinnen und Betreuer arbeiten mit sozial und emotional benachteiligten Kindern und Jugendlichen an unseren Pflichtschulen, sowohl mit einzelnen Kindern als auch in Gruppen und Klassen. Der Verein ÖZPGS, der auf Bundesebene gegründet wurde, macht im Rahmen von weißer Feder über die Schulpsychologinnen dort, Gewaltprävention, Problemberatung, Konfliktregelung an den Schulen und der Einsatz von Psychologinnen und Psychologen an den Schulen, also an NMS, PTSen, Zissen und AHSen ist an einzelnen Standorten sogar wöchentlich, jedenfalls an jedem Standort regelmäßig. Die machen von Einzelfallberatungen natürlich auch im Anlassfall Interventionen, Konfliktregelungen, bei Mobbing und, und, und. Und natürlich sind die Schulschutzarbeiterinnen aus dem Integrationstopf in ihrer tagtäglichen Arbeit mit viel Energie daran, auch real Gewaltprävention zu leisten, weil sie sich für ein konfliktfreies Miteinander nicht nur einsetzen, sondern durch Beratung und Intervention am Schulstandort, durch Klasseninterventionen, durch qualitatives Feedback und, und, und in einer schwierigen Klasse als Unterstützung für die Pädagoginnen und Pädagogen, die sehr große Herausforderungen an Wiener Schulstandorten genau auch mit diesen Dingen haben, einsetzen. Was wir aus qualitativen Feedbacks aus den Schulen wissen, es passieren nicht mehr Delikte oder Vorkommnisse, aber, und das ist ja auch von Ihnen beziehungsweise vielen auch angesprochen worden und thematisiert worden in den letzten Wochen und Monaten, in der sicher wichtigen Diskussion, es ist oftmals die Bereitschaft, da weiterzugehen. Also, wenn man das jetzt sehr flapsig sagen will, also es ist öfter die Bereitschaft da, dass eine Brügelei nicht ändert, wenn jemand am Boden liegt, sondern dass da sozusagen die Bereitschaft da ist, weiterzugehen, was natürlich eine negative Entwicklung ist, der man sich stellen muss. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, deswegen habe ich so weit ausgeholt, dass es derzeit so viele Präventionsprojekte wie noch nie gibt. Es ist so, dass es an nahezu jeder Schule ein Konfliktprojekt gibt oder eine Peer-Mediation. In Wien gibt es an jeder Schule Präventionsarbeit, die individuell durch die Schulaufsicht gemeinsam mit den Direktorinnen und Direktoren auf die Bedürfnisse des Standortes abgestimmt ist. Und ich möchte gerade das Thema Peer-Mediation herausstreichen, weil ich da in den letzten Monaten und auch in meiner Zeit als Staatspräsident wirklich viel erfahren durfte. Das ist ein Projekt, das dazu beigetragen hat, dass die Peer-Mediatorinnen und Mediatoren deutlich die Konfliktkultur an Schulen immer anhand von Anlassfällen auch verbessert haben und niederschwellige Hilfe für die Schülerinnen und Schüler anbieten, die dadurch aber auch sehr gerne und sehr schnell von Schülerinnen und Schülern in Angriff genommen wird. Dort, wo sonst vielleicht eine Hürde ist, weil man warten muss, bis ein Schulpsychologe, eine Psychologin kommt oder bis man den Mut gefasst hat, zur Schulleiterin, zum Schulleiter gehen, sind die Peer-Mediatorinnen und Peer-Mediatoren da und das ist gut so. Und was ich auch noch vielleicht als besonderen Spannungsbogen sagen möchte, weil es sicher etwas ist, was wir auch weiter ausbauen müssen, ist die Nahtstellenarbeit, die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter leisten, nämlich aus der Schule hinausgehend, aus der Klasse hinausgehend, auch im Lebensumfeld als Brückenkopf zwischen Schule und Erziehungsbauern. Ich möchte eine konkrete Frage eingehen, möchte es nur wirklich nennen, weil es mir sehr wichtig ist, dieses Thema nicht schnell abzuhandeln und Ihnen auch zu zeigen, dass es hier ganz eindeutig viel zu tun gibt und auch mehr zu tun gibt. In Kooperation mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule, der AK und der Polizei sowie der Richtervereinigung wurde vom Staatsschuldrat ein wirklich innovatives, aber auch sehr spannendes und zukunftsweisendes Projekt gestartet. Der Kickhof war gerade jetzt im März mit einer Veranstaltung mit Heim Oma, den kennt man nur, wenn man sich in der Szene bewegt, aber ich sage gleich was dazu, das ist nämlich eine Autorität im internationalen Bereich und Autorität ist auch der Inhalt dieses großen Projektes. Es geht nämlich darum, die Autorität von Pädagoginnen und Pädagogen und ein respektvolles Miteinander durch Netzwerkarbeit, durch Begleitung der Schulen zu erhöhen, denn Erziehung ist immer Beziehungsarbeit und es geht um diese Beziehungsgestaltung und eben dieser Heim Oma, der ist Lehrstuhlerinhaber für Psychologie in der Universität von Tel Aviv und der hat den Begriff neue Autorität geprägt. Können wir gerne mal zusätzliche Informationen darüber austauschen. Letztendlich geht es darum, in Erziehung und Gemeinwesen basierend auf, es sind sozialpolitische Ideen, Mahatma Gandhis, eine Arbeit zu entwickeln, Tools zu entwickeln, Mittel in die Hand zu geben, den Verantwortlichen, um Regeln aufzustellen, die für alle gelten, verbindlich sind und deren Einhaltung man auch einfordern kann. Das Projekt sieht auch vor, dass Schulen je nach Bedarf einen längeren Zeitraum prozessorientiert begleitet werden können und dann wirklich mit den Schulen gearbeitet werden kann. Es gibt zum Beispiel in Floretsdorf auch schon in den Jahren davor schon sehr viele Erfahrungen in der Zusammenarbeit, in der engen Zusammenarbeit mit Jugendgerichten, Polizei etc. auch schon unter dem Rahmen dieses Gedankens. Faustlos ist, glaube ich, sehr vielen, die sich damit beschäftigen, ein Begriff, daher möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber auch das sogenannte Wiener Soziale Kompetenzzentrum, das mit der Frau Dr. Dr. Spiel entwickelt, das ist sehr wichtig, weil es für die Sekundarstufe 1 Schulungen Wissen, Tools für Lehrerinnen und Schulen anbietet, die die Inhalte in die Schule tragen und damit auch unsere Lehrerinnen und Lehrer stark machen, methodisch in Situationen, mit Situationen umzugehen, die alles andere als leicht sind. Konkret zum Antrag, beim Wiener Schulgesetz handelt es sich um ein Ausführungsgesetz des Pflichtschulerhaltungsgrundgesetzes und dieses regelt die sogenannte äußere Organisation des Schulwesens und damit ist eine gesetzliche Dokumentationspflicht von Gewaltdelikten nicht durchs Wiener Schulgesetz regelbar, weil es keine Angelegenheit der äußeren Organisation des Schulwesens ist. Nichtsdestotrotz, und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, ist es definitiv nicht nur wichtig, sondern auch zentral bei Gewalt jeder Art. Gestern ist es auch von, ich glaube, von Kollegen Aigner erwähnt worden, sowohl bei Gewalt von Erziehungsberechtigten oder auch Lehrerinnen und Lehrern an Kindern, aber natürlich auch bei Gewalt an Lehrerinnen und Lehrern wegzuschauen. Das verbietet sich uns und deshalb ist es wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer Übergriffe sofort melden. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Staatsverwaltspräsident da ja klare Worte gefunden hat in den letzten Wochen, die letztendlich gezeigt haben und auch den Lehrerinnen und Lehrern garantieren, bitte, wir müssen uns damit auseinandersetzen, die Tür ist offen für Gespräche, nur so kann adäquat reagiert werden. Wie ist es jetzt, wenn Direktorinnen und Direktoren informiert werden von ihren Lehrerinnen und Lehrern, geben sie die Informationen direkt an die Schulaufsicht weiter und dann können weitere Maßnahmen gesetzt werden. Das passiert im Wesentlichen auf zwei Ebenen. Die Schulen beziehen die Schulpsychologie ein, die kann dann sofort intervenieren beziehungsweise auch Unterstützungssysteme wie die Schulsozialarbeit und gleichzeitig prüft die Schule aber natürlich auch im Zusammenhang mit den Fällen. Das muss man sich immer Fall für Fall anschauen, was notwendig ist im Sinne von weiteren Maßnahmen. Ob das eine Suspendierung ist, ob das ein Schulausschluss ist, ob das eine Anzeige an die Polizei ist oder eine Meldung an die MA11. Daher ist es wichtig, dass die Lehrkräfte immer sofort die Direktion informieren. Ich möchte auch natürlich proaktiv einladen oder mein Selbstverständnis hier äußern, dass das so ist. Nur dann können die notwendigen Maßnahmen auch ergriffen werden von den Direktschulleiterinnen und Schulleitern beziehungsweise von den vielen Systemen, die die Schulleiterinnen und Schulleiter dabei unterstützen können. Der Staatssoldat nimmt da die Verantwortung als Dienstgeberin wirklich vorbildlich wahr und diese Hinweise werden sehr, sehr ernst genommen. Die erste Zusatzfrage stellt Herr Abgeordneter Ellenson, bitte. Herr Landers, vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Das unterscheidet sich wesentlich von dem, was ich gerade vom Bundesminister gehört habe, der glaubt, dass dieser Integrationsdorf eine temporäre Maßnahme ist und deswegen nicht mehr nötig ist, weil die Probleme offensichtlich alle verschwunden sind. Jetzt möchte ich auch nicht lange auf die Bundesregierung hinhauen, sondern schön wäre, wenn auf allen Ebenen in jedem Bundesland, bundesweit, in Wien im Speziellen, weil wir da zuständig sind, wenn alle neuen Bundesländer und die Bundesregierung sich bemühen würden, ans Bildungswesen nicht heranzugehen mit wo kann ich einen Haufen Geld einsparen und wem gebe ich keines, sondern dass man mehr ausgibt. Wird das in Wien in den vergangenen Jahren war das so? Wird dieses Budget ausgebaut und wird das mehr werden oder wird das wie im Bund so sein, dass man das leider zusammenschneiden muss? Herr Stadrat, bitte. Na, jedenfalls, das wissen ja Wiener Lehrerinnen und Lehrer und zwar, ich würde mal sagen, 100% der Wiener Lehrerinnen und Lehrer, die Herausforderungen im Ballungsraum sind ganz sicher nicht temporär, sondern sind groß und daher glaube ich, kann man das vielleicht auch abkürzen im Sinne auch deiner Frage. Ich glaube, es geht nicht darum, mit dem Finger zu zeigen, wer nicht verantwortlich ist, etwas zu tun. Ich glaube, man kann sich im Zusammenhang mit Bildung und den Herausforderungen, die unsere Wiener Lehrerinnen und Lehrer haben, jeden Tag einigen, dass es eigentlich von allen Ebenen mehr braucht. Und ich kann daher wirklich, also ich kann dafür garantieren, dass wir in den letzten Jahren auch gemacht haben, durch den sukzessiven Ausbau der Unterstützungssysteme, durch die Förderung 2.0, immerhin 20 Millionen Euro, dass das Land Wien jedes Jahr den Schulen zur Verfügung stellt, dass wir diesen Weg weitergehen und uns überlegen, was wir mehr tun können. Ich möchte gar nicht mehr von der Bundesebene, als dass auch diese Überlegung geteilt wird. Weniger ist schlecht, mehr ist gut, weil wir wissen in der Bildungspolitik, das Ganze ist unglaublich teuer, aber noch teurer ist nichts zu tun. Die zweite Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Dr. Aigner. Danke, Frau Präsidentin. Guten Morgen, Herr Stadtrat. Ja, ich habe Ihren ausführlichen Ausführungen ja mit großem Interesse natürlich zugehört. Wenn ich mir die heutige Kronenzeitung anschaue, da ist eine Follow-up-Geschichte von der sozialdemokratischen Lehrergewerkschafterin, die eben beklagt hat, dass radikal-islamische Strömungen in Wiener Schulklassen immer breiteren Raum einnehmen. Und die macht eigentlich einen sehr deprimierten und einen sehr defensiven Eindruck. Ich darf da nur wörtlich zitieren. Sie hält die Geiselhaft mit der Parteipolitik nicht mehr aus. Sie habe den Eindruck, man möchte, dass das Thema möglichst schnell wieder aus der öffentlichen Debatte verschwindet. Sie selbst möchte nicht die Augen vor den Problemen in der Schule verschließen müssen, nur weil es nicht zur Parteilinie passt. Mit den wirklich wichtigen Punkten wie Integration, Gewalt, Deutsch, Brennpunkt, Schulen, Restklassen beschäftige man sich nicht. Also offenkundig gibt es da in der Wahrnehmung doch gewisse Differenzen und ich hoffe, dass man sozusagen hier auf jene Kolleginnen und Kollegen, die ja da offenkundig auch ganz massiv eigene Erfahrungen haben seitens der Politik, aber der zuständigen Schulbehörde auch hören wird. Meine Zusatzfrage geht aber ein bisschen in eine andere Richtung. Der Staatsschulrat ist eine ganz wichtige Schulbehörde und wir sind ja in einer juristischen Transformationsphase vom alten Staatsschulrat in die neue Bildungsdirektion und Herr Landesrat, darf ich Sie bitten, uns ganz kurz zu skizzieren, wie wieder das Prozedere in Wien punkto Staatsschulrat und Bildungsdirektion jetzt in den nächsten Monaten ausschauen wird. Herr Stadtratt, bitte. Ganz kurz, das ist eine gewisse Herausforderung zu den einleitenden Worten, die in eine völlig andere Richtung gegangen sind. Ich möchte nur sagen, damit das nicht überbleibt, ja ganz offensichtlich ist es so, dass es da zwei unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und man kann diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen ganz sicher nicht begegnen, indem man sagt, der eine oder andere hat nicht recht. Weil wenn eine Person, in diesem Fall eine Lehrerin, von ihrer Realität in ihrem Lernalltag redet, dann hat sie selbstverständlich nicht nur recht, sondern auch das Recht, das zu schildern. Der wichtige Punkt ist nur, was macht man dann? Und dafür ist ja auch Schulverwaltung, dafür ist auch Schulpolitik, aber in erster Linie natürlich auch die Bildungsbehörde, da gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, was brauchst du? Was brauchen Sie? Was brauchen Sie an Unterstützung am Standort? Wie ist die Situation am Standort und wo kann man helfen? Ein paar Unterstützungssysteme, da könnte ich auch noch länger ausführen, habe ich ja erwähnt und ich glaube, dieses Gespräch mit der jeweiligen Schule, aber auch mit den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern ist sehr wichtig. Ich habe im Gespräch mit dem Herrn Staatsschulärtspräsident erfahren, dass er auch dieses Gespräch schon gesucht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zustande gekommen ist, aber der Punkt ist ja immer, wenn es wo eine Situation gibt, die für einen Lehrer oder eine Lehrerin schwierig ist, dann dürfen wir nicht wegschauen und sagen, mach es allein, sondern wir müssen uns gemeinsam die Frage stellen, was dieser Lehrer, diese Lehrerinnen und Unterstützung braucht. Das ist ja genau das an der bildungspolitischen Diskussion, was mich so stört, weil hier derzeit Lehrerinnen und Lehrer immer mehr ausgerichtet wird. Und jetzt ein kurzer Schlenkerer. Das Ausrichten, dass Herausforderungen temporär sind, ist natürlich wie ein Schlag ins Gesicht und diesen Fehler möchte ich ganz sicher nicht machen. Zur Umwandlung der Landesschulräte beziehungsweise des Staatsschulrates in die Bildungsdirektionen. Nun, es ist so, dass bis zum 31.12.2019 die Umwandlung abgeschlossen werden muss, das bedeutet, dass in der Behörde im Staatsschulrat jetzt schon die Schritte dazu gesetzt werden. Es werden in den nächsten Monaten die Ausschreibungen für die Leitungsfunktionen draußen sein. Da geht es ja, wie Sie wissen, um die Ausschreibungen des Leiters, der Leiterin für den inneren Dienst, des Leiters, der Leiterin für den pädagogischen Dienst. Die Umsetzung innerhalb der Schulaufsicht, zum Beispiel regional oder nicht, das ist derzeit in intensiven Diskussionen zwischen den Landesschulräten und des Bildungsministeriums in Diskussion. Das Bildungsministerium veranstaltet in jedem Bundesland, Sie nennen es Roadshow, also Informationsveranstaltungen, wo mit der Schulaufsicht vor Ort, mit der Bildungsverwaltung vor Ort überprüft wird, diskutiert wird, wie es genau gehen kann. Das ist an sich ein guter Weg. Die Frage ist natürlich, ob er bis zum Schluss ernst genommen ein Weg des Gemeinsamen ist. Ich glaube, da hat niemand was davon, wenn man hier nicht die Ebene vor Ort fragt. Ich weiß auch, dass sich da die Landesschulräte sehr einig sind im Zugang gegenüber dem Punkt, dass man da sagt, bitte das Wissen über die beste Organisationsform, das Wissen über das beste Nahsein an den Lehrerinnen und Lehrern, besonders Schulleiterinnen und Schulleitern, ist regional der Fall. Wenn man so will, ist jetzt gerade der Proof of the Pudding, nehmen das alle ernst und gelingt das, dass das Bildungsministerium gemeinsam mit den Landesebenen an einem guten System arbeitet, weil ja die regionale Situation völlig unterschiedlich ist, ob das jetzt im Burgenland ist oder in Wien oder in Niederösterreich und sozusagen die Organisationsform davon abhängig ist. Also das ist derzeit im Gang. Ich will das jetzt gar nicht in irgendeiner Form bewerten. Ich will nur sagen, was mir dabei wichtig ist, die Fragen, die betroffen sind. Die dritte Zusatzfrage wird von Herrn Abgeordneten wieder hergestellt, bitte. Guten Morgen, Herr Landesrat. Ich finde es wichtig und gut, dass mehr Augenmerk auf das Thema Gewalt an der Schule auch gelegt wird, weil jeder einzelne Fall einer zu viel ist und es gibt, wie Sie eben auch sagen, eine Zunahme an einer Gewaltschwelle an gewissen Schulen. Und ich würde Ihre Erfahrungen und Ihre Einblicke interessieren, ob Konflikte auch ethnisch und religiös bedingt sind, die dann zu Gewalt führen und ob man da merkt, dass es eine Zunahme in diesem Bereich gibt, wie auch Einzelbeispiele in Medien zeigen und ob es hier spezielle Strategien gibt in der Gewaltprävention bei interreligiösen und interethnischen Konflikten. Herr Stadtrat, bitte. Natürlich gibt es die genauso. Also man muss dazu sagen, dass die beste Strategie im Umgang mit Gewalt an den Schulen oder im Umgang mit Gewalttätiger oder mit Gewalt in Konfliktfällen am besten immer so geführt wird, indem man möglichst tabulos hinschaut, was ist jeweils der Grund. Jedenfalls ist der Grund immer vor Ort eine fehlende, die fehlende Kompetenz Betroffener, ihren Konflikt, der ja da ist, Gewalt freizulösen. Das bedeutet aber noch immer nicht, dass der Konflikt nicht grundsätzlich da ist. Und da gibt es natürlich auch anhand von ethnischen Fragen noch mehr anhand von kulturellen Unterschieden, auch religiösen Fragen, Konflikte, so wie es auch Konflikte gibt anhand von, wie wir alle wissen, in der Schulklase anhand von Mobbing oder anhand von Geschlechterdifferenzen etc. und da ist so, dass es zum Beispiel ganz speziell im Hinblick auf mögliche Radikalisierung, mögliche, auch religiöse Radikalisierung, es ist ja seit vielen Jahren das Wiener Deradikalisierungsnetzwerk gibt, das auch den Verwaltungsstaatspreis bekommen hat und in den letzten Jahren, was ich sehr, sehr unterstütze, auf Bundesebene seine Entsprechung gefunden hat, wo es intensive Arbeit mit den Pädagoginnen und Pädagogen gegeben hat, sind, ich glaube, ungefähr 2000 Pädagoginnen und Pädagogen auch geschult worden im Hinblick auf Deradikalisierungsprävention, aber eben nicht nur, also Radikalisierungsprävention, aber eben nicht nur Prävention, sondern auch im Umgang damit, wenn etwas passiert oder wo ein Verdacht da ist und da gibt es ein umfassendes System an Einrichtungen, die in Wien zusammentun, selbstverständlich auch eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei und dem LVT, weil dort, wo sozusagen Radikalisierung nicht mehr als Form von, ich weiß nicht, mehr oder weniger gewalttätiger Konfliktlösung an der Schule lösbar ist und ein wirkliches Problem oder eine Gefahr darstellt, da muss natürlich auch jene Einrichtung oder jene Einrichtungen mit dieser Gefahr umgehen, die uns als Staat oder uns als Gesellschaft schützen und ich glaube, dass es wirklich ein gutes Modell ist, das wir da in Wien gemacht haben, dass es im Wesentlichen auf einem Grundgedanken basiert, genau hinschauen und wirklich enges Zusammenarbeiten unabhängig von den unterschiedlichen Zugängen, weil es der sozialarbeiterische Zugang der Jugendarbeit ein anderes ist und auch sein muss als der der Polizei, ist ja nichts Böses, im Gegenteil, es ist dann stark, wenn es eine Zusammenarbeit gibt und auch ein klares Abgrenzen der sozusagen Einsatzgebiete und das funktioniert am Netzwerk der der Radikalisierung wirklich meiner Meinung nach als Best Practice. Danke. Die vierte Zusatzfrage stellt Frau Abgeordnete Schwarz, bitte. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Stadtrat, auch von meiner Seite vielen Dank für diese wirklich große und lange Ausführung, welche Projekte es in der Stadt gibt, die meiner Meinung nach, also wenn ich jetzt Ihren Worten richtig verstanden habe, sehr viel, aber auch auf Reaktion aufgebaut sind. Ich muss jetzt noch mal kurz auch vom Kollegen Aigner schon angesprochenes Interview oder Folgeinterview von der Frau Kollegin Wiesinger zurückkommen, die ja bei Addendum auch gesagt hat, dass das Problem Gewalt an Schulen und Islamisierung an Schulen sehr wohl in der SPÖ als auch in der Gewerkschaft bekannt sind, aber dass es anscheinend eine Order von der SPÖ Wien gibt, dieses Problem nicht proaktiv zu spielen, weil sich die ÖVP auf dieses Thema gesetzt hat. Das zweite ist, dass auch Biba 2016 ja in einem Bericht, wo sie mit 120 Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet haben, sehr wohl eine starke Islamisierung festgestellt haben und dann einen sehr langen Artikel über die Generation Haram geschrieben haben. Das heißt, irgendwo gibt es da sehr wohl einen Knackpunkt, wo entweder hat es mit der fehlenden Kommunikation zu tun, die es anscheinend zwischen Lehrer und Dienstgeber oder Lehrerinnen und Dienstgeber gibt, dass auf all diese Projekte nicht zurückgegriffen wird oder, so wie Sie auch selbst vorhin gesagt haben, passiert etwas in der Gesellschaft, wo einfach die Gewaltbereitschaft höher geworden ist, also dass man einfach kein Ende setzt, wie Sie vorher das Beispiel gebracht haben, wenn geprügelt wird, wird nicht aufgehört, wenn der andere am Boden liegt. Meine Frage ist jetzt, was macht denn oder was für einen Plan haben Sie denn jetzt oder auch der Stadtschulrat, dass man wirklich und zwar zeitnah auf all diese Sachen nicht nur reagiert und die Vorwürfe als auch Vorfälle reagiert, sondern wirklich, gestern haben wir darüber gesprochen, das hat nicht die Mehrheit gefunden, wie analog zur Verkehrserziehung, das in allen Schulen flächendeckend anbietet, ohne darauf zu warten, dass ein Vorfall oder ein Problem in der Schule ist. Herr Stadtrott, bitte. Also ich erspare Ihnen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit jetzt das noch einmalige Erzählen von vielen Dingen zum Thema Prävention, das ich am Anfang gemacht habe. Ich lade zum Nachlesen ein, gefühlsmäßig waren es zwei Drittel der Dinge, die ich gesagt habe oder eher mehr, die sich mit Projekten mit sehr, sehr viel Energie, die wir investieren im Zusammenhang mit Prävention steckt. Aber jetzt zu der eigentlichen Begründung der Frage, ich sage Ihnen ganz offen, mir geht das furchtbar am Nerv, ich zeige jetzt auch gar nicht mit dem Finger an, eine Person, ich will auch gar keine Strategie unterstellen, mag sein, dass es da eine gibt, wenn behauptet wird, es gebe irgendeine Order, irgendwas nicht zu sagen, Entschuldigung, ich war selber in diesem Staatsschuldrat, es ist, vielleicht ist es irgendeine Uhrzeit von irgendwo, aber, und ich kenne die Arbeitsweise von Herrn Staatsschuldheitspräsidenten immer, also, was das für eine Weltvorstellung ist von irgendeiner Order, wo irgendein Staatsschuldheitspräsident Schwierigkeiten nicht hören will oder die Tür zumacht, oder sonst irgendwas, ich meine, ist es nicht, ich habe diesen Weg nie bestritten, ich war selber in 200 Schulen, ich habe mich nie gescheut, davor ein Gespräch über Schwierigkeiten zu suchen, und wenn immer ich mit einer Konkreten konfrontiert war, war ich auch vor Ort, und das ist ja wahrscheinlich auch der springende Punkt, auch im Hinblick auf diesen konkreten Fall, ja, ganz offensichtlich gibt es dann, also ist da noch nicht genug getan worden, damit diese vielen Unterstützungssysteme auch dort ankommen, sonst würde die Kollegin nicht davon schildern, dass sie den Eindruck hat, bei ihr ist das nicht angekommen, also da muss man jedenfalls in diesem konkreten Fall hinschauen, das ist ja auch überhaupt, das ist ja relativ einfach, das sollte eigentlich, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass wenn welcher Lehrer immer eine Schwierigkeit aus seiner Sicht sieht, die man mit vielen Präventionsmaßnahmen oder auch reaktiven Maßnahmen mit Unterstützungssystemen regeln kann, dann werden wir, und dafür ist ja der Staatsschuld auch da, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, Sie wissen, da werden Ressourcen, da werden Ressourcen noch viel mehr gebraucht, reagieren und dahinschauen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch die Lanze brechen für die vielen tausend Lehrerinnen und Lehrer, die großartige Arbeit in unserer Stadt machen und die auch nicht deshalb nur großartig machen, weil sie so leicht ist, sondern weil sie ganz oft sehr wohl auch nach dieser Unterstützung suchen und sich gegenseitig unterstützen und das ist wichtig und soll auch weiter ausgebaut werden. also sozusagen da ist ein genaues Hinschauen im konkreten Fall sicher sinnvoll, so wie überall sonst auch in den hunderten Fällen, die jeden Tag im Staatsschuldrat bei der Schulaufsicht und so weiter genannt werden, wo gesagt wird, schau mal, da brauchen wir Hilfe, wie machen wir das? Aber es geht ja eben eigentlich nicht um einen Einzelfall, das war ja auch der Hintergrund ihrer Frage, sondern darum, was gibt es an zusätzlichen Strategien zu empfehlen, das es noch gibt und da freut es mich zu hören, dass auch der Staatsschulratspräsident ja schon angekündigt hat, er möchte intensive Gespräche führen mit Stakeholdern, mit Expertinnen, mit Experten, auch mit der Polizei, um sich an einem Tisch hinzusetzen und zu sagen, was haben wir jetzt, was können wir mehr machen, wie kann auch die Zusammenarbeit mit den Schulleiterinnen und Schulleitern vor Ort noch besser gestaltet werden. Insofern, also das ist jetzt sozusagen meine nachträgliche Zuweisungsankündigung des Antrags, der jetzt diskutiert worden ist, selbstverständlich geht es in diese Richtung weiter. Danke, Herr Stadträt. Die fünfte Anfrage wurde von Herrn Abgeordneten Wiederkehr gestellt und ist dann den Herrn Amtsführern Stadtrat der Geschäftsgruppe Entschuldigung, Bildung Entschuldigen Sie, Frau Stadträtin Ich habe überblättert. Ja, die vierte Anfrage genau, von der von Frau Abgeordnete Frühmesser gestellt, ist dann die Frau Amtsführer der Stadträtin der Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Frauen gerichtet. Entschuldigen, Frau Stadträtin, bitte um Ihre Beantwortung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, Frau Abgeordnete Frühmesser, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Basierend auf den vorläufigen Jahreszahlen, die endgültigen Zahlen für 2017 werden ja erst frühestens im April 2018 zur Verfügung stehen, haben im Vorjahr insgesamt 193.591 Personen Leistungen aus der Wiener Mindestsicherung bezogen und die Aufteilung beziehungsweise Verteilung auf Untergruppen gestaltet sich wie folgt 95.846 österreichische Staatsbürgerinnen, 16.696 andere EU-Staatsbürgerinnen, 53.628 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, 27.361 Drittstaatsangehörige sowie 60 Staatenlose. Die Anzahl der Bezieherinnen ist im Jahresvergleich relativ gleich hoch geblieben, aber in den letzten drei Monaten ist der Rückgang der Wiener Mindestsicherungsbezieherinnen in Wien sehr deutlich ausgefallen und die Zahl der Wiener Mindestsicherungsbezieherinnen verglichen mit dem jeweiligen Vorjahresmonat schauen so aus, dass im Dezember 2017 um 4.103 Personen oder 3,6 Prozent die Zahlen gesunken sind, im Jänner 2018 von 6.203 Personen, also 4,9 Prozent gesunken sind und im Februar 2018 um 10.117 Personen, also um 7,9 Prozent gesunken sind. Da sieht man den Rückgang der Bezieherinnen und Bezieher und weil es ja immer wiederum eine Debatte mit ihrer Fraktion gibt zur Begrifflichkeit der Staatenlosen, möchte ich das vielleicht auch gleich in der Beantwortung mit hinein verpacken. Gemäß § 5 des Wiener Mindestsicherungsgesetzes haben österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gleichgestellte Fremde mit regelmäßigen Aufenthalt in Österreich, wenn die Einreise nicht zum Zwecke des Sozialhilfebezugs erfolgt, ist einen Rechtsanspruch auf Mindestsicherung und erhalten diesen beim Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen eben zugesichert. Staatenlose Personen müssen demnach über eine entsprechende Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung verfügen, um gemäß § 5 des Wiener Mindestsicherungsgesetzes überhaupt zum anspruchsberechtigten Personenkreis zählen zu können. Bei der Antragstellung haben diese Personen selbstverständlich wie alle anderen Antragstellerinnen sämtliche Formalitäten zu erledigen, ihre Identität durch einen Lichtbildausweis nachzuweisen und darüber hinaus ist eine entsprechende Aufenthalts- und Niederlassungsberechtigung vorzulegen. Danke, Frau Stadträtin. Der erste Zusatzfrage stellt Frau Abgeordnete Mag. Emmerling, bitte. Guten Morgen, Frau Landesrätin. Danke für die genauen Zahlen, die wir da jetzt bekommen haben und Ausführungen. Meine Frage geht jetzt hin in Richtung der 18- bis 25-jährigen Jugendlichen. Das sieht das neue Mindestsicherungsgesetz ja vor, das hier gekürzt wird, beziehungsweise nur 50 Prozent ausbezahlt werden, wenn diese nicht entweder in eine Ausbildung kommen, eine Beschäftigung annehmen oder in einer Schulung sind. Gibt es da bereits erste Erfahrungen oder können Sie berichten darüber, ob diese Änderungen im Mindestsicherungsgesetz dazu geführt haben, dass es zu einem Anstieg bei Schulungen oder Ausbildungen gekommen ist? Frau Stadträtin. Ja, danke für diese Frage. Wir sind ja im ersten Quartal der Wiener Mindestsicherung und hier jetzt eine seriöse Auskunft darüber zu geben, ist eigentlich nicht möglich. Also das mache ich jetzt nicht. Ich habe hier keine Zahlen für Sie, aber Sie sprechen hier einen ganz wesentlichen Punkt an. Wir haben das Wiener Mindestsicherungsgesetz genau so aufgestellt, dass wir gesagt haben, das Kernstück ist die Arbeitsmarktintegration und da haben wir einen Fokus auf zwei besondere Gruppen. Auf die Gruppen der über 50-Jährigen und auf die Gruppe der bis 25-Jährigen. Wenn jetzt diese Arbeitsmarktkürzungen, wo man nicht genau sagen kann, wie sie sich jetzt tatsächlich auswirken werden, ich schätze mal, dass wir da Ende des Monats erst wirklich einen Überblick darüber haben, was diese Kürzungen letztendlich bedeuten werden. Aber wenn diese Kürzungen kommen, dann befürchte ich, dass natürlich diese AMS-Kürzungen zu Lasten der Mindestsicherungen passieren werden, weil wir eben die Angebote in der Form nicht so zur Verfügung haben werden, wie wir sie brauchen, um eine wirklich gute Arbeitsmarktintegration gewährleisten zu können. Und das heißt, man verstellt sozusagen die Perspektive dieser jungen Menschen eben über diese Maßnahme der Arbeitsmarktkürzungen, obwohl wir die Perspektive mit der Wiener Mindestsicherung aufgemacht haben. Wo sich da jetzt sozusagen die Katze in den Schwanz beißt, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass das genau für diese Gruppe ganz massive Auswirkungen hat. Und wenn man dann noch sich das im Gesamtkonzert anschaut, mit den Kürzungen, die auch angekündigt sind im Integrationsbereich, dieses Integrationsjahr zurückfahren, etc., etc., dann hat das alles massive Auswirkungen auf die Perspektiven von jungen Menschen in Richtung ihrer eigenständigen Existenzsicherheit. und das ist wirklich politisch massiv abzulehnen und da müssen wir uns gut anschauen, wie wir mit dem letztendlich auch umgehen. Gut ist nur, dass der Verfassungsgerichtshof mittlerweile eben beschieden hat, dass Deckeln und Kürzen nicht der richtige Weg ist. Die zweite Zusatzfrage stellt Frau Abgeordnete Korosek. Ja, guten Morgen, Frau Landesrätin. Frau Landesrätin, ich würde Ihnen empfehlen, warten Sie einmal ab, bevor Sie jetzt schon Szenarien da finden, dass hier den Jugendlichen geschadet wird, dass bei der Mindestsicherung geschadet wird. Warten Sie einmal ab, ja, das würde ich Ihnen sehr empfehlen. Aber meine Frage geht in eine andere Richtung. Der designierte Bürgermeister Michael Ludwig hat im Jänner eine bemerkenswerte Aussage gemacht und vor allem hat er gemeint, er kann sich eine Wartefrist bei der Mindestsicherung vorstellen und er hat wörtlich, sagte er, ich vergleiche das mit einer Supermarktkasse. Man muss sich hinten anstellen. Das war ein Interview im Standard vom 19. Jänner. Ich möchte Sie fragen, weil ich bei Ihnen immer andere geortet habe, andere Interessen, diesbezüglich, wie stehen Sie zu dieser Aussage? Gibt es schon Planungen? Wird sich da irgendetwas verändert? Wie sehen Sie das? Frau Stadträtin? Erstens einmal brauche ich nicht abwarten, denn wenn wir uns anschauen, was jetzt schon angekündigt worden ist bei der Rücknahme der Aktion 20.000, wo ganz, ganz viele Menschen über 50 ihre Perspektiven verloren haben, Hoffnungen verloren haben, das haben wir hier in diesem Haus schon diskutiert miteinander, wo Leute erstmals wieder eine Chance gehabt haben auf Arbeitsmarktintegration, speziell Frauen. Da haben Sie damals argumentiert, na bitte, das wäre ja auch nur eine Anstellung vielleicht für ein, zwei Jahre, aber was das alleine für den Pensionsanspruch dieser Frauen bedeutet, das haben Sie nicht eingebracht in die damalige Debatte. Und wenn man jetzt sich anschaut, was vorgehabt wird oder was man sich vorgenommen hat bei den Kürzungen der überbetrieblichen Ausbildung, da brauche ich nicht abwarten, was kommen wird, das kann ich mir schon alles sehr, sehr gut vorstellen. Und das hat eben einen ganz starken Zusammenhang mit unserer Wiener Mindestsicherung. Wenn es um die soziale Absicherung geht, wenn es um das Knüpfen des letzten sozialen Netzes geht und man kürzt dort und da, dann hat das natürlich alles miteinander Auswirkungen. Und zu Ihrer Frage, wir haben hier in dieser Stadt natürlich sehr intensiv darüber diskutiert, wie stellen wir die neue Wiener Mindestsicherung auf, nachdem der Bund damals eben die Vereinbarung, die gemeinsame Vereinbarung gekappt hat. Wir haben uns damals sehr bewusst gegen eine Wartefrist entschieden, weil wir auch mit der Koalitionspartnerin gemeinsam verhandelt haben und gesagt haben, okay, wie organisieren wir dieses Modell. Und jetzt ist es noch dazu so, dass die Rechtsprechung vom Verfassungsgerichtshof uns eindeutig sagt, Deckeln, Kürzen, Warten ist nicht. Und deswegen wird es auch keine Veränderung in der Wiener Mindestsicherung geben. Die dritte Zusatzfrage stellt Frau Abgeordnete Hebein. Ich darf die Damen und Herren Ihnen hinter und neben dem Bank rein nur bitten, den Lernpegel etwas zu senken. Bitte, Frau Abgeordnete. Vielen Dank. Guten Morgen, Frau Landesrätin. Ich bedanke mich für Ihre Ausführungen und teile auch Ihre Einschätzung. Es ist höchst bedauerlich, dass hier die ÖVP in Wien eher auf FPÖ-Kurs ist. Es gibt aber auch andere Stimmen, und zwar aus Vorarlberg und Tirol. Da hat die ÖVP klar festgestellt, dass sie keine Wartefrist will, keine Ungleichbehandlung. Gestern hat Herr Minister Platter gemeinsam mit den Grünen verkündet, die Mindestsicherung erhöhen zu wollen. Also es gibt auch vernünftige Stimmen. Daher meine Frage, wie sehen Sie jetzt, oder wie ist Ihre Einschätzung, dass man es vielleicht doch zu einer bundesweiten, einheitlichen Lösung schafft, nach Vorbild von Wien. Der Rot-Grüne Weg ist ja jetzt auch, wie Sie schon erwähnt haben, vom Verfassungsgerichtshof eindeutig bestätigt worden. Frau Statterin. Ja, wir haben ja jetzt im nächsten Monat eine Sitzung der Landessozialreferentinnen, die Landessozialreferentinnenkonferenz, und wir haben dort miteinander schon einmal besprochen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, hier aus dieser Runde noch einmal einen Vorstoß zu machen in Richtung einer bundesweitenheitlichen Regelung. Es gibt in Vorarlberg gutes Modell, es gibt in der Steiermark ein Modell, wo man stark auf Sachkosten gesetzt hat, und wir haben unser Modell, und wenn man die mal zusammenlegt und sich auch entlang dem bewegt, was jetzt auch in dem Verfassungsgerichtshofsurteil drinnen steht, würde ich das sehr begrüßen. Schon auch allein im Hinblick darauf, was wir vorher besprochen haben, wenn Arbeitsmarktkürzungen kommen, wenn Kürzungen im Integrationsbereich kommen, dann hat das natürlich massive Auswirkungen auf die Mindestsicherungen, nicht nur in Wien, denn das geht einfach zu Lasten der Mindestsicherungsmodelle in den Ländern. Und der Bund spart da de facto am Kopf der Länder, und das müssen wir uns nicht gefallen lassen, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich glaube, mit unserem Modell wirklich auch ein Best-Practice-Modell einbringen kann in so eine bundeseinheitliche Lösung. Denn wir haben auf der einen Seite natürlich die Umwandlung auch gemacht in Richtung Sachkosten, aber wir haben auf der anderen Seite ja auch sehr stark präzisiert, auch geschärft, die Pflichten der Mindestsicherungsbezieherinnen und Bezieher, die Sanktionen, aber wir haben natürlich eben auch den Bonus eingeführt, mit diesem Integrationsbonus und mit dem Integrationsbonus Plus. Und das halte ich für ein ausgesprochen gutes und taugliches Modell. Die vierte Zusatzfrage stellt Frau Abgeordnete Frühmesser. Morgen, Frau Landesrätin. Danke für Ihre Beantwortung. Der Anstieg der Mindestsicherungsbezieher ist alarmierend. Und die Ausgaben für die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist vergleichsweise zu den anderen Bundesländern in Wien massiv. Daher meine Frage, gibt es schon irgendwelche Berechnungen, wie sich der Familiennachzug auswirken wird finanziell auf die Stadt Wien? Frau Stadträtin. Da muss man vielleicht einmal noch einmal zurückschauen auf meine Anfragebeantwortung, wo ich Ihnen beschrieben habe, wie die Mindestsicherung zurückgeht. Allein im Vergleichsraum Februar schon um 7,9 Prozent. Ich bin davon überzeugt, dass ich dieser Weg fortsetzen würde, wenn jetzt nicht die Arbeitsmarktkürzungen kommen würden. Und was mir auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, Sie darauf hinzuweisen, wann bekommen zugezogene Migrantinnen und Migranten oder geflüchtete Menschen tatsächlich Mindestsicherung. Sie bekommen es erst dann, wenn Sie einen positiven Bescheid haben, entweder als subsidiär Schutzberechtigte oder Asylberechtigte. Das muss vorhanden sein, um überhaupt einmal in den Mindestsicherungsbezug zu kommen. Und wo wir das größere Problem haben, glaube ich, ist, dass aufgrund dessen, dass ja Asylwerbende Personen ausgeschlossen sind von Schulungsmaßnahmen, ausgeschlossen sind von, also nicht von allen Schulungsmaßnahmen, aber die, die es gibt, die werden ja jetzt reduziert, aber auf jeden Fall ausgeschlossen sind vom Arbeitsmarkt, erst ab dem Zeitpunkt, wo Sie den positiven Bescheid haben, überhaupt eine Chance haben auf die Arbeitsmarktintegration. Und dort ist in Wirklichkeit die große Herausforderung, wie können wir hier arbeitsmarktintegrativ wirken, damit die Leute gar nicht erst in der Mindestsicherung landen. Noch einmal, ich habe diese Prognose jetzt nicht, ich muss mich erkundigen, ob es solche Prognosen überhaupt gibt, aber noch einmal darauf hingewiesen, derzeit haben wir einen Rückgang in der Mindestsicherung von 7,9 Prozent. Und ich glaube, das liegt in allererster Linie daran, dass wir ein Wiener Mindestsicherungsmodell geschaffen haben, das eben auf die Integration, auf die Aus- und Weiterbildung setzt und nicht auf eben dieses ausschließende Kriterium. Danke, Frau Stadträtin. Wir kommen nun zur fünften und letzten Anfrage. Sie wurde von Herrn Abgeordneten wiedergeher gestellt und ist an den Herrn Amtsführenden Stadtrat der Geschäftsgruppe Bildung, Integration, Jugend und Personal gerichtet. Bitte, Herr Stadträtin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, lieber Herr Abgeordneter, wie die nicht bildungspolitischen Interessierten vorher leidend ertragen müssen, kann eine Anfragebeantwortung von mir sehr lang sein, wenn ich davon berichte, was in unserer Verantwortung alles passiert und auch eben, wie gesagt, zu verantworten ist in dem konkreten Fall. Da geht es um den Paragraf 10, Absatz 6 StGB. Reden wir von einer Sache, die im Grunde ausschließlich auf Bundesebene auch zu regeln oder zu verbessern ist. Daher wird es jetzt deutlich knackiger. Worum geht es im Paragraf 10, Absatz 6 des Staatsbürgerschaftsgesetzes? Der regelt den Erwerb österreichischer Staatsbürgerschaften im besonderen Interesse der Republik und dafür gibt es eine Bedingung und das ist der vom Fremden bereits erbracht, also es ist die Verleihung wegen der vom Fremden bereits erbrachten und von ihm noch zu erwartenden außerordentlichen Leistungen im besonderen Interesse der Republik. Das wurde mit einem Ministerratsbeschluss 2014, am Februar 2014, bezüglich eines Kriterienkataloges konkretisiert. Also diese Leistungen müssen weit über dem Durchschnitt im jeweiligen Bereich liegen und des Weiteren muss die Verleihung der Staatsbürgerschaft aufgrund dieser Leistungen überdies dem besonderen Interesse der Republik dienen. Und in diesem Zusammenhang muss grundsätzlich eine Begründung beziehungsweise schriftliche Darstellung bei den zuständigen Fachministern, Fachministerinnen, eingeholt und eben an das BMI übermittelt werden. Und genau der wird präzise ausgeführt, worin genau eben diese Ausordentlichkeit liegt, worin genau die noch zu erwartenden Leistungen der Person liegen und welche Umstände daher das staatliche Interesse an genau einer solchen Einbürgerung begründen können. Was die Vollzugsbürger der Länder damit zu tun haben, nun in unserem Fall die MH35, die sind formal für die Verleihung nach § 10 Absatz 6 zuständig. Die inhaltliche Entscheidung, die liegt aber einzig und allein bei der Bundesregierung. Also wenn eine Person eine solche Verleihung anstrebt, dann bietet die MH35er Informationsgespräche an, prüft die formalen Voraussetzungen, zum Beispiel, ob ein Hindernisgrund, eine rechtskräftige Verurteilung oder Ähnliches vorliegt und entscheiden, beziehungsweise die inhaltliche Begründung liegt auf Bundesebene. Seit 2014 werden die Prüfergebnisse vom BMI direkt bei den Fachministern eingeholt und übermittelt. Davor, und der konkrete Fall ist ja aus der Zeit davor, war es noch so, dass die Anträge unmittelbar durch die MH35 an die zuständigen Fachminister übermittelt wurden, für die Stellungnahmen und dann mit den Stellungnahmen ans BMI. dieser Prozess ist wie gesagt seit 2014 ausschließlich im BMI. Und aus diesem Grund sind natürlich Forderungen, wie auch die angesprochenen, an direkt an das BMI und an die Bundesregierung zu richten. Ich möchte aber nicht umhinkommen, um zu sagen, dass es selbstverständlich auch in meinem Sinn und in meinem Interesse ist, auch in dem von Wien, dass wir hier größtmögliche Transparenz an den Tag legen. Die erste Zusatzfrage stellt Herr Abgeordneter Dr. Ulm, bitte. Ja, guten Morgen, Herr Stadtrat. Ein großes Thema in der Öffentlichkeit waren die Doppelstaatsbürgerschaften. Sie haben uns mitgeteilt, dass es 18.000 Verdachtsfälle gibt, wo die Möglichkeit besteht, dass Personen, sowohl die türkische als auch die österreichische Staatsbürgerschaft rechtswidrigerweise besitzen könnten. Sie haben auch gesagt, dass bereits viele dieser Verdachtsfälle in Bearbeitung genommen worden sind. Können Sie mir heute sagen, wie viele Verfahren bereits abgeschlossen worden sind und in wie vielen Fällen es zu einer Aberkennung der Staatsbürgerschaft gekommen ist? Herr Stadtrat, bitte. Es sind 12.239 Verfahren in Bearbeitung und vier Bescheide erlassen worden. Und am 19.03. fand eine erste Verhandlung betreffend solcher Bescheide am Verwaltungsgericht statt. Die zweite Zusatzfrage stellt Herr Abgeordneter Dr. Aigner, bitte. Ich danke für die Antwort. So, damit kommen wir zur dritten Zusatzfrage, die gestellt wird von Herrn Abgeordneten Wiederkehr. Vielen Dank für die Beantwortung. Ein anderer Fall aus der MA35 ist ja die Zuerkennung der Rot-Weiß-Rot-Karte. Gab es ja vor zwei Wochen auch einige sehr, sehr skurrile Fälle, dass IT-Spezialisten mit über zehn Angestellten, die wirklich sehr spezifische Leistungen bringen, einen negativen Bescheid bekommen haben und die Rot-Weiß-Rot-Karte nicht bewilligt bekommen haben und dann in die Instanz gehen mussten. Haben Sie sich die Fälle genau angesehen und wird es zu Veränderungen im Prozess innerhalb der MA35 kommen, gemeinsam mit dem AMS oder wie ist hier der Stand? Bitte, Herr Stathrat. Die konkreten Fälle haben wir noch nicht genauer angesehen. Können wir in den nächsten Wochen gerne nochmal drüber reden. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich und das ist auch der Grundgedanke der Rot-Weiß-Rot-Karte meiner Meinung nach natürlich unser Interesse sein muss als österreichische Republik, dass wir durch dieses Mittel Arbeitskräfte in Bereichen bekommen und Arbeitskräfte für die Wirtschaft sozusagen bekommen, wo sie dringend gebraucht werden. In dem konkreten Fall schaut das Ganze danach aus und das ist ein Beispiel für Regelungen, die es in unserer Republik gibt, die insbesondere gerade diesen Bereich der geregelten Einwanderung über die Rot-Weiß-Rot-Karte regeln, die sehr rigoros sind und meiner Meinung nach nicht den Zweck erfüllen. Das muss man sich genau anschauen, weil es überhaupt nur mehr ein sehr, sehr geringer Teil an den Menschen, die zu uns kommen, wir haben das beim Integrationsmonitor ja auch genau gesehen und diskutiert, ist der überhaupt die Rot-Weiß-Rot-Karte kommen. Wenn das jetzt aber der Bereich ist, wo wir sagen, da sucht sich, da passiert geregelte Zuwanderung, da sucht sich die Republik aus, wenn sie braucht, dann ist jeder Fall, der zeigt, das hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert, weil es eindeutig jemanden betrifft, der am Arbeitsmarkt wichtige Kenntnisse sozusagen einbringen kann, ein Grund, nochmal drauf zu schauen und vielleicht auch gemeinsam an einer Reform zu arbeiten. Im Konkreten ist natürlich die Behörde immer daran gebunden, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es gibt, auch zu vollziehen. Und daher ist es vermutlich eher eine Auseinandersetzung, eine gemeinsame, eine hoffentlich ruhige und durchaus am Anlass Lernende, wie man diese gesetzlichen Rahmenbedingungen besser gestalten kann. Danke, Herr Stadtrat. Die Fragestunde ist damit beendet und wir kommen nun zur aktuellen Stunde. Der ÖVP-Club der Bundeshauptstadt Wien hat eine aktuelle Stunde mit dem Thema mehr Kontrollrechte angesichts der rot-grünen Skandalpolitik gegen die Bremser SPÖ und Grüne in der Wiener Landesregierung verlangt. Das Verlangen wurde gemäß § 39 Absatz 2 der Geschäftsordnung ordnungsgemäß beantragt. Ich bitte nun den Erstredner, Herrn Abgeordneten Mag. Juratzka, die aktuelle Stunde zu eröffnen, wobei ich bemerke, dass seine Redezeit mit zehn Minuten begrenzt ist. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, die aktuelle Stunde meiner Fraktion einleiten zu dürfen, weil es geht in der Tat um zwei ganz wesentliche Themen in dieser Stadt. Einerseits, dass die große Anzahl an Skandalen, die wir in den letzten Monaten und Jahren erleben müssen, einer massiven Kontrolle hart und zweitens, dass es ganz sicher nicht sein kann, dass sich die rot-grüne Stadtregierung selbst den Kontrolleur macht. Und lassen Sie mich vielleicht ein bisschen weitschweifend einleiten. für mich ist es wirklich schön, in dieser Stadt zu leben, in einer Stadt mit christlich-jüdischen Wurzeln. Einerseits, weil man daraus weiß, welche Traditionen, welche Kultur man verteidigen möchte. Andererseits auch, weil sie diese Sprache ganz massiv geprägt haben und es großartige Begriffe gibt, die wir auch diesen jüdischen Wurzeln verdanken. Beispielsweise das Wort Kutzpe. Und das Wort Kutzpe ist mir bei der aktuellen Stunde des gestrigen Tages mehrfach durch den Kopf geschossen. Ich habe mich aber im Vorfeld schlau gemacht und eine genaue Definition dieses Wortes gesucht. Es ist eine Mischung aus zielgerichteter intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderständlicher Dreistigkeit. Und jetzt bin ich bei Ihnen, der Klubobmann Ellenson, bei Ihrer Wortmeldung und der von Klubobmann Ochsonitsch bei der gestrigen Aktuellen Stunde, als man wirklich der Meinung war, Rot-Grün möge Rot-Grün zu den Spielregeln von Rot-Grün kontrollieren und es für angemessen erachtet, dass eine Kommission dann vorbei ist, wenn Rot-Grün das für sinnvoll erachtet und ein Endbericht vorgelegt wird, der von Rot-Grün diktiert wird. So, meine Damen und Herren, ist das Kontrollverständnis von Rot-Grün in dieser Stadt. Und wenn wir von besonders dreist reden, was die gestrige Aktuelle Stunde betrifft, dann, ja, ich bin wieder bei Ihnen, Herr Klubobmann Ellenson, dann Ihre Wortmeldung, dass Sie ja beides können, Kontrolle und Regieren und daher doch praktischerweise auch gleich beides wahrnehmen werden. Und ich habe mir gedacht, Sie sind ja sehr oft gerne hier an diesem Rednerpult und erklären den staunenden Zuhörern, dass es ja unter Rot-Grün nie oder vor allem unter Grün nie Skandale geben kann. Krafterklärung der Grünen Fraktion schon und ich frage mich, wer hat eigentlich während dieser Rot-Grünen Zeit der Stadtregierung, also seit 2010, wer hat die billigen Dienstwohnungen, die das KV-Management ungerechtfertigt bezogen hat, wer hat das aufgedeckt? Wie hat die Kontrolle da ausgesehen und hat es politische Konsequenzen gegeben? Also meine Damen und Herren, Ihre Fraktion, haben das nicht aufgedeckt. Wer hat die Problematik von Gangbetten aufgedeckt? Rot-Grün? Leider nein. Wer hat die Probleme bei der Albert-Schulz-Halle aufgedeckt? Rot-Grün? Nein. Wer hat die rollierenden Frankenkredite thematisiert und gab es politische Konsequenzen? Von Rot-Grün nur Worte der Entschuldigung. Wer hat sich zu dem Thema der islamischen Kindergärten ganz stark zu Wort gemeldet und Kontrolle wahrgenommen? Rot-Grün? Wohl nicht. Wer hat sich bei den Wiental-Terrassen, bei einer unglaublichen Steuergeldverschwendung, Terrassen, die im Winter gesperrt sind, weil sie gar nicht zu betreten sind, wer hat das aufs Tableau gebracht? Wer hat die Kontrolle wahrgenommen? Wer hat reagiert? Und gab es politische Konsequenzen? Rot-Grün war keine Kontrollinstanz. Wie war das beim Heimskandal auf dem Wilhelminenberg? Wart ihr da wirklich Kontrollinstanz? Bei den dubiosen Grundstückstransaktionen Semmelweis Klinik? Bei dem 3 Millionen Euro Inserat der Grünen bei der Marihilfestraße? Wart ihr der Kontrollinstanz? Meine Damen und Herren, wenn diese Stadtregierung meint, Kontrolle für ihr eigenes Tun und Handeln übernehmen zu wollen, dann habe ich große Sorge. Und meine Damen und Herren, kommen wir zum konkreten Anlassfall, zu der Untersuchungskommission beim Krankenhaus Nord. Wenn man sich hier ansieht, wie die Wiete über Jahre gelaufen ist und dann plötzlich gibt es wieder nur Wortmeldungen wie von jemandem, der sich eigentlich schon über Monate nicht zu Wort gemeldet hat und der jeden Trappisten Mönchen als geschwätzig im Vergleich hinstellen würde, nämlich den Michael Häupl, der gestern frei nach einem William-Shakes-Pier-Drama Julius Cäsar meint, aber Sandra Fraunberger macht einen ehrenwerten Job. Meine Damen Herren, wie es in der Tat bei diesem Spital aussieht und um Ihnen zu zeigen, wie die Kontrollfunktionen von Rot und Grün in dieser Causa wirklich gehändelt sind, lasse ich einfach Sie, meine Damen und Herren, reden. Presseaussendungen von SPÖ-Politikern und der Stadt Wien. Da gibt es vielleicht zum Beispiel aus dem Jahr 2008 etwas, was wir uns durchaus auch politisch noch anschauen sollten, eine Presseaussendung des damaligen Floridsdorfer Bezirksvorstehers Lena, wo er sich irrsinnig darüber freut, dass die U6 zum Krankenhaus Nord verlängert wird. Ein Aspekt, den man mitunter sogar ein wenig vergisst. Dann haben wir hier eine Aussendung der Stadt Wien, des Krankenanstalten Verbundes vom 30. Juli 2009. Ich zitiere wörtlich, erste Baukostenschätzungen für ein 450-Betten-Spital lagen bei 300 Millionen Euro. Für das jetzt geplante Spital mit rund 850 Betten wurden Baukosten in der Höhe von 605 Millionen Euro geschätzt. Diese Schätzungen sind nach wie vor realistisch. Juli 2009 605 Millionen. Im Dezember 2010 Krankenhaus Nord als Vorbild in Nachhaltigkeit und öffentlicher Beschaffnung. Die Stadt Wien zeichnet sich selbst aus. So schaut die Kontrolle Ihrer beiden Fraktionen aus, meine Damen und Herren. Kommen wir zum September 2012. Häupl, Wesseli und Marold legen den Grundstein für das Krankenhaus Nord und sagen in der dazu ausgesandten Pressemitteilung im September 2012 bis 2015 entsteht hier das modernste Spital Wiens. Und weiter sind auch hier die Kostenschätzungen wie bereits zuerst genannt mit 605 Millionen angegeben. Dann Krankenhaus Nord September 2013 der Rohbau steht. Auch hier nichts von Kostenexplosion nichts von zeitlicher Verzögerung. Während die Opposition während die Volkspartei bereits 2009 in Person unserer Gesundheitssprecherin Ingrid Korosek darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier ein Fass ohne Boden droht und einen Sondergesundheitsausschuss einberufen hatte. Und auch ich habe mir im Mai 2014 erlaubt darauf hinzuweisen, dass ohne Mut zur Wahrheit ein Milliardengrab kaum noch zu verhindern sein wird. Und was war ihre Reaktion seitens der Sozialdemokratie? Kollege Kurt Wagner, du sitzt mir gerade so nett gegenüber und hörst zu. Der Abgeordnete Wagner hat im Sommer 2014 als jeder in dieser Stadt schon wusste, dass dort ein Fiasko drohen wird. hat er in einer Aussendung erklärt, SP Wagner zum Krankenhaus Nord, durchsichtiger Skandalisierungsversuch seitens der ÖVP. Die Stadt realisiert hier in vorbildlichster Weise ein Vorzeigeprojekt. Das Budget ist mit 954 Millionen, also 300 sind schon damals dazukommen, keiner weiß warum. Das Budget ist mit 954 Millionen transparent seit jeher kommuniziert und es hält, steht hier. Dass die ÖVP die auch am Bau existierende Inflation an Kostensteigerung verkaufen will, ist ein durchsichtiger Versuch der Skandalisierung. Soweit eure Kompetenz, was Kontrolle angeht. Und statt hier dankbar zu sein, wenn die Opposition Arbeit macht in der Demokratie wichtig ist, versucht man hier mit einer Untersuchungskommission nach eigenen Spielregeln Tarnen, Täuschen und Tricksen weiterzuführen. Das ist der demokratischen Entwicklung in dieser Stadt unwürdig. Dankeschön. Als nächster Redner zum Wort gelendet ist Herr Abgeordneter Wiederkehr und ich bringe für diese und weitere Wortmeldung in Erinnerung, dass sich die Damen und Herren Abgeordneten nur einmal zum Wort melden dürfen und ihre Redezeit nunmehr mit fünf Minuten begrenzt ist. Vielen Dank Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über die aktuelle Stunde zu mehr Kontrolle zu weil das ist genau das, was diese Stadt braucht. Die rote machtversessene Partei hier in diesem Rathaus gemeinsam mit dem grünen Beiwagerl, was früher mal kontrolliert hat, jetzt überall mit vertuscht, ist mehr Kontrolle ganz, ganz wichtig und wenn nachher kommen wird, die Stadt sei ja so transparent, dann glaube ich an dieses Märchen nicht, weil wenn die Stadt so transparent ist, warum wird dann die Transparenzdatenbank nicht befüllt? Wenn die Stadt so transparent ist, warum gibt es keine klaren Richtlinien beim Verkauf von Grundstücken? Und wenn die Stadt so transparent ist, warum gibt es so viele intransparente Direktvergaben? Wir die Stadt intransparent arbeitet und es hier eine starke Kontrollpartei braucht und starke Kontrolle ausgeführt werden muss. Darum freuen wir uns natürlich beim Untersuchungsausschuss dabei zu sein, um hier auch einen Beitrag zur Kontrolle zu bringen im Bereich der Untersuchungskommission des Krankenhaus Nord. Natürlich ist es suboptimal, dass hier von Rot-Grün dargestellt wird, Rot-Grüner Versäumnisse zu kontrollieren und auch wir würden uns wünschen, dass die Minderheitenrechte in diesem Ausschuss stärker werden, in dieser Kommission verstärkt werden. Allerdings können wir im Rahmen der Kommission als Kontrollpartei einen Beitrag leisten, um ein bisschen aufzudecken. Aber in ganz, ganz vielen anderen Bereichen ist die Stadt intransparent und braucht es mehr Kontrollrechte. Beispiel der Anfragen. Ich habe mir vor kurzem angesehen, die Anfragen, die ich bisher in den zweieinhalb Jahren eingebracht habe, wurden ungefähr 50 Prozent nicht zufriedenstellend beantwortet. Das ist ein Bereich, wo die Kontrollrechte von mir als Oppositionsabgeordneten eingeschränkt werden. Und wir haben leider keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Das heißt, hier wäre es ganz, ganz wichtig, dass wir anfragen, die nicht ordentlich beantwortet werden, und davon gibt es ganz, ganz viele, dass wir diese auch hier im Plenum behandeln können, damit es eine Öffentlichkeit dafür gibt, warum manche Anliegen einfach nicht beantwortet werden. Und da sind Kleinigkeiten dabei, wie wie viele Schautafeln von Uli Simmer gibt es, wo wir keine Antwort bekommen und uns selber auf die Suche machen müssen, um zu zählen, wie viele Schautafeln es denn gibt. Ganz viele andere Bereiche, wo unsere Kontrollrechte eingeschränkt werden. Zum Beispiel im Bereich Schulen, Schulenbilanz zur Stadt, wo es noch immer nicht klar ist, was zählt dann eigentlich alles, weil hier auch weiter vertuscht wird durch ausgelagerte Schulen und ausgelagerte Unternehmen. Und hier wäre es auch wichtig, dass man ein Fragerecht hätte für die ausgelagerten Unternehmungen und auch die Kompetenz des Stadtrechnungshofs erweitert wird. die Prüfmöglichkeit erweitert wird, weil genau diese Kontrollmöglichkeit gemeinsam mit der Opposition die Stadt voranbringen würde und die Stadt auch sparsamer aufstellen würde. Im Bereich der Werbekosten sehen wir auch, dass wir bis heute nicht klar beurteilen können, wie viel denn wirklich ausgegeben wird für Werbung in dieser Stadt, weil auch hier Vorgaben umgangen werden oder vertuscht werden, wie zum Beispiel die Aufträge unter 5000 Euro, die zuhauf geschehen, die auch nicht transparent aufgelistet werden. Und da sehen wir massive Missstände grundsätzlich bei der Offenlegung von Förderungen, wie man auch an der Nichtbefüllung der Transparenzdatenbank sieht. Wenn die Stadt so transparent ist, dann bitte bekennen Sie sich dazu, auch die Transparenzdatenbank zu befüllen, weil die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht zu wissen, wo die Förderungen hingehen und genauso gut haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht zu wissen, welche Studien mit Steuergeld finanziert worden sind, die noch immer unter Verschluss gehalten werden. Es werden zahlreiche Studien unter Verschluss gehalten, wenn dann die Ergebnisse für diese rot-grüne Stadtregierung nicht passen. Hier müssen wir viele Maßnahmen setzen. Wir als NEOS bemühen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten für Kontrolle zu sorgen und decken auch weiterhin Missstände von Rot-Grün auf. Als nächster Redner ist Herr Abgeordneter Ellensohn zum Wort gemeldet. Bitte dann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Titel ist ja recht harmlos, mehr Kontrollrechte angesichts der rot-grünen Skandalpolitik gegen die Bremser in der Wiener Landesregierung, mehr Kontrollrechte. Jetzt haben wir gerade die Gelegenheit, heute, kommt noch im Lauf des Tages, Kontrollrechte, Kontrollmöglichkeiten auszuweiten, nämlich Bestreben von Rot und Grün, alle Fraktionen mögen teilnehmen können, wenn eine Untersuchungskommission eingerichtet wird. Das ist, glaube ich, eines der ganz zentralen Rechte. Bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Weil dann nutzt der Rest nichts an Rechten, die die Leute haben, die drin sind, wenn ich nicht dabei bin. So, Rot und Grün wollen das, legen das auch vor und ich höre, das wird so sein, dass wir das heute nicht beschließen können, weil wir gerade zwei Drittel Mehrheit haben dafür in dem Raum. Sollte eigentlich einstimmig sein. So, jetzt vergleichen wir einfach, weil ich bin immer dafür, dass die Kontrollrechte ausgebaut werden. Wir haben im Vergangenen, in den vergangenen Füßen einen Stadtrechnungshof verbessert. Alle waren der Meinung, das war Verbesserung, das kriege ich immer Luft nach oben, weil perfekt ist das Leben ganz selten, aber wir haben in den letzten Jahren Verbesserungen durchgeführt. Seit gestern gibt es neue Spielregeln, nur damit wir einen Vergleich haben. Regierende haben offensichtlich immer und überall, vor allem die Fraktionen, die glauben, dass das naturgesetzlich immer so sein wird. Niederösterreichische ÖVP zum Beispiel, Radlberger ÖVP, die Wiener Sozialdemokratie geht auch davon aus, dass sie immer in der Regierung sind. Das ist logisch. Na, die ganzen großen Parteien quer über Österreich, die halt immer Erster sind oder fast immer, wir haben ja nicht so viel Wechsel in der Farbe der Landeshauptleute, glauben, das wird immer so sein und dort ist schwierig. Niederösterreich, gestern, neue Regeln, wie heißen die neuen Regeln für genau selbe, was wir hier beschließen, wo wir heute verbessern. In Niederösterreich dürfen in diesem Untersuchungsausschuss nur die drei Regierungsfraktionen sitzen. Kein Platz für die Neos, kein Platz für die Grünen. Die drei regierenden Fraktionen dort sitzen alleine in einem Untersuchungsausschuss. Wer leitet den Untersuchungsausschuss in Niederösterreich? Der Landtagspräsident himself. Wer macht es hier? Nein, Richter und Notare, in Amting, Kugel, Zufallsentscheid. sauberer Unterschied. Bei allen Verbesserungsmöglichkeiten in diesem Haus sauberer Unterschied. Im Bund haben wir jetzt gerade eingebracht von der Sozialdemokratie und abgedreht von den Regierungsfraktionen Untersuchungsausschuss zum BVT. Nein, nur dass wir Vergleiche haben. Ich bin weit davon entfernt zum Sagen, das Leben ist perfekt hier oder anderswo. Aber auf dem Weg auf dem Weg es richtig zu machen sind halt wir wesentlich weiter. Heute würden wir gerne einen zusätzlichen Schritt machen. So und in den ganzen Sitzungen, die hier auch Thema waren, in denen gesprochen wird über weitere Verbesserungen, wo ja SPÖ und Grüne offen sind, sind ein paar Punkte halt offen, ich nehme nur an. Zeuginnenladungen, Änderungen, Verbesserungen, ja, gibt aber keine Einigkeit, nicht nur zwischen Regierung und Opposition, sondern auch nicht bei der Opposition selber. So einfach ist es halt nicht. Es ist ein Thema, das dort besprochen wird, offen ist, es wird zu einer Verbesserung kommen. Soll das am Schluss heißen, jeder darf eine Liste schreiben, wo er 100 oder 1000 Leute aufgeschreibt, alle müssen kommen, glaube ich nicht, werden alle eine Praktikabel finden, wer darf das begrenzen, darf das der Vorsitz, darf der Vorsitzende ein Zeug ein Zeug ablehnen, ja, nein, offene Fragen, die auch innerhalb dieses Fünfergremiums, wo wir das alle besprechen, wo alle Parteien dabei sind, nicht gelöst haben, bis jetzt. So, wenn ich das einfach vergleiche, wie das in Österreich gehandhabt wird, habe ich überall den gleichen Eindruck. Wenn du regierst, ist es im Wesentlichen nicht so, also das Drängen ist es für gewöhnlich nicht. Je größer die regierende Fraktion, desto weniger. Das gilt aber in allen Bundesländern und im Bund auch. Gut wäre, wenn alle Parteien, die meisten von uns sind nämlich zwischendurch in der Regierung und an einem anderen Ort in Opposition. Fast alle. Die Neos müssen noch in eine Regierung kommen, sind aber auch noch nicht so lange am Tableau, wird auch passieren eines Tages irgendwo. Gut wäre, wenn man sich erinnert, wenn man in der Regierung ist, dass man das auch will. Wir haben hier in der letzten Legislaturperiode beim Stadtreichenshof Fortschritte erzielt. SPÖ und Grüne sind jetzt dabei, heute eine weitere Verbesserung zu machen, nämlich alle dürfen mit. Und sonst ist eine Fraktion nicht in der Untersuchungskommission dabei. Und ich finde das schade, dass ich jetzt höre, dass die Opposition sich in dieser Frage nicht einig ist. Wir werden das zwar heute nicht beschließen, höre, heute ist noch eine Zwo-Drittel-Mehrheit notwendig, bei einer vielleicht schon, vielleicht schon, ich höre vom Herrn Kovarik vielleicht schon, wir werden es ja sehen, heute im Laufe des Tages, am Nachmittag, schätze ich, werden wir darüber abstimmen. Freut mich, wenn ich jetzt vernehme, dass wir zumindest die Vergrößerung der Untersuchungskommission von 15 auf 18 Mitglieder gemeinsam vornehmen können, dann kann die Kommission in Wien im Gegensatz zu Niederösterreich mit allen Fraktionen im Haus stattfinden. Vielen Dank. Als nächster Redner ist Herr Landeshauptmann Stellvertreter Nepp zum Wort gemeldet. Bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr Kontrollrechte für Minderheiten, mehr Kontrollrechte für die Opposition sollte eigentlich auch jeder Partei wichtig sein, weil auch jeder mal jemand in der Opposition sitzen kann und nicht in der Regierung angehört. Dass es die SPÖ als Gott gegeben sieht, dass sie hier immer regieren wird. Vielleicht wird sie auch mal eines Besseren belehrt, aber dass es gerade den Grünen da jetzt nicht so wichtig ist, Minderheitenrechte zu stärken, ist mir ein bisschen nicht nachvollziehbar, denn das nächste Mal schaut es nicht so aus, dass ihr vielleicht in die Regierung kommt als Mini-Partei oder vielleicht habt ihr die Hoffnung überhaupt schon aufgegeben, hier wieder in dieses Haus einzuziehen und darum ist euch die Zukunft von Minderheitenrechten wurscht, ich weiß es nicht. Es hat sich auch schon abgezeichnet, heute im Ausschuss, der vorher getagt hat, war ja auch eine komische Situation und da sieht man eben, wie dilettantisch eigentlich hier von Rot und Grün gearbeitet wird. Es war ja ein Ausschuss, wo zwei Grüne-Vertreter dann in der Früh gefehlt haben und selbst der Herr Wiederkehr von den Neos war anfangs nicht da und es wäre eigentlich eine 7 zu 7 Bad Situation gewesen und hätte jetzt nicht einmal im Ausschluss diesen Initiativantrag beschließen können, hätte man nicht vorher ein bisschen geschwafelt, das in die Länge gezogen, die Grünen haben es nur immer nicht gefunden, das Sitzungszimmer, die sind vielleicht mit der Wünschelrute falsch abgebogen, die sind in einer falschen Spur gefolgt, in einer esoterischen Spur, waren nicht anwesend, so im Glück ist dann irgendwann einmal der Herr Wiederkehr aufgetaucht und somit kam es zu einer 8 zu 7 Mehrheit und ihr habt das geschafft. Dilettantisch diese Vorgehensweise, schaut, wenn sie sich da sehr anwesend seid. Und wie dilettantisch das auch ist, zeigt sich ja auch in diesem Gesetz, das wir heute beschließen, dass alle Fraktionen dabei sind, ja, ist eine Stärkung der Kontrollrechte der Opposition, aber so wie ihr das macht, ist das auch logistisch schlecht. Ihr erhöht es von 15 auf 18, weil jetzt zufälligerweise der 18. Mandatar ein Neos-Mandatar da ist. Wenn man das inhaltlich richtig aufarbeiten würde, dann müsste man das so wie zum Beispiel auch möglich im Stadtrechnungshof- Untersuchungsausschuss das flexibel gestalten, weil nehmen wir mal an, die Wahl 2020 ist geschlagen und gehen wir von einem realistischen Szenario aus, die Grünen hat es zerfetzt, sind nicht mehr drinnen. Es gibt vielleicht dann die Liste Pilz, vielleicht auch noch eine zweite kleine Partei, vielleicht in so einer kommunistischen Splittergruppe unter Martin Magulis, wer weiß, es sind mehrere drinnen. Was machen wir dann, wenn es zu einer Untersuchungsausschusses und zu einer U-Kommission kommt, dann ändern wir wieder die Stadtverfassung und das meine ich, das ist dilettantisch und darum haben wir heute auch einen Abänderungsantrag gestellt, wo auch alle Fraktionen in einem U-Ausschuss, in einer U-Kommission vertreten sein würden, wo es flexibel gestaltet wird, egal wie sich in Zukunft dieses Haus hier in der Parteienlandschaft verändert und das wäre seriöse Arbeit, wenn Sie hier zustimmen würden, meine sehr geehrten Damen und Herren. und vielleicht auf die Ursache noch zurückzukommen, nämlich das Krankenhaus Nord und weil Sie sich auch so gestern gerühmt haben, wir wollen eh kontrollieren. Erstens einmal, Sie haben uns als Opposition das Recht auf Aufklärung weggenommen. Sie spielen jetzt und Sie haben ganz genau gewusst, wann wir diese U-Kommission einberufen werden wollen. Jetzt kommt der Herr Ludwig daher und sagt, naja, wer weiß, wie lange die Opposition da jetzt braucht. Er hätte nur jeden Tag Zeitung lesen müssen, wo wir gesagt haben, sobald der Rechnungshof endbericht fertig ist, setzen wir ein. Und hier wollte er zu vorkommen, nicht um aufzuklären, sondern um zu vertuschen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir hätten nämlich viel mehr untersucht. Wir hätten ja nicht nur das Krankenhaus Nord untersucht. Wir hätten Gangbetten-Skandal. Den Gangbetten-Skandal. Wo ist denn da die grüne Patientenanwältin? Sie schweigt. Hauptsache, sie hat sich das Gehalt aufgebessert. Sie schweigt. So viel zur Kontrolle. Sie üben überhaupt keine Kontrolle aus. Sie sitzen hier mit drin und werden genauso vertuschen, wie es auch die SPÖ will, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie glauben jetzt in einen Prozess eintreten zu können, wo Sie sich erstens einmal selbst anzeigen. Ich meine, das ist ja wenigstens einmal ein Schuldeingeständnis. Aber dann wollen Sie vielleicht noch Ankläger auch selber spielen und die Richter suchen Sie sich auch noch aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Urteil in diesem Prozess, das werden nicht Sie fehlen. Das Urteil werden die Wähler fehlen. Und das wird kein Freispruch sein, sondern ein Schuldspruch 2020. Sie werden sehen, wenn Sie hier minimiert in diesen Reihen sitzen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als nächster Redner ist der Abgeordneter Dr. Stürzenbecher zum Wort gemeldet. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Mehr Kontrollrechte ein gutes Thema, weil Rot-Grün in Wien steht für mehr Kontrollrechte. Und deshalb haben wir auch den Untersuchungskommissionsantrag eingebracht, der ist umfassend begründet und der ist eingebracht worden, weil die Opposition säumig ist. Wir stehen auch für Kontrolle. Kontrolle ist ein wichtiges Recht der Minderheit, aber auch die Mehrheit ist dazu da, natürlich Kontrolle auszuüben gegenüber der Vollziehung. Und wenn gesagt wird, ja, aber man sollte zuerst beschließen, muss da des Nationalrates die Regeln, also nach der gestrigen Entscheidung im Nationalrat einen Untersuchungsausschuss abzudrehen, muss man sagen, ein Verweis auf die Mehrheitspraxis des Nationalrates von Schwarz-Blau ist eine gefährliche Drohung. Dort werden die Kontrollrechte, die Minderheitenrechte mit Füßen getreten. Dort werden die Minderheitenrechte unterdrückt und wie gesagt wird, aus formalen Gründen, wenn diese extrem restriktive Auslegung eines Gutachtens bisher maßstab gewesen wäre, hätte in den letzten 20 Jahren im Nationalrat überhaupt keiner der damals bestehenden Untersuchungsausschüsse stattfinden können. Das war die bisherige Praxis und das hat sich natürlich in der Rechtsordnung immer alles auch nach der bisherigen Praxis zu richten. Also das im Nationalrat ist eine Organisierung, wie es Christian Kern richtig gesagt hat, des österreichischen Parlamentarismus und der österreichischen Demokratie. Wien ist anders, bei uns achtet man die Kontrollrechte, wir deshalb wollen auch eine neue Geschäftsordnung, wo man das alles ausbaut. Wir haben uns auch einen Zeitrahmen genommen, dass wir zumindest mit einer Punktation bis zum Sommer fertig sind. Jetzt ist es aber so, dass die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass wir vorher schon eine Untersuchungskommission haben und deshalb hat Michael Ludwig vorgekommen, zu Recht gesagt, mir reicht es und wir haben das jetzt schon eingesetzt, weil die Opposition eben säumig ist und das war ein richtiger Schritt. Aber es ist so, wir wollen und wir sind auch in guten Gesprächen, dass wir die Minderheitenrechte bei der Untersuchungskommission weiter ausbauen. Das ist auch gut gelaufen und wir haben gute Gespräche gehabt, wir haben bei manchen Punkten eine Einigkeit, oft ist ja die Opposition nicht einig und wir hätten sicher in den nächsten Monaten hier etwas weitergebracht und wir haben auch gesagt, das Paket im Prozedere wird nicht aufgeschnürt und deshalb, das ist auch richtig. Jetzt ist aber die Situation, dass die Neos nicht drinnen werden. Das ist keine Frage des Prozedere, sondern ist eine demokratiepolitische Frage. Es gibt zwar Möglichkeiten, machen wir gar nichts und dann sind die Neos halt nicht drinnen, wäre eine durchaus vertretbare Möglichkeit. Die bessere Möglichkeit ist aber, wir ändern diesen Punkt, damit alle Fraktionen drinnen sind und das glaube ich war auch die richtige demokratiepolitische Entscheidung. Und wollen dann zustimmen, ob das 15, 18 ewig ist. Wenn wir dann das Gesamtpaket machen, kann man hier sicher eine noch bessere Lösung finden, die nicht abhängig ist vom... Aber wir beschließen das ja sowieso noch in der Gesetzgebungsperiode ein großes Gesamtpaket. Aber sicher ist, dass die Opposition ihre Ankündigung auf Einbringung eines Antrages nicht eingebracht hat und wenn der Kollege, der Klubobmann Juratschka sagt, nach den Regeln von Rot-Grün. Die Regeln, die wir haben, haben ausgearbeitet im wesentlichen zwei Fraktionen, Rot und Schwarz. Zwei Personen waren Federführer, Klubobmann Hartzl damals und Klubobmann Bochaska. Die haben die Handschrift gemacht und die Regeln eingeführt. Wir haben es beschlossen mit SPÖ-Mehrheit und trotzdem sind wir noch immer das einzige Bundesland, das solche Regeln hat, dass eine Minderheit braucht, während sie die Minderheitenrechte mit Füßen treten. Das waren nicht 25 Jahre, das war 2002. Ja. 2002 haben wir das beschlossen und nicht vor 25 Jahren, wie der Herr Klubobmann Juratschka zu Unrecht sagt. Und wir werden, wie bei den vorigen Untersuchungskommissionen, Flächenwidmung haben wir die Neuorganisation der EMAT 21 gemacht. Pflege haben wir dann das Geriatriekonzept das umfassende gemacht. Psychiatrie haben wir westliche Verbesserungen für die Psychiatrie gebracht. Auch diese Untersuchungskommission wird westliche Verbesserungen bringen und wir achten Minderheitenrechte, weil Minderheitenrechte wichtig sind für die Weiterentwicklung, während Schwarz und Blau Minderheitenrechte mit Füßen tritt. Dankeschön. Als nächster Redner ist Herr Abgeordneter Diplom-Ingener Dr. Gara zum Wort gemeldet. Bitte. Ja, sehr geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Sehe ich auch so, dass es sehr wichtig ist, dass wir NEOS in dieser Untersuchungskommission drinnen sind. Denn ich glaube, da gibt es einiges auch entsprechend aufzudecken. Und ich meine, ganz ehrlich gesprochen, sind wir ja hier die einzige Partei, die tatsächlich diese Rolle auch entsprechend ausfüllen kann, weil sie ja sowohl auf der einen Seite wie auch auf der anderen Seite in sehr vielen anderen Themen ja durchaus auch schon in der Vergangenheit gezeigt haben, wie man zudeckt. Das heißt, wenn es um Aufdeckung geht, ist es genau das, was sie brauchen und was die Bürgerinnen und Bürger brauchen und das sind die NEOS. Das heißt, mehr Kontrollrechte, in dem Fall natürlich absolut zu unterstützen. Das ist einmal der eine Aspekt, aber ich denke, heute über das Thema der Untersuchungskommission gibt es ja noch andere Geschäftsstücke, wo noch genauer diskutiert wird. Ich möchte aber noch einmal darauf eingehen, ich habe das gestern schon einmal erwähnt, weil auch der Herr Stürzenbecher hier wieder gesagt hat, dass die Opposition, jetzt wieder auch ein Beispiel der Untersuchungskommission, KH Nord-Diskussion säumig war. Ich betone es noch einmal ganz im Gegenteil. Wir haben und ich habe mehrere Anträge eingebracht, wo es darum geht, dass es Fortschrittsberichte zum KH Nord gibt. Ich habe mehrere Anträge eingebracht, wo es darum geht, dass es ein Gesamtfinanzierungskonzept, einen Gesamtfinanzierungsplan gibt. Erst gestern habe ich einen Antrag eingebracht, auch wieder in Richtung Gesamtfinanzierungsplan. Und ich bin schon sehr überrascht, dass Sie auf der einen Seite eine Untersuchungskommission einberufen, sagen, wir decken alles auf und auf der anderen Seite exakt gestern einen Antrag wieder für Gesamtfinanzierungsplan des KH Nord ablehnen. Das ist ja vollkommen im Widerspruch. Ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Wie kann ich auf der einen Seite sagen, ich mache jetzt eine Untersuchungskommission zum KH Nord und auf der anderen Seite im Sinne nämlich der Kontrollrechte, weil auch Anträge in der Form natürlich schon auch Kontrollrechte sind, wenn ich die entsprechenden Fragen und Anträge stelle, das entsprechend verweigern. Verstehe ich überhaupt nicht. Mein Kollege Wiederkehr hat schon erwähnt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Kontrollrechte sind jedenfalls die Beteiligungen und vor allem die ausgegliederten Beteiligungen und natürlich auch die entsprechenden Schuldenberichte, weil das, was wir hier immer wieder erleben und wir werden es auch in der Budgetdebatte wieder sehen, ist die Diskussion um, wie viele Schulden hat die Stadt, weil dort natürlich ausgegliederte Unternehmen nicht berücksichtigt werden. Und das ist insofern besonders wichtig, weil wir ja jetzt auch über das Thema Ausgliederung des Wiener Krankenanstaltenverbundes sprechen. Und auch deswegen müssen wir da genau schauen, was heißt denn das dann auch in Zukunft hinsichtlich der Gesamtschuldenbilanz der Stadt. Wie schaut das aus? Ja, weil wir dann dort natürlich auch die Verantwortung der Finanzierung in einem neu zu schaffenden Anstaltengesetz entsprechend auch regeln müssen. Und auch dort ist es wieder entsprechend wichtig, dass die Kontrollrechte, die wir jetzt im Gesundheitswesen auch in Zukunft für alle Unternehmen im Krankenanstaltenbereich, im Pflegebereich, Pflegeheime und so weiter entsprechend haben. Das heißt, das muss gewährleistet sein. Da sind wir schon gespannt, was hier ein neuer Gesetzesvorschlag bringt. Das ist jedenfalls ein wichtiger Aspekt, um auch hier letztendlich in den Gesamtbudgetzahlen tatsächlich die Schuldenbilanz der Stadt auch auf eine, sage ich, glaubwürdige Art und Weise entsprechend darzustellen. Ein weiterer Aspekt, der mir extrem wichtig ist, ist auch über das Thema der Anfragen. Auch das ist schon gekommen, dass wir hier letztlich nicht immer jene Antworten erhalten, die wir uns eigentlich erwarten würden. Das heißt, in dem Bereich versucht man doch Informationen soweit auch noch zurückzuhalten und jedenfalls nur jene Antworten zu geben, sodass man einigermaßen die Kriterien der Anfragen auch erfüllt. Auch hier in diesem Bereich ist es wichtig, hat mein Kollege Wiederkehr schon ausgeführt, dass es hier einfach zu präziseren, exakteren Informationen gibt, die wir eigentlich auch erhalten. Das ist für die politische Oppositionsarbeit entsprechend wichtig. Noch einmal zum Abschluss zu kommen. Dort, wo wir gespannt sind, ist tatsächlich das neue Anstaltengesetz, wie hier diese Kontrollrechte ausschauen, was nämlich letztendlich auch nicht nur die Spitalskonzepte etc. betrifft, sondern insgesamt auch das Thema der Gesundheitspolitik in dieser Stadt. Dankeschön. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Stadtrat Dr. Wölwitsch. Bitte, Herr Stadtrat. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf nur kurz auf den Kollegen Ellenson eingehen. Sie wissen ganz genau, dass dieses Thema Minderheitenrechte immer ein Gesamtpaket war, dass wir in der Opposition das auch immer als Gesamtpaket gefordert haben und sie haben jetzt einfach eine Maßnahme herausgenommen, die ihnen wohl das geringste Übel bereitet und wollen diese Maßnahme jetzt überfallsartig hier beschließen, anstatt zu einem Zeitpunkt, wo sie eine Untersuchungskommission selbst einberufen, wenigstens faire Spielregeln zu schaffen für die Oppositionsparteien, die hier sitzen und insofern tun sie nicht so, als würden sie argumentieren, dass sie hier sehr fortschrittlich wären und wir die Verhinderer wären. Es ist genau umgekehrt. Sie haben ein Gesamtpaket verhindert und eigentlich eine Vereinbarung aller Parteien gebrochen, die sich hier immer an einen Tisch gesetzt haben und versucht haben, eine gute Lösung zu finden. Und weil sie gesagt haben, man muss sich erinnern, wenn man mal Oppositionspartei war und dann in eine Regierungsfunktion kommt, darf ich sie nur daran erinnern, Wahlrecht in Wien, ich erinnere mich an Forderungen der Grünen Partei, bevor sie eine Regierungsbeteiligung hatte und ich erinnere mich daran, wie die Umsetzung des Wahlrechts in Wien gelaufen ist, wie sie dabei waren. Und zum Herrn Kollegen Stürzenbecher, also prinzipiell muss man immer aufpassen, wenn man die eigene Polemik dann irgendwann als Realität anerkennt, aber nur eine Sache. Erstens, Nationalrat ist ein gutes Beispiel, weil dort die Minderheitenrechte nämlich schon so geregelt sind, wie wir das gerne hätten, zu einem sehr großen Teil. Das haben wir auch gemeinsam damals beschlossen. Und ich muss aber lachen, wenn Sie sagen, Ihr Antrag wurde nicht zugelassen im Nationalrat, weil Sie ihn nicht geschafft haben, so zu formulieren, dass er zugelassen werden kann. Wenn ich mir hier anschaue, in dem Haus, wie die Anträge der Opposition teilweise mit hanebüchernen Argumenten abgedreht werden, dass Sie sich jetzt beschweren, dass Sie im Parlament keinen Antrag zustande bringen, der zugelassen werden kann, es tut mir leid, aber das verursacht ein kleines Lächeln bei mir. Herr Stadtrat, gestoppt eine sehr kurze Bemerkung. Hanebücherne Argumente gibt es in diesem Haus nicht und ich bitte Sie, das auch aufgrund Ihrer kurzen Zeit in diesem Haus zu beachten. Bitte, Herr Stadtrat. Herr Präsident, das war kein persönlicher Angriff und ich nehme Ihr Statement zur Kenntnis. So, aber ich möchte auf einen anderen Punkt kommen, zurück zum Krankenhaus Norden. Wir befinden uns derzeit jetzt in der Bauphase, Abschluss der Bauphase. Es war und ist eine Bauphase, die geprägt war von Steuergeldverschwendung, von Skandalen etc. etc. Wurde vieles schon genannt in den letzten zwei Tagen und wir befinden uns jetzt in einem Übergang vom Baumanagement ins Betriebsmanagement. So, und was wir da hören, sind Nebengeräusche, die wir alle schon einmal gehört haben und kennen und die bei uns Besorgnisse auslösen, wenn wir nämlich hören, dass zum Beispiel kein technisches Personal vorhanden ist oder in der Lage ist, dieses Krankenhaus auch zu führen. Und das ist ungefähr so, wie wenn der Niki Lauder sich jetzt niegelnagelneue Flugzeuge bestellen würde mit tollster Technik. Die würden am Rollfeld stehen und er wird draufkommen, er hätte keine Piloten, die in der Lage wären, sie zu fliegen. Das ist in der Privatwirtschaft unvorstellbar, aber in Wien ist es möglich. Und jetzt müssen teure Fachkräfte zugekauft werden von den gleichen Firmen, die man eigentlich verklagen wollte. Das wird natürlich alles gleichzeitig ein bisschen schwierig sein. So, was wir aber nicht wollen, ist, dass beim Betriebsmanagement das Gleiche passiert wie beim Baumanagement, nämlich, dass der Tropfen und Malz verloren ist und dass es irgendwann sich auch zu einer never-ending-Skandalgeschichte entwickelt. Und deshalb ist unser Vorschlag, dass der Rechnungshof hier auch eine begleitende Kontrolle des Betriebsmanagements vornimmt für die kommenden drei bis fünf Jahre. Es gibt ein Bundesland in der Steiermark, wo das auch möglich ist, wo der Rechnungshof bereits nämlich nicht nur überprüft, was dann alles schiefgelaufen ist, sondern auch schon eine begleitende Kontrolle ausübt. Und das ist auch etwas, das wir in Wien fordern zum Thema bessere Kontrolle. Und jetzt ist mir schon klar, dass der Rechnungshof dann auch zusätzliche Ressourcen braucht, um auch noch seinem Kerngeschäft nachgehen zu können. Aber ich glaube, ansonsten sind wir natürlich immer sehr auf Sparsamkeit ausgelegt. Aber ich glaube, dass es hier wirklich wert wäre, zu investieren, weil eine Investition in die Kontrolle dieser Staat und dieser Staatregierung spart dem Steuerzahlerinnen und dem Steuerzahler am Ende sehr viel Geld. Und im Übrigen bin ich auch dafür, und das ist nur noch ein kleiner letzter Seitenast, auch dafür, dass der Staat Rechnungshof das in Zukunft bei jedem Großprojekt machen kann, also wirklich nur bei den großen Projekten, dass er nämlich eine Vorabprüfung macht, ob das, was an Plänen eingereicht wird, überhaupt sinnvoll ist. Und dass er dann auch eine begleitende Kontrolle macht im Laufe der Errichtung der Großprojekte, damit uns Aha-Erlebnisse und Steuergeldverschwendungen wie beim Krankenhaus Nord mit 1,5 Milliarden in Zukunft erspart bleiben. So, und daher meine große Bitte auch an den abwesenden, designierten Herrn Bürgermeister Michael Ludwig, hier gemeinsam mit dem Staat Rechnungshof, sich für eine begleitende Kontrolle einzusetzen, was das Betriebsmanagement beim Krankenhaus Nord betrifft, damit wir zumindest hier den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern Skandale und zusätzliches Geld ersparen. Und ein Satz, der immer wieder genannt wird, aber der jetzt auch hier richtig ist, es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Vielen Dank. Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Hebein. Bitte, Frau Abgeordnete. Werte Herr Vorsitzender, geschätzte Kollegen und Kolleginnen. Es sind massive Vorwürfe im Raum, was das Krankenhaus Nord betrifft. Die wollen wir lückenlos aufklären. Deshalb hat Rot und Grün eine Untersuchungskommission beantragt. Und es ist Faktum, werte Opposition. Da können es hoch und niederspringen. Sie haben es bisher nicht geschafft. Das haben Sie nicht geschafft. Das heißt, Sie haben nicht von Ihrem Minderheitenrecht Gebrauch gemacht. Haben das monatelang angekündigt. Und jahrelang. Und null. Null Ergebnis. Null Ergebnis. Jetzt ist einfach Faktum. Faktum ist, es gibt die Untersuchungskommission. Rot-Grün will alles aufklären. Herr Nepp, dass Ihnen das peinlich ist, glaube ich Ihnen ja aufs Wort. Und weil ich gleich bei Ihnen bin, noch ein Punkt zu Ihrer Rede, auch um zu untermauern, wie offensichtlich unangenehm es ist. Wenn Sie hier heraus schon argumentieren müssen, dass irgendwer bei irgendeinem Ausschuss zu spät gekommen ist. Herr Abgeordneter Nepp, vor drei Tagen ist eine Oppositionspartei viel zu spät gekommen zum Unvereinbarkeitsausschuss. Da haben wir länger gewartet, als der Ausschuss gedauert hat. In den letzten Jahren ist das immer wieder passiert. Und es ist nur peinlich, wenn Sie jetzt herkommen und das als Argument annehmen. Das ist echt ein sehr niedriges Niveau. Faktum ist, wir haben jetzt eine Untersuchungskommission. Wir wollen eine lückenlose Aufklärung. Und gleichzeitig, gleichzeitig, meine sehr geehrten Damen und Herren, gleichzeitig dreht die Regierung den von der SPÖ beantragten Untersuchungsausschuss auf Bundesebene ab. Mit fadenscheiniger Begründung, mit fadenscheiniger Begründung. Sie, es ist wirklich, ja ich weiß, ich verstehe Ihre Aufregung. Das ist definitiv auch ein Faktum. Und das, obwohl so ins Kanal im Raum steht, was den Verfassungsschutz und die Terrorismusbekämpfung anlangt. Ich halte das ganz ehrlich für einen autoritären Stil, den Sie hier fahren und nicht sonderlich demokratisch. Und Sie regen sich furchtbar auf darüber, dass wir von der Regierung Oppositionspolitik machen müssen, weil Sie schaffen es nicht. Und gleichzeitig, gleichzeitig unterbinden Sie auf Bundesebene das Minderheitenrecht. Ich würde mich schämen. Ich finde es auch demokratiepolitisch sehr bedenklich. Herr Abgeordneter Koberig, ich höre Sie und muss Sie daran erinnern, dass wir vor vier, fünf Jahren, auch Herr Abgeordneter Ulm, nicht unendliche Diskussionen geführt haben. Da waren Sie ja draußen und haben gesagt, Stadtrechnungshof, Kontrollrechte, es geht nichts weiter, die Regierung bringt nichts weiter, wir werden nicht eingebunden, die schaffen gar nichts. Wir haben eineinhalb Jahre verhandelt, Rot-Grün, eineinhalb Jahre und haben Ihnen ein Paket vorgelegt, wo wir die Kontrolle verbessern, ich erinnere Sie nur dran, wo wir das Kontrollamt aufgewertet haben, wo wir die Kompetenzen erweitert haben, exakt dem Bundesrechnungshof gleichgestellt. Wir haben strengere Überprüfungen geschaffen, das heißt, die Stadträtinnen müssen auch eine Stellungnahme abgeben zu den Empfehlungen des Stadtrechnungshofs. Wir haben mehr Transparenz beim Bestellvorgang des Direktors geschaffen, er hat inzwischen auch ein Rederecht hier, wir haben einen Jahresbericht, das heißt, wir haben... Darf ich ganz kurz unterbrechen? Wenn schon Zwischenrufe, dann bitte einzeln, aber nicht zu dritt und zu viert, dann versteht man nämlich gar nichts. Also ein bisschen mehr Disziplin würde ich ersuchen, meine Damen und Herren. Und jetzt ist die Frau Abgeordnete an Bord und ich bitte Ihre Entrüstung oder Emotion oder was auch immer es sein mag, ein bisschen hintanzuhalten. Danke. Ja, ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender, es zeigt nur ein bisschen die Aufregung, Herr Abgeordneter Kovarik, Herr Abgeordneter Ulm, wir haben so gut verhandelt, Stadtrechnungshof neu, Sie haben zugestimmt. Wir haben nicht alles erreicht, wir haben nicht alles erreicht, aber es war so ein Paket, wo auch Sie eingestehen haben müssen, da haben wir einiges geschafft. Und das werden wir auch mit der Geschäftsordnung schaffen, Sie wissen ganz genau, es sind so dermaßen viele Punkte offen, von Vorsitz, Führung, Verfahrensanwalt, Schiedsinstanz, Untersuchungsgegenstand, Zeuginnen, Auskunftspersonen, über die Amtsverschwiegenheit, da sind Sie sich nicht einmal noch einig. Auch das werden wir schaffen. Machen Sie mit im Sinne von mehr Kontrolle und Transparenz. Vielen Dank. Danke. Als Nächster zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Kovarik. Sie können jetzt zum Rednerpult und Ihre Meinung sagen. Hohes Haus, Herr Präsident, das kann ich Gott sei Dank immer machen, wir leben in einer relativ freien Republik, also brauche ich keinen Präsidenten des Landtages dazu. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, die interessierte Öffentlichkeit und auch dieses hohe Haus erlebt in den letzten paar Wochen eine Schmierenkomödie in zwei Akten, würde ich es nennen. Mit dem Titel vielleicht, wie wird der neue SPÖ-Obmann eine erfolglose Stadträtin los? Herr Abgeordneter Kovarik, für die Schmierenkomödie erteile ich Ihnen einen Ordnungsrat. Gut, ohne Worte sage ich einmal. Also, wie wäre ich eine erfolglose Stadträtin los, die nicht zurücktreten will? Und wir erleben diese Komödie, diese Posse, nennen Sie es, wie Sie es wollen, Herr Präsident, damit es Ihnen besser gefallen. Naja, das ist die Frage. Wir erleben diese Komödie mit einem Antrag der SPÖ und der Grünen, es möge eine Untersuchungskommission eingesetzt werden zur Klärung der Projektkosten und Terminentwicklung des Krankenhaus Nord. Das ist eben, also wortwörtlich zitiert, die Wiedergabe des Antrages, also eines Teil, des wesentlichen Teils dieses Antrages. Warum Komödie? Warum Posse? Warum das Wort, das ich offensichtlich nicht sagen darf im Sinne des Herrn Präsidenten? Aber das gehört ja auch dazu. Die Stellungnahme des Präsidenten passt sehr gut dazu. Der Herr, ja es ist so, Frau Kollegin, nicht böse sein. Das ist lächerlich, was da abgeführt wird. Wir sind es ja gewohnt. Einmal habe ich einen Orgungshof für Ahnungslosigkeit bekommen, weil ich einem Kollegen Ahnungslosigkeit unterstellt habe. Gut, der Herr Präsident hat seine ganz eigene Sicht der Dinge in unserer Geschäftsordnung. Warum die Posse? Die Kollegen der SPÖ haben sich bis jetzt immer bemüht, dieses Krankenhaus Nord schönzureden. Und alles Mögliche haben Sie uns da erzählt. Ich verweise auch auf den Kollegen Juritschka, der schon einiges vorgetragen hat. Ich darf daran anschließen, vielleicht ein bisschen in der Zeit danach im Jahr 2016, 28. Jänner 2016, hat noch der arme Kurt Wagner, der offensichtlich der Pflichtverteidiger dieses Krankenhaus Nord ist, hat er mitteilen müssen, trotz sorgfältigem Management und umfassender Kontrolle können auch immer wieder Probleme auftreten. Also sorgfältigem Management und umfassender Kontrolle. Darum brauchen wir jetzt, ich glaube das ist überhaupt eine Premiere in ganz Österreich, eine Untersuchungskommission von Rot und Grün. Kurt Wagner, 30. September 2017, das ist weder eine Bauruine noch ein Milliardengrab, wie man es nimmt. Hyperventilierende Oppositionspolitiker, das bringen wir selber eine Untersuchungskommission ein. Kurt Wagner, die 3., 3. Oktober, also gleich danach, 2017. Es gibt keine Kostenexplosion. Darum brauchen wir jetzt genau eine Untersuchungskommission, weil es eh keine Kostenexplosion gibt. Christian Ochsonitsch, 9. Februar 2018, redet von Kampfrhetorik der Opposition, wehrt sich entschieden gegen die Angriffe der Opposition zum Krankenhaus Nord. Ja, darum brauchen wir jetzt eine Untersuchungskommission. Das Krankenhaus Nord ist weder ein Skandalfall noch ein Kriminalfall. Na ja, sage ich einmal, na ja, jetzt zeigen wir selber dann am Amt die Vorgänge dort. Und Frauenberger zu Krankenhaus Nord, ich stehe mit meiner Politik für größtmögliche Transparenz. Drum braucht die eigene Regierung jetzt eine Untersuchungskommission. Also was soll das sonst sein, meine Damen und Herren? Nicht besser. Man hätte natürlich auch, oder die entsprechenden Organe hätten das machen können, wofür sie eigentlich bezahlt werden. Und was auch ganz klar normiert ist in unserer Stadtverfassung, § 72a, für jeden zur Erinnerung, da wird nämlich festgestellt, jedoch ist auch der Krankenanstaltenverbund, dem Gemeinrat, dem Staatssenat, dem Bürgermeister, dem zuständigen amtsführenden Stadtrat, dem zuständigen Gemeinratsausschuss und dem Magistratsdirektor untergeordnet. Also wenn man dort wirklich Transparenz will und Aufklärung will, dann macht man das am Dienstweg, Frau Stadträtin. Das wäre doch einmal eine Möglichkeit. Dann sorgt man für Ordnung in seinem Ressort als Stadträtin, als Bürgermeister, als Magistratsdirektor. Aber nein, man macht eine Untersuchungskommission. Also es wurde eh schon gesagt, warum das gemacht wurde. Es ist natürlich schwierig, den Bürgermeister da irgendwie ernst zu nehmen, der zwar mit 1. November 2014 den damaligen Generaldirektor des Wiener Krankenanstaltenverbundes ernannt hat. Das hat der Bürgermeister selber gemacht. Das ist Aufgabe des Bürgermeisters. Aber dann nachträglich sagt und im Kurier zitiert wird, dass er eigentlich nicht so genau weiß, was der dort so macht. Er selber Bestellung weiß es nicht. Also meine Damen und Herren, die Zeit läuft mir ab, aber es macht nichts. Wir haben ja heute noch viel Zeit, über die Gesetzesvorhaben zu diskutieren. Hätten Sie Kontrolle und Konsequenzen ernst genommen, hätten Sie gestern unserem Misstrauungsantrag mitgestimmt. Danke meine Damen und Herren. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Abgeordneter Deutsch. Bitte Herr Abgeordneter. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dass die ÖVP die heutige Aktuelle Stunde zum Thema mehr Kontrollrechte gegen die Bremser gewählt hat, ist gerade angesichts der Ereignisse der letzten Tage eine besondere Kuzpe. Gestern hat der Parlamentspräsident gemeinsam mit ÖVP und FPÖ verhindert, dass eine Untersuchungskommission einberufen werden kann und damit auch das Minderheitenrecht auf Einsetzung verletzt. Gegen die Bremser lautet der Titel Ihrer Aktuellen Stunde. Sie können damit nur sich selbst gemeint haben. Sie halten sich in dieser Aktuellen Stunde gerade selbst einen Spiegel vor. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn wir konnten gestern live miterleben, wie ÖVP und FPÖ mit Minderheitenrechten umgeht, wenn es etwa um die Aufarbeitung der Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung geht. Das Verlangen der SPÖ nach einem Untersuchungsausschuss wurde im Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrates mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ für unzulässig erklärt mit einer rein formalistischen Argumentation mit Hilfe einer rechtlichen Einschätzung, was den Umfang des Untersuchungsgegenstandes betroffen hat, wo eine stärkere Eingrenzung, also Einschränkung des Untersuchungsgegenstandes verlangt wurde. Mit dieser Argumentation, meine sehr geehrten Damen und Herren, und der Kollege Stürzenbecher hat auch darauf hingewiesen, hätte in den vergangenen Jahren nie ein Untersuchungsausschuss hier stattfinden können. Während aber gleichzeitig gestern und heute von Ihnen hier im Gemeinderat und im Landtag eine Ausweitung des Untersuchungsausschusses auch verlangt wird. Das schaut sehr nach politischer Willkür aus. Das ist kein Spaß. Hier geht es um die Grundrechte, die Grundpfeiler auch des Rechtsstaates. Aber Sie haben es ja gesagt, genauso stellt sich schwarz-blau offensichtlich auch den Rechtsstaat vor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ging Ihnen offensichtlich darum, im Parlament den Untersuchungsausschuss zu verhindern, zu verzögern. Auch die Weigerung der Koalition, Verhandlungen über eine Nachjustierung des Verlangens zu führen, was bisher eigentlich über Anregungen in der Vergangenheit auch immer möglich war, lässt tief blicken. Sie haben damit das Minderheitenrecht beschädigt und die Aufklärung gebremst. So soll offensichtlich mit Geschäftsordnungstricks versucht werden, dass verhindert werden, dass Licht in die Sache kommt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Wien hingegen ist der Untersuchungsausschuss oder die Untersuchungskommission ein Minderheitenrecht, ein wichtiges Instrument für Transparenz und Kontrolle. Und hier ist entscheidend, dass alle Fraktionen im Gemeinderat und im Landtag auch an den Untersuchungskommissionenausschüssen teilnehmen können. Insofern sind die Kontrollrechte für die Opposition gesichert. Man muss nur die Aufgaben auch wahrnehmen wollen. Sie haben die Möglichkeiten ja gehabt, hier auch zu kontrollieren, dann tun Sie es auch. Also insofern ist es darum herumgerede, hier kaum noch zu ertragen bzw. nachzuvollziehen. In Wien werden Minderheitenrechte nicht verhindert, sie müssen wahrgenommen werden. Sie haben ja selbst über Monate das Einsetzen einer Untersuchungskommission verhindert. Ich gestehe zu, ÖVP und NEOS konnten es nicht, FPÖ wollten es nicht. Und weil Ihnen das jetzt peinlich ist, wird hier verbal wild um sich herumgeschlagen. Durch die Beschlussfassung oder durch das Einbringen eines Antrages für eine Untersuchungskommission von Rot-Grün können nun die behaupteten Missstände aufgeklärt werden und wo sich alle Parteien auch in dieser Untersuchungskommission letztendlich auch einbringen können. Wichtig ist, dass in Wien diese Untersuchungskommissionen auch transparent sind, denn sie sind medienöffentlich. Jede Sitzung wird ja auch von Medien begleitet. Jede Entscheidung über Beweisanträge, über Ladungen ist auch öffentlich und dadurch ist auch bereits die volle Transparenz gewährleistet. Das haben wir auch bei den letzten drei Untersuchungskommissionen gesehen. Wortsprotokolle sind im Internet auch jeweils nachzulesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte abschließend nochmals festhalten, dass wir das Minderheitenrecht der Untersuchungskommission sehr ernst nehmen und diese lückenlose Aufklärung behaupteter Missstände bei voller Transparenz auch verlangen. Dafür sind die Regeln auch in der Wiener Stadtverfassung klar definiert. Ein Vorsitz führt eine rechtskundige Person, ein Richter, ein Notar oder ein Rechtsanwalt, um in einem behördlichen Verfahren den maßgeblichen Sachverhalt, wie es in der Stadtverfassung heißt, zu ermitteln und dem Gemeinderat darüber einen Bericht zu erstatten. Und dann kann es sowohl eine Mehrheits-, wie wir wissen, oder auch einen Minderheitenbericht geben, wovor ich aber schon warnen möchte und was die Untersuchungskommission nicht sein kann, weil es dann nämlich ein Missbrauch dieses Instrumentariums wäre, die Untersuchungskommission als Showbühne, als politisches Tribunal oder Gerichtsverhandlung zu missbrauchen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Es gibt einen Wunsch nach Geschäftsordnung. Ich darf darauf hinweisen, dass es in der Aktuellen Stunde keine Geschäftsordnungsdebatte zulässig ist. Wir kommen damit, die Aktuelle Stunde ist beendet. Das ist kein Blödsinn. Es ist nicht zulässig in der Aktuellen Stunde. Es ist in der Aktuellen Stunde nicht zulässig. Darum beende ich die Aktuelle Stunde. Und der Herr Stadtrat Uraschka, der Herr Klubobmann Uraschka hat jetzt eine Geschäftsordnungswortmeldung. Ja. Weil ich nicht so weise bin wie Sie. Vor allem Herr Präsident, ich möchte nur meine Verwunderung darüber Ausdruck verleihen, dass es einerseits, und das akzeptiere ich natürlich voll und ganz, einen Ordnungsruf bedingt, wenn man hier im Wiener Landtag die Vorsitzführung als Hanebüchen bezeichnet. Das ist okay. Dass man aber zeitgleich, wenn man hier im Wiener Landtag die Vorsitzführung im Nationalrat als politisch willkürlich bezeichnet, keinen Ordnungsruf stattdessen breiten Applaus kriegt. Das halte ich für problematisch und dagegen protestiere ich. Danke. Vor Sitzungsbeginn sind von den Landtagsabgeordneten des Neo-Rathausklub 2 Anfragen eingelangt. Den Fraktionen wurden alle Anträge schriftlich bekannt gegeben. Zuweisung erfolgte wie beantragt. Bevor wir zur Erledigung der Tagesordnung kommen, gebe ich gemäß § 15 Absatz 2 der Geschäftsordnung bekannt, dass vom Landtagsabgeordneten des Klubs der Wiener Freiheitlichen 6, des ÖVP-Klubs der Bundeshauptstadt Wien 2 und von den Neos 16 schriftliche Anfragen eingelangt sind. Abgeordneter Mag. Jugoschka hat am 9. März gemäß § 30b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend Novellierung der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung, Integration, Joghurt und Personal zugewiesen. Die Abgeordneten Mag. Berger-Krotsch, Ochsenitsch, Stürzenbäcker-Ellensohn und Dr. Kickert haben am 13. März gemäß § 30b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend eine Änderung der Wiener Stadtverfassung hinsichtlich § 59 Absatz 1 eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung, Integration, Jugend und Personal zugewiesen. Die Abgeordneten Mag. Berger-Krotsch, Ochsenitsch, Dr. Stürzenbäcker-Ellensohn und Dr. Kickert haben am 13. März 2018 gemäß § 30b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend eine Änderung der Wiener Stadtverfassung eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung, Integration, Jugend und Personal zugewiesen. Die Abgeordneten Valentin, Mag. Taucher, Mag. Abrahamschik, Holzmann, Karna Kremser, Mag. Spitzer, Stürzenbäcker-Ellensohn und Peter Kraus haben am 14. März gemäß § 30b der Geschäftsordnung eine Gesetzesvorlage betreffend ein Gesetz, mit dem das Gesetz betreffend den Abschluss und die Vermittlung von Wetten wird eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Wiener Stadtwerke zugewiesen. Wir kommen zur Post Nummer 1. Sie betrifft die erste Lesung der Vorlage des Gesetzes über die Höhe des Tarifs des Wohnbauförderungsbeitrages. Berichterstatterin Hitz-Uwe ist Frau Amtsführende Stadträtin Mag. Brauner. Ich bitte Sie, die Verhandlung einzuleiten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne die Debatte zu dieser Gesetzesänderung, die, wie Sie wissen, in engen Zusammenhang mit dem Ergebnis der Finanzausgleichsverhandlungen steht und bitte um Zustimmung. Danke. Da zu diesem Tagesordnungspunkt keine Wortmeldung vorliegt, kommen wir gleich zur Abstimmung. Und ich bitte jene Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang in erster Lesung ihre Zustimmung geben wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen und darf die Mitglieder des Landtages, die diesem Vorschlag die Zustimmung erteilen, um ein Zeichen mit der Hand bitten. Ich sehe ebenfalls einstimmig. Ich bitte daher jene Mitglieder des Landtages, die dem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Dankeschön. Auch hier ist die Einstimmigkeit gegeben. Post Nummer 2 betrifft die erste Lesung der Vorlage des Gesetzes, mit dem das Gesetz über die Errichtung und die Aufgaben der Feuerwehr im Lande Wien geändert wird. Berichterstatter, die zu ist, der Amtsführende Stadtrat Ludwig, in seiner Vertretung Abgeordneter Stürzenbecher, bitte ich, die Verhandlung einzuleiten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es geht im vorliegenden Feuerwehrgesetz um Verwaltungsvereinfachungen und um grundsätzliches Gender Mainstreaming und ich ersuche um Zustimmung. Danke. Zur Geschäftsordnung gemeldet hat sich der Abgeordnete, der am Bullen steht. Ich glaube, der Präsident ist halt überhaupt ein bisschen durcheinander, man hat es auch bei seiner Meldung, bei seiner Ansicht über die Geschäftsordnung gemerkt. Deswegen melde ich mich auch und suche um Sitzungsunterbrechung, damit uns der geschätzte Präsident die Stelle der Geschäftsordnung zeigen kann, wo drinsteht, dass in der aktuellen Stunde keine Wortmeldung zur Geschäftsordnung notwendig ist. Also möglich ist und darum suche ich um Sitzungsunterbrechung. Da wir uns mitten in einem Abstimmungsvorgang befinden, machen wir gleich die Präsidiale oder nach dem Beschluss des Gesetzes? Gut, unterbreche die Sitzung für eine Präsidiale. Ich darf versuchen, die Plätze einzunehmen und nehme die Sitzung wieder auf. In der Präsidiale haben wir uns verständigt, dass nachdem nicht eindeutig und das Interpretationsspielraum zulässt, dass in der Fragestunde entsprechend auch Geschäftsordnungsdebatten, weil mangel des fehlenden Geschäftsstückes da ist. Darum war meine Vorgehensweise ja auch so, dass ich die Fragestunde beendet habe und dann gleich den Geschäftsordnungsruf, aktuelle Stunde und dann den Geschäftsordnungsruf zulässig auch das Wort erteilt habe. Wir werden uns ein entsprechendes Vorgehen auch gutachtlich vom Haus erstellen lassen, damit wir in Zukunft ganz genau alle wissen, wie wir vorgehen. Ganz einfach, das war auch die Beschlusslage der Präsidiale. Wir nehmen die Verhandlung wieder auf und ich darf bitten, dem Berichterstatter wieder Platz zu nehmen. Das ist geschehen. Wir haben keine Debatte, keine Wortmeldung vorliegen. Wir kommen damit gleich zur Abstimmung. Und ich bitte die Mitglieder des Landtages, die in erster Lesung ihre Zustimmung geben wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Das ist mit Stimmen der ÖVP, NEOS, SPÖ und Grüne mehrheitlich angenommen. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen. Ich bitte jene Mitglieder des Landtages, die diesem Vorschlag ihre Zustimmung erteilen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Ich sehe hier die Einstimmigkeit. Das Gesetz wird somit in zweiter Lesung zur Abstimmung. Wer mit dieser Vorgehensweise und mit der zweiten Lesung einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Das ist mit dem Stimmverhalten ÖVP, NEOS, SPÖ und Grüne so beschlossen. Post Nummer 3 der Tagesordnung betrifft den Bericht 2018 des Unvereinbarkeitsausschusses. Gemäß § 129b Absatz 4 der Wiener Stadtverfassung über die Kontrolle der Bezüge von öffentlichen Bediensteten, die zu Mitgliedern des Landtages gewählt wurden. Ich bitte den Berichterstatter, Herr Abgeordneter Blomengenal-Rauhe, die Verhandlung einzuleiten. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Wir haben gestern den Ausschuss gehabt. Es lagen 14 Meldungen, die kontrolliert und ordnungsgemäß befunden sind. Und es gab auch eine hundertprozentige Meldung von allen Abgeordneten. Ich bitte das Hohe Haus, die Empfehlung zuzustimmen, diesem Bericht. Danke, zu Wort ist niemand gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des Landtages, die dem Bericht 2018 des Unvereinbarkeitsausschusses zustimmen wollen, die Hand zu heben. Danke, das ist einstimmig so beschlossen. Post Nummer 4 betrifft die erste Lesung der Vorlage eines Gesetzes, mit dem die Dienstordnung 1994, die Besoldungsordnung 1994, die Vertragsbedienstetenordnung 1995, das Wiener Bedienstetengesetz, die Pensionsordnung 1995, das Unfallfürsorgegesetz 67, das Wiener Verwaltungsgerichtsdienstgesetz, das Wiener Zuweisungsgesetz und das Gesetz über das Verwaltungsgericht Wien geändert wird. Berichterstatter, Hitzowis, amtsführende Stadtrat, Mag. Czernowarski, bitte die Verhandlung einzuleiten. Bitte um Zustimmung. Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt keine Wortmeldung vor. Wir kommen daher zur Abstimmung. Und ich darf die Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang in erster Lesung die Zustimmung geben wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Danke, das ist einstimmig so geschehen. Das Gesetz ist somit in erster Lesung beschlossen. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen und darf bitten um Zustimmung der Abgeordneten, die mit diesem Vorschlag einverstanden sind. Danke, das ist einstimmig. Und ich bitte daher jene Mitglieder des Landtages, die dem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Danke, das ist einstimmig so beschlossen in zweiter Lesung. Beschlossen. Post Nummer 5 betrifft die erste Lesung der Vorlage eines Gesetzes, mit dem die Widerstandsverfassung geändert wird. Berichterstatter hinzu ist der Amtsführer der Stadtrat, Mag. Czernohorski, bitte die Verhandlung einzuleiten. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, die angesprochene Änderung oder der Änderungsvorschlag geht dahingehend, dass die Anzahl der Mitglieder und der Ersatzmitglieder der Untersuchungskommission erhöht werden soll, damit sichergestellt ist, dass alle im Gemeinderat vertretenen Parteien auch einer solchen angehören können. Bitte um Zustimmung. Ich schlage vor, die General und die Spezialdebatte zusammenzulegen. Wird gegen diese Zusammenlegung ein Widerspruch erhoben? Das ist nicht der Fall. Ich werde da so vorgehen. Die Debatte ist eröffnet. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordneter Wiederkehr. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Herr Stadtrat, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben ja schon gestern und heute und auch in den Sitzungen davor sehr viel über Untersuchungsausschüsse, Untersuchungskommissionen gesprochen, vor allem in Bezug auf Krankenhaus Nord. Und hier freuen wir uns als Fraktion der NEOS, dass die Untersuchungskommission auf 18 aufgestockt wird, sodass alle in diesem Haus vertretenen Clubs und Fraktionen auch daran teilnehmen können. Ich glaube, das ist demokratiepolitisch sinnvoll und dafür auch unser Dank an Rot-Grün, dies auch zu ermöglichen. Denn es ist auch systemisch kohärent, weil wir ja auch die Ausschüsse für den Gemeinderat auf 18 vergrößert haben und dementsprechend auch das Argument der FPÖ, es ist nicht die richtige Herangehensweise auf 18 zu erhöhen, sondern es müsste eine Maßnahme gesetzt werden, wie zum Beispiel beim Stadtrechnungshof ihre Ansicht sein kann. Aber genauso ist es legitim zu sagen, es sind 18, damit zumindest jetzt mal jede in diesem Haus vertretene Fraktion auch mit am Tisch sein kann. Und ich halte es im Gegenteil sehr demokratiepolitisch bedenklich, dass Sie sich da dagegen aussprechen, dass eine andere Oppositionspartei hier bei der Kontrolle mitwirken kann. Und das halte ich für problematisch. Sie können es ja heute auch noch anders machen, indem Sie hier zustimmen werden und damit ermöglichen. Wenn Sie hier nicht zustimmen, ist das der klare Schluss daraus, dass Sie nicht möchten, dass NEOS mit dabei ist am Tisch und bei der Kontrolle. Genau das gleiche von Seiten der ÖVP. Aber ich merke hier die Aufregung von ÖVP und FPÖ, wenn die wahre Kontrollpartei der NEOS hier auch aufklären möchte. Aber zu Ihren Anträgen natürlich kenne ich die und auch zu der Vorgeschichte, dass sich natürlich einiges von dem, was Sie an der Reform im Bereich des Untersuchungsausschusses, der Untersuchungskommission fordern, natürlich auch von uns gefordert wird und wir damit gehen natürlich auch d'accord gehen. Aber wir sehen, dass es besser ist, zumindest NEOS auch als Kontrollpartei in den Untersuchungsausschuss zu bringen, als gar nichts. Aber natürlich wäre es noch besser, die ganze Untersuchungskommission auch zu reformieren. Und dafür setzen wir uns ja auch ein, dass die Untersuchungskommission reformiert wird, weil es natürlich nicht ideal ist, wenn Rot-Grün Rot-Grün kontrolliert, die Fragen zum Teil ein Hohn sind und für die Fragen man zum Teil gar keine Untersuchungskommission bräuchte und die Minderheitenrechte schwach sind. Natürlich ist das problematisch und das sehen natürlich wir auch als höchst problematisch an und hätten auch gerne eine Reform schon jetzt gehabt und würden dementsprechend natürlich auch zustimmen, dass hier auch Reformen für die Untersuchungskommission kommen. Der Antrag, ja. Es gibt ja auch die Arbeitsgruppe, wo Sie mitbekommen haben, wo wir gemeinsam auch verhandelt haben, wo auch ganz gute Ergebnisse eigentlich schon erzielt worden sind. Und wenn Sie meinen, wir bekommen nichts zusammen, dann spiele ich das schon zurück, warum man denn hier nicht weiter verhandelt, auch für die Zukunft. Wie man vorher gesehen hat, auch die Geschäftsordnung hier im Landtag, im Gemeinderat ist nicht überall klar. Und das waren Punkte, das waren Punkte, die wir behandelt haben in dieser Arbeitsgruppe und die wir diskutiert haben. Und da stehen Sie auf und gehen einfach. Aber natürlich die einzige Weisheit hier in diesem Raum haben Sie, Herr Kovarek, das ist mir eh schon bekannt seit dem Anfang der Periode, dass Sie die Weisheit hier mit dem Löffel natürlich auch gefressen haben. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass wir abseits von der Thematik Untersuchungskommission auf 18 vergrößern und nicht eine Gesprächsblockade gibt hier von Seiten von ÖVP und FPÖ. Und nichts anderes als das ist es auch, wenn wir über Geschäftsordnungen sprechen und hier auch ganz, ganz viele andere Sachen regeln wollen und Sie die Fahndungen abbrechen, dann ist es nichts anderes als das, dass man sich weigert, hier auch in Zukunft ein besseres und faireres Kontrollsystem in dieser Stadt auch zu installieren. Aber natürlich, wir wollen auch eine andere Untersuchungskommission. Und diese Vorschläge haben wir auch schon des Öfteren auch öffentlich kommuniziert und gefordert. Wir wollen ja, dass der Untersuchungsgegenstand nicht so eng gefasst ist. Mit den acht Jahren in der Vergangenheit, sondern dass dies gestrichen wird. Und ja, wir wollen natürlich die Minderheitenrechte verstärken. Die Minderheitenrechte beispielsweise bei der Einsetzung, dass ein Viertel der Abgeordneten reicht. Aber auch bei der Ladung, dass dies ein Minderheitenrecht wird. Oder auch im Bereich der Anforderungen der Beweismittel, dass dann dies auch ein Minderheitenrecht wird. Und auch eine Schiedsstelle für Streitigkeiten wird wichtig sein zu implementieren, um eine neutrale Instanz über Streitigkeiten auch entscheiden zu lassen. Und hier fanden wir auch den Vorschlag des Dreiergremiums, der gekommen ist, sehr, sehr gut von Seiten der ÖVP. Und in diese Richtung müssen wir natürlich gehen. Gemeinsam mit Beugermitteln auch für die Verweigerungen von Ladungen halten wir auch für essentiell an, dass es hier Maßnahmen geben wird, um die Untersuchungskommission auch effektiver zu gestalten. Und auch der Antrag von Rot-Grün Richtung Untersuchungskommission auf Bundesebene. Ja, wir glauben, ein Ausschuss ist auch nötig für die BVT-Affäre, die ja eine Affäre Innenministerium ist, eine Affäre Kickl ist, auch eine parteipolitische Zerschießung von wesentlichen Institutionen dieser Republik, wie Geheimdiensten, wo man ganze Behörden aus parteipolitischem Kalkül eigentlich handlungsunfähig macht, obwohl die Sicherheitsbedrohungen in diesem Land durchaus gegeben sind. Das ist eine Affäre, die natürlich aufgeklärt werden muss. Und wenn auch hier unter scheinheiligen Argumenten die Untersuchungsausschuss verzögert wird, der wird bestimmt auch noch kommen. Und wir sind auch natürlich auf Bundesebene auch bereit, hier mitzuwirken, dass ein neuer Antrag auch gestellt wird, vielleicht mit einem anderen Untersuchungsgegenstand, dass der dann vielleicht zulässig ist, wenn es dem Herrn Innenminister Kickl dann mal genehm ist, auch seine Missstände in seinem Ressort auch mal aufzuklären. Weil das ist eine Staatsaffäre. Dementsprechend werden wir hier mitstimmen mit dem Antrag von Rot-Grün. Wir appellieren auch noch einmal an Schwarz-Blau, auch der Vergrößerung der Untersuchungskommission zuzustimmen und hoffen auch, dass es mittelfristig zu einer gesamten Reform der Stadtverfassung und der Geschäftsordnung auch gibt. Weil hier gab es schon erste sehr gute Gespräche, fand ich, die ich bisher in dieser Form in diesem Haus noch nicht erlebt habe. Das heißt, das wäre mir ein Anliegen, dass wir diesen Weg auch weiter bestreiten und appelliere dementsprechend auch an Sie. Vielen Dank. Danke. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Juratschka. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie, dass ich nur ganz kurz auf meinen Vorredner eingehe. Den Anspruch, wirkliche Oppositionspartei zu sein und hechelnde Dankbarkeit, das geht nicht gut zusammen. Das hat man in dieser Wortmeldung wunderbar gesehen. Meine Damen und Herren, wir reden bei diesem Poststück und auch bei dem kommenden, auf Backen, aber diese Debatte, so ist es zumindest, in der Präsidiale vereinbart, fahrt jetzt bei Punkt 5 zusammen, über Spielregeln für Untersuchungskommissionen und Untersuchungsausschüsse. Durchaus aus aktuellem Anlass, wie wir alle wissen, hat doch die sozialdemokratische Stadtregierung mit grünem Anhängsel jetzt eine Untersuchungskommission auf die Reise gebracht. So weit, so gut. Wir hatten ja heute schon in der aktuellen Stunde die Diskussion darüber, dass Rot-Grün, Rot-Grün kontrolliert, zu Spielregeln von Rot-Grün, mit der Möglichkeit des Abdrehens, wenn es Rot-Grün betrifft oder belebt und mit einem Endbericht, der so geschrieben wird, wie Rot-Grün das möchte. Ich habe im Verlauf der heutigen Sitzung ja auch ein bisschen nachgedacht, warum möchte die Wiener Sozialdemokratie plötzlich so gerne Kontrollrechte ausüben. Und ich kann mir das eigentlich nur erklären mit einem Blick auf den Bund. Dort war der Oppositionsschock ein Gewaltiger. Der Christian Kern hat sich bis zum heutigen Tag nicht im geringsten davon erholfen. In Wien möchte man daraus lernen. Man möchte selbst noch Regierungsfraktionen sicherheitserhalber schon ein bisschen Tätigkeiten der Opposition mitnehmen, damit der Schock, sollte es einmal mit der Regierungstätigkeit in Wien vorbei sein, nicht so groß sein. Nur, meine Damen und Herren, das ist in einer Staatsverfassung, die dem Gramo demokratischen Spielregeln Genüge tut, nicht vorgesehen. Und wir müssen sie enttäuschen. Kommen wir zum konkreten Punkt. Es gibt seit Juni letzten Jahres eine Altparteienarbeitsgruppe zur Reform der Geschäftsordnung. Das wurde nicht zuletzt aufgrund der innerhalb der Regierung vorhandenen Streitigkeiten in der letzten Periode bezüglich des Wahlrechtes. Damals hat man ja gemerkt, dass die Geschäftsordnung in verschiedensten Bereichen eine Nachbesserung hat, um es einmal höflich auszudrücken. Und genau deshalb wurde diese Kommission auch ins Leben gerufen. Wir sind dieser Tage zum fünften Mal alle Fraktionen zusammengesessen. Inhalt dieser Arbeitsgruppe sollte sein, Reform der Geschäftsordnung für Gemeinderat, Reform der Geschäftsordnung für den Landtag, für die Gemeinderatsausschüsse, für den Stadtrechnungshof, für generell die Kontrollsituation, Reformuntersuchungskommissionen, Untersuchungsausschüsse, also das, worüber wir heute im Speziellen reden, auch eine Reform der direktdemokratischen Möglichkeiten in dieser Stadt. Und dann war in weiterer Folge auch die Untergruppe oder wurde eine eigene Untergruppe etabliert für die Reform der Geschäftsordnung der Bezirksvertretungen. So weit, so gut, wie ich meine. Und es gab in diesen fünf Sitzungen durchaus manchmal ein paar Fortschritte. Manchmal war es ein bisschen zäh, wie das nun mal so ist, wenn fünf unterschiedliche Parteien an einem Tisch sitzen und nach Ergebnissen ringen. Aber zwei Dinge standen eigentlich von Anfang an außer Zweifel. Einerseits, und da wurde vor allem die sozialdemokratische Fraktion nie müde, das immer und immer wieder aufs Neue zu betonen. Es gibt ein Gesamtpaket oder es gibt kein Paket. Und der zweite Punkt, zu dem absolute Einigung erzielt wurde, gerade im Bereich der Reform der Untersuchungskommissionen, war, man möchte sich am Beispiel des Nationalrates ein Vorbild nehmen und die Minderheitsrechte weiter ausbauen. So weit, so gut, dachten wir, bis wir plötzlich erleben, dass aufgrund des aktuellen Anlasses, dass sich die Sozialdemokratie sozusagen selbst eine Untersuchungskommission verordnet, um den Schaden so gering wie möglich zu halten, hat man plötzlich ein Puzzle-Ständchen rausgenommen. Das führt zwar, und das ist durchaus vielleicht für den einen oder anderen Vertreter der Sozialdemokratie schon ein erfreulicher Nebeneffekt, zu sehr charmanten Wortmeldungen, was die Regierungsfraktion betrifft, wie der des Abgeordnetenwiederkehr, der sich ja kaum widersprechen traut, nur dafür, dass er dort auch am Platz oder am Tisch Platz nehmen darf. Aber, meine Damen und Herren, wir haben das Problem nicht an der Wurzel angepackt, weil wenn wir ausmachen, quer über alle Parteien, es gibt ein Gesamtpaket oder es gibt keines, und dann nimmt man einzelne Punkte raus, weil es einem gerade so passt, dann verlange ich zumindest eines von Ihnen, meine Damen und Herren der Sozialdemokratie, dass Sie den Unmut der anderen Parteien verstehen. Und, meine Damen und Herren, wir wollen, dass die Dinge, die außer Zweifel gestellt sind, jetzt auch zur Abstimmung kommen, dass wir bei einer Untersuchungskommission, die ja jetzt Ende April auf die Wege gebracht wird, dass wir da schon mit Spielregeln agieren können, die wirklich state of the art sind und die denen auf Nationalratsebene so weit wie möglich nahe kommen. Und, Frau Kollegin Brauner, wir sind hier in keinem Dialog. Ich würde daher suchen, wenn Sie sich in die Debatte einbringen, es würde mich von Herzen interessieren, wie Sie als Mitglied der Stadtregierung das sehen. Großartig! Aber dann bitte melden Sie sich zu Wort und sprechen nicht davon, dass er nicht bereit ist zu antworten, weil wir sind hier eben nicht in einem Dialog, sondern dieses Rednerpult hat schon die Aufgabe, dass jemand eine Rede hält, die anderen im Idealfall zuhören und dann Ihre anderen Argumente ebenfalls bei einer Wortmeldung einbringen. Meine Damen und Herren, und ich möchte das auch den Kollegen von den NEOS noch mitgeben, weil sich der Kollege Wiederkehr wirklich hier getraut zu empören, dass man einem einzelnen Filetstückchen der Sozialdemokratie vielleicht die Gefolgschaft verwehrt. Ich sage Ihnen ganz offen, es war immer klar, und das haben alle Fraktionen, nicht nur meine Fraktion, auch alle anderen Oppositionsparteien haben immer gesagt, ja, wir wollen, dass in den Untersuchungskommissionen alle Parteien vertreten sind. Das impliziert natürlich auch, dass das NEOS dabei sind. Aber es gibt jetzt auch von dem Rein Handwerklichen andere Möglichkeiten als die Anträge, die heute herausgelöst wurden. Man kann es, und das ist in der Tat wesentlich schlauer so machen, wie beispielsweise im Stadtrechnungshof, dass man nicht nach jedem Wahlergebnis herumdoktern muss, damit die kleinste Fraktion auch dabei ist, sondern dass man hier sozusagen einen Automatismus hat, der sicherstellt, dass alle Parteien dabei sind. Das hat nichts mit demokratischer Unreife, sondern einfach mit dem Vernunft, mit einem Hausverstand zu tun. Aber wenn Sie länger dabei sind, werden Sie das vielleicht auch noch irgendwann begreifen, Herr Kollege. Meine Damen und Herren, es wurde dieser Tage schon mehrfach gesagt, es ist schön, wenn jetzt irgendwann zumindest einmal allerorts in dieser Stadt begriffen wird, dass das Krankenhaus Nord ein Milliardengrab wird, von dem wir derzeit hoffen, es ist nur ein Bauskandal und kein Korruptionsskandal. Meine Damen und Herren, es ist schön, wenn alle jetzt das Krankenhaus kontrollieren wollen, obgleich natürlich Zweifel durchaus angebracht sind, ob wirklich alle diese Kontrolle so ernst nehmen. Aber was Politik, und davon bin ich überzeugt, ausmacht, ist Handschlagsqualität. Und wenn man in Arbeitsgruppen über mehr als ein Jahr hinweg Grundsätze lebt, die dann von einem Tag auf den anderen, weil sie der Mehrheit in diesen Haus plötzlich nicht mehr passen, obsolet sind, dann können Sie von der Opposition nicht erwarten. Zumindest von der mit Charakter, dass sie diesen Bocksprüngern der Regierung auch Folge leistet. Dankeschön. Als Nächster zu Wort gemeldet ist der Abgeordneter Ellensow. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Post Nummer 5 beschäftigt sich mit dem Entwurf eines Gesetzes und was wir da ändern wollen. Darum wirbt jetzt die wir erwerben die Fraktionen der Regierungsmehrheit, weiten wir die Teilnehmerinnenzahl bei einer Untersuchungskommission aus und zwar analog zu allen Ausschüssen im Haus. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Offensichtlich, ich würde fast sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Riesenaufschrei war. Es hat halt auch sehr lange keine Untersuchungskommission gegeben. Es war offensichtlich unter Rot-Grün nicht notwendig, eine Untersuchungskommission zu machen, weil jetzt aktuell reden sie darauf hinaus Rechnungshofbericht, aber die siebeneinhalb Jahre bis jetzt war ja nichts so dramatisch, dass die Opposition das Recht in Anspruch genommen hat. So, überall sind es 15 in den Ausschüssen und in der Untersuchungskommission und dann haben wir es auf 18 draufgesetzt und die Untersuchungskommission haben wir 15 lassen überall sonst sind es 18. So, diese Analogie wollen wir jetzt herstellen. Ich nehme das gern auf, den Gedanken, es sollen alle Fraktionen drin sein. Ich bin eh der Meinung, das werden wir, das verhandeln, nein, das verhandeln wir, das wissen doch eh alle fünf Fraktionen, die dabei sind, das verhandeln wir ja. Das hat ja der Abgeordnete Wiederkehr auch ausgeführt. Es sind eh alle dafür, das wird hoffentlich am Ende so kommen. Das, was aber stimmt ist, es ist ein großes Paket, was wir verhandeln. Die Idee war nicht, singuläre Punkte herausnehmen und einen nehmen wir jetzt raus. Und jetzt muss man sich nur fragen darin, okay, insgesamt machen wir, gesagt haben, Achtung, jetzt fängt einer an, soll man wenigstens schauen, dass alle dabei sind. Wenn da Konsens bestehen würde, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, könnte man das ja in allen Landtagen so machen. Ich erinnere jetzt noch einmal daran, gestern, gestern im Niederösterreich, in Zukunft sitzen, wenn dort ein Ausschuss zustande kommen sollte, der aber nur in der Präsidiale beraten wird, wo nur drei Fraktionen hineingehen dürfen. Also nicht einmal bei der Erstberatung brauchen wir eine oder nicht, dürfen dort Neus oder Grünen dabei sein. Dort sitzen dann die drei Regierungsfraktionen zusammen, überlegen, ob sie einen U-Ausschuss machen wollen und dann sagt der Landtagspräsident, der die Sitzung leitet, ob er das machen wird und er leitet sie dann auch noch. Dann werden dort sitzen sechs Leute von der ÖVP, zwei von der ESP und einer von der EFB und die machen dann einen Untersuchungsausschuss, die anderen dürfen nicht hinkommen. Gestern beschlossen, lauft unter Demokratiepaket Niederösterreich. Ist ja fast zum Lachen. Ist ja fast zum Lachen. Zu zweit sind das sechs, das sind sechs Mandate dort von 56, die draußen sind. Das wäre wie wenn man hier zehn rausschmeißt aus dem Bereich der Untersuchung. Herr Juratschke, ich finde es nicht so lustig, aber ich weiß eh, wenn die ÖVP die Möglichkeit hat und die Macht hat, diese Regeln zu bestimmen, dann ist finito. Dann ist finito mit irgendwelchen Rechten für irgendwelche Oppositionsparteien. Dort, wo sie dürfen, machen sie das alles nicht. Na Moment, da sind wir, das wissen Sie auch, Vorreiter in all diesen Fragen gewesen die ganze Zeit. Es gibt sowieso nur zwei Länder, die dieses Minderheitenrecht kennen, die Bundesrepublik Deutschland und wir. Alle anderen in der EU haben das nicht. So, in Wien sind wir vorangegangen und sind laufend mit Verbesserungen beschäftigt. Heute wieder. Ist doch eine einfache Sache. Sollen alle dabei sein? Ja, machen wir den Antrag. Ja, gibt es nachher noch viel Verhandlungsbedarf? Ja, deswegen haben wir diese Arbeitsgruppe, die jetzt einmal unterbrochen ist und hoffe, wieder fortgesetzt wird, weil ja alle interessiert sind an Ergebnissen. Prinzipiell sieht man an der Debatte wieder, wieso unser Berufsstand so draußen leidet. Wenn der Abgeordnete Wiederkehr hier einen Punkt gut findet, ein paar andere übrigens eh kritisiert hat, aber halt nicht den gleichen geifenden Ton drauf hat, wie ein paar andere am Rednerinnenpult, dann... Wir haben da nicht so einen Wortkatalog. Ich versuche es gerade sehr sachlich zu sagen. Fakten aneinander rein. Und der Herr Wiederkehr ist ja öfter am Pult und kritisiert scharf in anderen Bereichen, was wir machen, findet in dem Bereich das gut und hält ja mehr Tempo drin. Aber weil er es normal gesagt hat, geht es sofort los, es geht nicht. Das ist schon unser Gesamtproblem auch. Opposition heißt quasi, sonst gilt es nicht, immer überzeichnen, immer scharf eine, immer hart an den Fakten oder am Rand draußen, immer mit Einzelbeispielen alles verallgemeinern. Und die Regierung geht dann her und muss umkehrt wieder sagen, Moment, wenn wir die Fakten wieder herziehen wollen, müssen wir aber festziehen auf der anderen Seite, sodass am Ende alle sich ein bisschen entfernen von dem, was man normal reden kann miteinander. Jeder Einzelne, der normal redet, man geht ja unter, wir wissen das ja auch, draußen macht das, was gut gearbeitet wird, hat wenig Lärm oder gar keinen. So, noch einmal zum Kern dieses Geschäftsstücks, Verbesserung, Analogie zu allen Ausschüssen, da waren wir uns ja alle einig, alle sollen dabei sein. Setzen sich doch alle, die da sind, dafür ein, dass wir quer durch Österreich, in allen Bundesländern, im Nationalrat, in Wien, überall dieses Recht haben, dass alle Fraktionen, die es in eine Körperschaft hineinschaffen, auch dieses Recht haben. Ist bei weitem nicht so in der, nicht nur in Niederösterreich passt das nicht, sondern anderswo auch. Und das machen wir dann überall. Im Übrigen würde ich den Nationalrat nicht kopieren wollen in allen Punkten, weil offensichtlich gibt es im Nationalrat eine Möglichkeit, die es hier nicht gibt, nämlich, es heißt Minderheitenrecht. Es heißt Minderheitenrecht auf Nationalrausebene. Jetzt bringt die Minderheit mit genügend Unterschriften einen Untersuchungsausschuss ein, oder einen Antrag auf den Untersuchungsausschuss. Und dann darf dort die Geschäftsordnungskommission sitzen und sagen, nein, es ist ein eingeschränktes Minderheitenrecht. Ich darf es nämlich nicht machen am Schluss. Und wenn ÖVP und FPÖ sagen, Herr Kovarik, wir könnten das hier nicht machen. Und es ist auch noch nie passiert. Es ist auch noch nie passiert hier. Die Sozialdemokratie hat dort genügend Unterschriften gehabt. Das Minderheitenrecht funktioniert nicht im Nationalrat, weil FPÖ und ÖVP-Abgeordnete mit dem Finger nach unten sagen, weg damit. Herr Jurajka, möchten Sie das da? Möchten Sie, wie Sie vorhin gesagt haben, Nationalrat, möchten Sie, dass SPÖ und Grüne oder eine andere Mehrheit irgendwann, oder eine größere Mehrheit von SPÖ und Grünen in der Lage ist, wenn Sie eine Unkommission einbringen mit genügend Unterschriften, dass irgendein Organ, wo dann andere die Mehrheit haben, sagen können, wir drehen das ab. So ist es im Nationalrat. Das will ich nicht. Wollen Sie das wie im Nationalrat haben? Ihnen nicht. Ich finde, dass wir in Wien, wieder einmal, natürlich sind es nicht die perfekten Regeln, aber die besten Regelungen diesbezüglich haben. Eine ganze Menge übrigens in der Arbeitsgruppe Geschäftsordnungsreform, klingt ur-sexy für die Öffentlichkeit, sind ja zum Glück ein paar Punkte, die außer Zweifel stehen. Vorsitzführung, alle fünf, wir sagen, alle fünf Fraktionen in diesem Haus, ja, das lassen wir so, wie es ist. Konsens darüber, alle mit Klubstärke sollen in der U-Kommission oder in einem U-Ausschuss vertreten sein. Einig sind wir uns bei ein paar anderen Punkten. Einsetzungsquorum, 25, macht in der Legislaturperiode keinen Unterschied. Nicht einig bis jetzt, aber nicht Regierung hier, Opposition da, Zeug in Entladungen, wie soll das genau ausschauen. Nicht einig, braucht es mehr Ressourcen, Finanzierung für die Clubs. Nicht einig, wie machen wir das mit der Amtsverschwiegenheit, unterschiedliche Positionen, FPÖ und ÖVP. Wobei, ich finde nicht einmal beide falsch, diesbezüglich, automatisch, aber unterschiedliche Positionen, kann beiden was abgewinnen in der Frage. So, und all das diskutieren wir noch, falls es eine Unterbrechung war. Wenn es keine Unterbrechung ist, werden wir es trotzdem weiter diskutieren und Vorschlag machen, dann halt nicht mit allen, wir können nur mit denen reden, die sich auch an den Tisch setzen, gemeinsam mit SPÖ und Grünen. Wir sind daran interessiert, Verbesserungen im Kontrollbereich voranzutreiben. Eine Möglichkeit haben Sie heute alle, nämlich die Aufstockung auf 18 Mitglieder, damit jetzt bei der nächsten Untersuchungskommission, die dann bald beginnen kann, alle Fraktionen in diesem Haus dabei sind. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Dr. Stürzenbecher. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Stadtrat, Herr Landesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute also den Antrag eingebracht, wie wir schon in der Aktuellen Stunde ausgeführt haben, um das Wichtigste und Notwendigste für die jetzt sofort möglichst rasch zu starten in der Untersuchungskommission zu regeln, nämlich dass alle Fraktionen dieses Hauses drinnen sind. Das ist keine Sache des Prozedere des Untersuchungsausschusses oder der Kommission, sondern das ist einfach eine Sache, die sinnvoll ist und demokratiepolitisch meiner Ansicht nach geboten erscheint. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe für die Geschäftsordnung sehr, sehr, sehr viele Punkte gebracht und haben dort auch außerordentlich viel drinnen, wo wir durchaus Konsens finden könnten. Es sind auch Punkte, wo wir uns noch nicht einig sind. Und auch bei der Reform der Untersuchungskommissionsbestimmungen haben wir sehr viele Punkte diskutiert. Die Vorsitzführung, Verfahrenshandel, Verfahrensrichter, Schiedsinstanz, Einsetzungsquorum, Einsetzung durch Mehrheitsbeschluss, Aktualitätsbezug abschaffen, Untersuchungsgegenstand, Beweisanforderungen, Zeuginnen- und Auskunftsladungen, Aktenanforderungen mit OCR-Qualität, Ressourcenfinanzierung, Tagungshäufigkeit, vorzeitige Beendigung, Dauer, Amtsverschwiegenheit, eigenes Verfahrensrecht und so weiter und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viele Punkte dort drinnen gehabt. Das war die Situation. Und jetzt war die Situation, es soll möglichst rasch eine Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord eingesetzt werden. Und da hat Stadtrat Ludwig vollkommen zu Recht gesagt, auch als Parteivorsitzender der SPÖ, dass es ihm reicht und dass er möglichst rasch eine Aufklärung will. Und das ist auch, was die Bevölkerung von uns verlangt. Und das heißt natürlich, dass wir hier hergehen können und als Mehrheitsfraktionen wirklich genauso eine Untersuchungskommission einsetzen können. Es ist ein vollkommener falscher Standpunkt, wenn man glaubt, ausschließlich die Minderheit ist zur Kontrolle da. Die Minderheit hat die hohe und wichtige und ehrenvolle Aufgabe der Kontrolle. Aber jeder einzelne Abgeordnete hat die Aufgabe zu kontrollieren und natürlich auch die Mehrheit. Also so ist es nicht, dass man quasi das ausschließliches Recht der Minderheit wäre. Und deshalb haben wir also hier diesen sehr sinnvollen und notwendigen Akt schnell gesetzt. Und dann könnte man hergehen. Wir können unmöglich diese vielen Punkte, wahrscheinlich hätten wir uns bis heute nicht geeinigt. Wir haben es sogar vorgehabt, einvernehmlich, dass bis zum Sommer, wenn es gut geht, uns zu einigen, da sind jetzt unterschiedliche Interpretationen, nur eine Punktation schaffen oder auch bis zum Sommer ein Gesetz schaffen. Aber selbst die, sie haben zugestanden, bis zum Sommer brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir hätten das nicht alles geschafft und das heißt, wir hätten jetzt sagen können, bevor wir das alles nicht schaffen, machen wir eben keine Änderung betreffend, dass die Neos auch drin sein können. Und das haben wir gesagt, wäre unbillig demokratiepolitisch. Es ist sinnvoll, dass alle Fraktionen drinnen sind und dass auch die Neos drinnen sind. Das ist das Ganze, was wir wollen. Und außerdem, da kommt noch natürlich, wer fähig ist, logisch zu denken, alles, was ich vorher aufgezählt habe, ist das Prozedere der Untersuchungskommission, wie ich 15 Punkte zur EKD aufgezählt habe. Und die sind ein Paket, haben wir gesagt. Nicht unbedingt im Paket, die sind enthalten, sind alle Fraktionen, die jetzt da sitzen drinnen. Das kann man durchaus sozusagen extra behandeln, ohne dass das die Paketlösung verletzt. wird und deshalb war es gut und richtig, dass wir die Untersuchungskommission einsetzen, aber dass wir dafür auch die Voraussetzungen schaffen, dass alle Fraktionen drinnen sind. Das war richtig so. Dann dieser Verweis wie im Nationalrat. Also wir haben schon in der aktuellen Stunde ausgeführt, also die Praxis des Nationalrates zumindest ist eher eine gefährliche Drohung, habe ich schon ausgeführt. Es ist auch, dort müssen wir wirklich alles übernehmen. Dort ist zum Beispiel die Präsidentin des Nationalrates führenden Vorsitz. Man hat dann Verfahrensrichter und Stellvertreter, man hat Verfahrensanwälte und Stellvertreter, die quasi die Rechtsstaatlichkeit sicherstellen, die auch schauen, dass die Zeugen oder Auskunftspersonen, die dort auftreten, korrekt behandelt werden. Das war ja in der früheren Vergangenheit bei Untersuchungsausschüssen, wie noch die Strafprozessordnung sinngemäß anzuwenden war. Durchaus nicht immer der Fall, wie sehr, sehr viele Experten festgestellt haben. Und das heißt, wir werden zwar sinngemäß gewisse Aspekte des Nationalrates bei uns implementieren, da sind wir uns einig, aber wir werden nicht sklavisch jeden Punkt übertragen werden, wie schon der Kollege Ellenson richtig ausgeführt hat, ist es durchaus sinnvoll, dass wir unsere Lösung im Vorsitz, wir haben da einen Pool mit ausgezeichneten Expertinnen und Experten, Richter, Rechtsanwälte, Notare und da wird mit Zufallsprinzip jemand ausgewählt und wenn der einverstanden ist, ist der dann der Vorsitzende. Und bei den drei bisherigen Untersuchungskommissionen hat sich das wirklich bewährt, das stimmen, glaube ich, alle Fraktionen zu und bei dem wollen wir auch einvernehmlich bleiben. Also da übernehmen wir auch nicht den Nationalrat, sondern, und da müssen wir uns aber trotzdem überlegen, wie schaffen wir diese Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit und des fairen Verfahrens. Also darüber sollten wir uns schon auch Gedanken machen. Und Gedanken machen sollten wir uns auch, und da bin ja auch wie der Kollege Ellenson sehr skeptisch, ob wir auch einführen, die Bestimmung der Geschäftsordnungsausschuss, prüfgemäß sowieso die Zulässigkeit von Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und hat gegebenenfalls die teilweise oder grenzliche Unzulässigkeit festzustellen, richtig ist. Da kann man dann ein Verfassungsgericht darauf anrufen und der kann dann irgendwann entscheiden. Aber es ist zumindest eine Verzögerung und auf jeden Fall hätte man, das sage ich auch noch einmal, bei allen bisherigen Untersuchungsausschüssen drüben im Nationalrat, die nach den neueren Regeln abgelaufen sind, das so streng angewandt wie jetzt, wäre keiner eingesetzt worden, zumindest nicht in der Form, wie er eingebracht wurde. Also insofern ist es natürlich nicht ein Willküraktor des Präsidenten, wie fälschlich auch gesagt worden ist, sondern wenn es ein Willkürakt ist, dann war es ein Willkürakt des Geschäftsordnungsausschusses. Und der kann natürlich auch mit diesen Worten kritisiert werden. Das dazu, weil das ist noch zu sagen, dass wir hier heute also diese Verfassungs-, diese Änderung betreffend der Untersuchungskommission beschließen. Wir haben dann, wie wir gesehen haben, auch noch andere Änderungsvorschläge, ich gehe nur auf einen Punkt ein von der ÖVP, weil mir das ein wirkliches Anliegen ist. Und zwar ist es so, dass die ÖVP anscheinend eine Verfassungsbestimmung will, wo wirklich alles drinnen ist, die Entfaltung der Wirtschaft, das Schloss und Parkschonbrunn und weiß Gott, was da soll, alles in die Verfassung hinein. Also ganz, ganz ein langer, sozusagen Komplex. Und da muss ich auf Folgendes hinweisen. Wir haben in Wien eine sogenannte Spielregelverfassung. Das heißt, es wird festgestellt, welche Organe gibt es, welche Rechte haben sie, wie sind die einzelnen Korrelationen zwischen diesen Organen. Das war ursprünglich auch auf der Bundesebene die Idee von Kelsen 1920, dass man eine solche Verfassung einführt, wo drinnen ist, wie das Ganze funktioniert und welche Rechte man hat. Zusätzlich gehöre natürlich dazu ein Grundrechtskatalog, auf den man sich damals nicht einigen konnte. Aber sonst im Wesentlichen geht es darum, dass man die Spielregeln der Demokratie und des Staates dort festschreibt. Und genau so etwas haben wir in unserer, Gott sei Dank, in unserer Wiener Verfassung. Und da jetzt einzuführen, all das, alle Wünsche, alle Zielvorstellungen und so weiter, halte ich aus rechtlicher Sicht und verfassungsrechtlicher Sicht, aber auch aus politischer Sicht nicht für sinnvoll. Wir haben im Bund, glaube ich, das ist wirklich eine Debatte, die man führen muss, keine guten Erfahrungen damit gemacht, dass man dann irgendwann vereinzelt Staatszielbestimmungen reinschreibt, wo man nie weiß, wie die Rechtsordnung darauf dann reagiert. Irgendwann sagt ein Richter oder eine Richterin in ihrer Urteilsbedingung, ja, das steht ja der Umweltschutz in der Verfassung und deshalb genehmige ich jetzt die dritte Piste nicht. Es ist dann zu Recht vom Verfassungsgericht auf diese Interpretation aufgehoben worden. Aber ich sage, eine Verfassung ist nicht dazu da, Wünsche, Träume, Zielvorstellungen dieser Art exzessiv festzuschreiben. Das bringt nur Rechtsunsicherheit. Das, was wirklich durchgesetzt werden soll, an einzelnen Maßnahmen soll primär einfach gesetzlich festgelegt werden und die Verfassung soll die Spielregeln dafür bieten. Und insofern halte ich diesen Vorschlag der ÖVP nicht für günstig. Er würde unsere ausgezeichnete Wiener Verfassung, die wirklich in hohem Maße sich in Jahrzehnten als tauglicher Wissen hat, verschlechtern. Und deshalb lehnen wir diesen Vorschlag auch ab. Applaus Insgesamt glaube ich, dass wir gut weiterdiskutieren können mit allen Parteien. Ich hoffe, es sind wirklich alle für eine Weiterentwicklung auch der Spielregeln für die Untersuchungskommissionen. Und es wäre nur falsch gewesen, jetzt sozusagen mit der Einsetzung zu warten, bis wir uns einigen. Wann einigen wir uns? Vielleicht hätten wir uns im Juni gereinigt, vielleicht hätten wir uns erst im Herbst gereinigt. Und darauf zu warten, glaube ich, wäre nicht sinnvoll gewesen. In dem Sinn, sage ich, die Kontrollrechte gehören ausgebaut. Wir sind da auf einem guten Weg. Heute machen wir das, was unbedingt notwendig ist, dafür, dass die Neos auch hineinkommen. Aber wie schon ausgeführt worden ist, wir haben ein hohes Niveau an Kontrollrechten. Mehr als alle Bundesländer ist auch schon ausgeführt worden. Nebenbei erwähnt, gibt es überhaupt in allen, wenn man noch 28 EU-Länder nimmt, wenn man Großbritannien im Ausprozess ist, noch dazu zählt, 26 Staaten der EU, wo es nicht einmal ein Minderheitsrecht für Untersuchungsausschüsse oder Kommissionen gibt. Das gibt es erfreulicherweise bei uns und in der Bundesrepublik Deutschland. Wir in Wien waren noch Vorreiter. Wir werden schauen, dass wir hier noch besser werden und die Minderheitenrechte noch mehr ausbauen. Und hier sind wir auf einem guten Weg und wir laden Sie herzlich dazu ein, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Dankeschön. Danke. Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Hebein. Bitte, Frau Abgeordnete. Werter Herr Vorsitzender, Herr Stadtrat, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, wir haben gestern und heute bereits ausführlich über das vorliegende Gesetz diskutiert. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich das unterstütze, dass alle Fraktionen in den zukünftigen Untersuchungskommissionen und Ausschüssen vertreten sind. Ich halte nach wie vor fest, dass Kontrolletransparenz enorm wichtig ist für unsere Demokratie. Ebenso wichtig für unsere Demokratie ist auch unsere Sicherheit. Daher erlaube ich mir, jetzt einen Beschluss- und Resolutionsantrag einzubringen und das kurz zu begründen. Meine sehr geehrten Kollegen und Kolleginnen, Wir haben jetzt in weniger als 100 Tagen beginnt der österreichische EU-Vorsitz. Allein in Wien werden ein Dutzend hochrangiger Gipfeltreffen stattfinden in der zweiten Jahreshälfte. Das heißt, es werden so im Wochentakt europäische und internationale Regierungsdelegationen erwartet, in Schwächert landen und das ist unter anderem natürlich eine enorme Herausforderung auch für die Sicherheitsbehörden, allen voran das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist hier gefordert. Hier laufen sehr viele Aufgaben zusammen, die Abwehr von Terroranschlägen, das Einschätzen der Sicherheitslage, Personenschutz und so weiter. Und gerade jetzt, während wir hier diskutieren, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Sie können sich natürlich vorstellen, dass das, was in den letzten Tagen passiert, sind in den letzten Wochen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Exekutive, insbesondere des BVT, sehr betroffen gemacht hat, beziehungsweise das ist auch an Ihnen nicht spurlos vorübergegangen. Vergessen wir nicht, das Innenministerium selbst hat nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit massiv an Vertrauen verloren, sondern diese Vertrauenskrise ist auch, hat auch den Sicherheitsapparat selbst erfasst. Ich würde Ihnen wirklich auch empfehlen, hier mit Beamten und Beamtinnen zu sprechen, das sitzt Ihnen wirklich tief in die Knochen. Was ist passiert, auch in den letzten Tagen und Wochen, wir müssen leider festhalten, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Justiz und des Innenministeriums hier nicht wirklich zu einer Aufklärung beigetragen hat. Ich erinnere Sie kurz, entgegen erster Behauptungen gab es doch, wurden doch Falldaten aus der Extremismusabteilung beschlagnahmt, dann hat es wieder geheißen, es geht nur um 19 Gigabyte, inzwischen heißt es, wie wir gestern nachlesen konnten und hören konnten, geht es um 40.000 Gigabytes, also so genau weiß man, dass noch nicht wird verkündet, aber man weiß schon, dass keine Daten aus Deutschland weitergegeben worden sind, das muss man einmal jemand allein von der Logik erklären, man weiß auch, dass die Aktivitäten des Generalsekretärs und des Kabinetts des Innenministers direkter Auslöser für die Hausdurchsuchungen war, dieses Faktum hat man auch zunächst verschwiegen, direkter Auslöser, warten Sie einmal, Sie brauchen nicht in Unruhe verfallen, es sind viele schwerwiegende Fragen offen, es gibt eine große Verunsicherung, einmal wird so kommuniziert, dann wird so kommuniziert, das Faktum, dass da auch Aktivitäten vom Generalsekretär und des Kabinetts des Innenministers beteiligt waren an der Hausdurchsuchung, können Sie jetzt nicht wieder relativieren, Sie machen nur weiter mit der Verunsicherungspolitik. So, warum das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung zunächst nicht für die Ermittlungen geeignet war und dann doch, ist auch eine sehr schleierhafte Frage oder bleibt auch noch schleierhaft und ist auch noch offen. Es ist einfach so, wir wissen bis heute nicht, wie weit die Polizei beziehungsweise nun von einem schwarzen Netzwerk korrumpiert worden ist oder nicht. Sie kennen das Dossier, mittlerweile wird es heftig diskutiert, seit letzten Mai des Jahres, also die Staatsanwalt ermittelt, das stimmt, aber ich denke, die Öffentlichkeit verdient hier ganz klare Antworten. Innenminister Kickl hat aber durch sein Vorgehen der letzten Tage und Wochen ein, ich habe das gesagt, wir reden seit zwei Tagen intensiv über Transparenz und Kontrolle, ein enorm wichtiger Bereich für unsere Demokratie. Wir reden auch, was die Sicherheit für unsere Demokratie bedeutet. Ich erinnere daran, dass Sie auch gestern Frau Abgeordnete, ich darf Sie bitten, auch zum Gesetz entsprechend Stellung zu nehmen. Vielen Dank. 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 Schauen Sie, gar nicht, gar nicht. Ich sehe unsere Demokratie, unsere Demokratie ist mir viel zu wichtig, als dass ich nicht enorm wichtige Diskussionen hier in diesem Raum führen werde und auch muss. Es ist enorm wichtig, dass wir darüber reden, über Transparenz und Kontrolle und es ist auch wichtig, dass wir genau die Verbindung zu den Sicherheitsfragen treffen, die hier diskutiert werden. Und ich sage noch einmal in aller Deutlichkeit, wir bringen jetzt einen Antrag ein, ich fasse es ganz kurz, der richtet sich an den Bundeskanzler und das Vertrauen der Sicherheitsbehörden ist angeschlagen. Wir ersuchen ihn, dass er auch beiträgt, dass es hier wieder ein Vertrauen gibt. Wir haben noch weniger als 100 Tage, bis der österreichische EU-Vorsitz beginnt. Hier haben auch die europäischen Partnerinnen ein Recht darauf, dass es sicherheitsmäßig gut über die Bühne läuft und wir schlagen konkret vor oder wir beantragen konkret, dass der Bundeskanzler für die kommende Legislaturperiode ein Reformmoratorium zum BVT ausspricht. Das ist enorm wichtig. BVT wurde reformiert vor zwei Jahren nach intensiven Diskussionen, Beschluss des polizeilichen Staatsschutzgesetzes. Es ist wichtig für unser Land, vor allem für unsere Stadt, die Glaubwürdigkeit des Staatsschutzes wieder zu erlangen. Da kann es keinen weiteren Zugriff geben auf die angeschlagene Behörde. Daher bringe ich einen Antrag ein in meinem Namen, von Barbara Huema, Christian Hurski, Professor Harry Kopitz und andere und bitte um Zustimmung für diesen enorm wichtigen Antrag im Sinne unserer Sicherheit. Danke. Zu Wort ist gemeldet der Abgeordnete Kobareg. Bitte, Herr Abgeordneter. Herr Präsident, Hohes Haus, meine Damen und Herren, wir verhandeln also heute in zwei Geschäftsstücken eine Änderung der Wiener Stadtverfassung und wurde schon einiges darüber gesprochen über die verwunderliche Vorgangsweise, wie dieses Geschäftsstück, wie diese Gesetzesänderung zustande gekommen ist. Vielleicht zurückkommend auf den Auslöser und mein Subläuge können nicht einmal die Neos sein. Das hat was damit zu tun, diese Initiativanträge, dass jetzt überraschenderweise Rot und Grün eine Untersuchungskommission eingesetzt haben. Das ist schon ein bisschen ein Zusammenhang, das wird vielleicht auch Ihnen sich erschließen. Man hat eben jetzt offensichtlich politisch, taktisch, parteipolitisch, taktisch interessante Vorgangsweise gewählt, ich sage es einmal vorsichtig und setzt eine Untersuchungskommission ein. Ob Sie der Kontrolle und der Demokratie wirklich einen guten Dienst damit geleistet haben, das lasse ich mal so in dem Raum stehen. Noch dazu im Hinblick auf die jetzt geltenden Bestimmungen der Wiener Stadtverfassung, was Untersuchungskommissionen und Untersuchungsausschüsse betrifft, wo wir eben die wesentlichen Sachen und nicht böse sein, ich komme da noch zu den Neos, die wesentlichen Sachen sind es vor allem auch, wer beschließt Beweisanträge, wer kann darüber beschließen über ergänzende Beweisanträge, wer kann Vertrauenspersonen herbestellen, das ist ja doch eigentlich sehr wichtig und da sind die Kontrollrechte der Minderheitsfraktionen ganz entscheidend, weil was passiert sonst und das haben wir auch erlebt in den alten Ausschüssen und den Kommissionen, dass die Mehrheit, wenn sie will, wenn es nimmer will, sagt, okay, es ist vorbei und nein, den wollen wir nicht hören. Also das ist der eigentliche Hintergrund und das sollte uns beschäftigen, das sollte auch die Neos beschäftigen. Und jetzt so zu tun von Rot und Grün, naja, wir machen eh eine Reform, eine ganz dringend notwendige Reform der Untersuchungskommission und pickt sich einen Teil heraus, einen Teil. Das ist, also, gelinde gesagt, ja, sportlich interessant, sagen wir es mal so. Vielleicht auch eins dazu, um das gleich am Anfang abzuhandeln. Die gewählte Vorgangsweise ist handwerklich auch schlecht, effektiv schlecht, meine Damen und Herren von Rot und Grün. Sie normieren jetzt im Gesetz oder Sie wollen normieren im Gesetz, dass die Untersuchungskommission beziehungsweise der Untersuchungsausschuss 18 Personen beinhaltet. Das ist eine glasklare Anlassgesetzgebung. Das ist zufällig zum jetzigen Zeitpunkt genau die richtige Anzahl, damit alle Fraktionen dabei sein dürfen. Dass die Neos sich darüber freuen, ist verständlich und ist von mir aus auch okay. Wir haben ja nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, hätten Sie mir einen Antrag gelesen, den ich noch zusätzlich eingebracht habe, hätten Sie gesehen, das ist auch uns ein Anliegen, Herr Kollege. Nur wir wollten es gleich richtig machen und nicht dazu gezwungen sein, dann in jeder Legislaturperiode zu schauen, naja, wie geht sich das gerade aus, welche Fraktionen sind alle reingewählt worden, welche politischen Parteien sind vertreten im Landtag im Gemeinderat und wie schaut das nach der Hand, wie geht sich das eben aus. Das ist ja teilweise sehr kreativ, der Kollege Nepp hat das schon ausgeführt, das kann 2020 oder wann auch immer wieder wählen, ganz, ganz, ganz anders ausschauen. Wie auch immer das ausschauen wird, ich habe keine Glaskugel, von der wurde gestern viel gesprochen, ich weiß es nicht, das weiß nur der Wähler am Wahltag. Und jetzt wählen Sie diese Vorgangsweise und versteinern 18, da weil es wäre ja nicht so schwer gewesen. Und Kollege, hätten Sie meinen Zusatzantrag, hätten Sie eine Sekunde verschwendet, so viel muss man gar nicht die Weisheit mit Löw essen, sondern hätten Sie einfach nachgelesen, wie wir das geregelt hätten, hätten Sie vielleicht erkannt, ja, das ist auch eine richtige Möglichkeit. Wie steht es denn, man hätte ja auch in der Stadtverfassung nur ein paar Paragrafen, das ist ja auch bei den Ausschüssen geregelt, nun auch nicht, hätte ja nur ein paar Paragrafen zurückgehen müssen und man hätte ein wunderbares Vorbild gehabt, wie das geregelt ist, nämlich in Paragraf 55 beim Stadtrechnungshof Ausschuss. Und man muss auch nicht jetzt Vorsitzender dieses Ausschusses sein, wie ich gerade zufälligerweise bin, um auf die Idee zu kommen, das hier auch anzuwenden. Und genauso haben wird es auch in unserem Zusatzantrag vorgesehen, dass es eben eine Mindestanzahl gibt und dann auch gewährleistet ist, dass jeder im Gemeinderat vertretenen Wahlwerbepartei mindestens ein Sitz im Ausschuss zukommen muss. So schwer ist das nicht, meine Damen und Herren von SPÖ und Grüne. Was haben Sie gemacht? Sie haben sich halt eingekauft die Neos. Offensichtlich gelungen. Gratuliere. Und Sie haben einen willfährigen Konsument gefunden. Also, es wäre einfach gewesen, darum sage ich auch handwärtlich schlecht. Und es ist ja sowieso Tatsache, nach den jetzigen Bestimmungen schon, was passiert, wenn man einbringt einen Antrag auf die Untersuchungskommission, dann wird es in der nächsten Gemeinderatssitzung, muss halt rechtzeitig sieben Tage vorher, das ist bei dieser Untersuchungskommission eben nicht geschehen, sondern Sie haben es eben zu Zeit, nahezu der gestrigen Gemeinderatssitzung vorgenommen, darum wird es eben erst bei der nächsten Gemeinderatssitzung, wird es vom Vorsitzenden bekannt gegeben und wird auch eine Diskussion darüber abgehandelt werden. Das ist explizit vorgesehen und bei dieser Diskussion ist es selbstverständlich, dass man dann auch tatsächlich nach den jetzigen Gegebenheiten oder den jeweiligen Gegebenheiten auch einsetzt die jeweiligen Mitglieder dieses Ausschusses von der Zahl her. Also, es wäre ganz einfach gewesen, das heißt, wenn Sie jetzt sich da so an die Brust heften, ja wir haben das ja wunderbar geregelt, nein haben Sie nicht, Sie haben es handwerklich ausgesprochen schlecht gemacht, meine Damen und Herren. Applaus Aber, mein, der Hintergrund ist ja relativ klar, ich habe es schon betont und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Ersten, noch einmal, wir haben nichts dagegen, dass Sie dabei sind. Wir wollen es ja auch. Nur, so billig geben wir uns nicht her. Und das, noch einmal, das müssen Sie auch durchschauen oder die Vermutung liegt es ja an euch, ich mache es eh vorsichtig. dass in der ganzen Arbeitsgruppe, die ja durchaus interessant war und wir haben uns ja in dieser Arbeitsgruppe als Freiheitliche, glaube ich, auch, und das wird keiner bestreiten, hoffe ich, durchaus auch eingebracht und ehrlich eingebracht und unsere Anliegen und diskutiert und ist ja nicht so, dass wir das nicht geschätzt haben, diese Arbeitsgruppe. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns wirklich beteiligt daran und werden uns überlegen, wie wir diesbezüglich weitermachen. Aber zu glauben, dass sich jetzt bei der Untersuchungskommission noch irgendwas ändern wird, ist, ich hoffe, das glauben Sie selber nicht. Also ich nehme an, das war es jetzt damit. Wir werden diskutieren über alles Mögliche. Wahrscheinlich werden wir auch diskutieren über Redezeiten und sonst irgendwas. Ob das dann so wirklich minderheitenfreundlich ist, was dann im Endeffekt dabei rauskommt, wird man sehen. Aber zu glauben, dass sich Rot und Grün jetzt dann noch viel bewegen werden, also so blaugig, meine Damen und Herren. Sie sind auch noch nicht so lange in diesem Gremium. Aber ja offensichtlich Sie, sonst würden Sie da nicht mitspülen, bei dieser Posse. Also, was will die freiheitliche Fraktion, noch eins dazu, dass man da auch keine Märchen jetzt da aufbringen lässt oder den Freiheitlichen oder auch der ÖVP jetzt nachsagt, wir hätten verhindert, dass da in der Kommission jetzt nicht den Neos dabei sind. Unabhängig, offensichtlich haben mehrere keine Ahnung in diesem Raum, unabhängig von unseren Abstimmungsverhalten der ÖVP und der FPÖ nämlich, werden wir heute nämlich an, die Rot und Grün wird in ihren eigenen Antrag wohl zustimmen, Neos hat es auch schon vorhin gekündigt, werden wir die Regeln, ohne unsere Zustimmung, aber doch der Landtag, der UK, beschließen. Also, ihr seid eh dabei. Wir geben uns aber nicht her dafür, für diese Posse. Wo es dann womöglich nicht ausgeht, werden wir sehen, ist beim nächsten Tagesordnungspunkt, beim Tagesordnungspunkt 6, da sagt unsere Stadtverfassung, das ist zwar nicht jetzt als Landesverfassungsrecht im Formeln sind definiert, aber im 124a steht drin, zu einem gültigen Beschluss des Landtags ist die unbedingte Stimmenmehrheit, da haben wir es in Landtagsabgeordneten erforderlich, die Abänderung dieses Hauptstückes, nämlich was den Landtag betrifft, können aber nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimme beschlossen werden. Das wird sich vermutlich nicht ausgehen. Also jetzt haben wir die kuriose Situation, dass die Untersuchungskommission und Untersuchungsausschuss anders geregelt ist. Erinnert mich ein bisschen, Stadtrechnungsauss, gell? Ja. Wie auch immer. Also wird einmal handwerklich enden wollend geschickt das Ganze gemacht. Und wenn man jetzt schon sagt, naja, aber es war uns so wichtig, dass man das halt jetzt noch vor der Untersuchungskommission, die wir jetzt überraschenderweise eingebracht haben, abändern will, meine Damen und Herren, es wäre auch eine Möglichkeit gewesen und das wäre vielleicht die richtige Möglichkeit gewesen, das in einer Arbeitsgruppe zu besprechen. Wozu haben wir denn diese Arbeitsgruppe? Da wird einerseits besprochen, ja, wir machen das alles gemeinsam und bis Juni wollen wir ein bisschen was zusammenbringen und dann die logistische Ausformulierung kommt dann auch noch. Und warum reden wir denn nicht darüber in der Arbeitsgruppe? Wozu haben wir diese Arbeitsgruppe? Das, nicht böse sein. Das, Kollege Blind sagt, das ist Wortbruch und der hat wahrscheinlich recht. Er hat sicher recht. Gut. Also, meine Damen und Herren, das wäre ja nicht so schwer gewesen. Und es wäre Ihnen keine, der Herr Kollege Ochsonitsch, glaube ich, hat unseren Klub, ob man quasi gleichzeitig angerufen wird, dann auch eingebracht oder an die APA gebracht wird. Also, wenn man schon ordentlich umgehen will in einem Arbeitskreis, in einer Arbeitsgruppe, dann macht man es halt im Arbeitskreis, in der Arbeitsgruppe. Ich glaube, Sie sind Teil dieser Arbeitsgruppe? Ja, auch. Also gut, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Ich sage, passt auf, wir haben uns zwar darauf verständigt, danke, dass wir das alles gemeinsam machen, aber jetzt Untersuchungskommission, das wollen wir halt vorher machen. Naja, da hätten wir drüber diskutieren können. Dann wäre es wenigstens fair gewesen, sowas unfair. So, was wollen die Freiheitlichen? Wir haben nichtsdestotrotz uns überlegt, wir versuchen es wenigstens und bringen einen Zusatzantrag ein. Gründer sind herzlich eingeladen, da mitzustimmen. Was wollen wir? Wir wollen mehrere Sachen ändern. Wir wollen, und das ist ja sehr viel ähnlich mit der ÖVP, das muss man auch dazu sagen, wir werden dem auch zustimmen, diesen konkreten Abänderungsantrag, ich glaube, ich habe das hier genannt, der ÖVP. Wir wollen, dass nicht nur 30, sondern auch 25 Mitglieder, das heißt ein Viertel der Mitglieder dieser Gremien, eben jeweils eine UK oder einen Untersuchungsausschuss einsetzen können. Bis jetzt haben wir 30. Wir wollen die Mitglieder eben variabel gestalten, dass wir nicht jedes Mal nach jeder Legislaturperiode anpassen müssen. Wir wollen Beweisbeschlüsse genau definieren. Wir wollen ergänzende Beweisbeschlüsse zulassen mit Minderheiten, als Minderheitenrecht. Wir wollen auch Ladung von Auskunftspersonen als Minderheitenrecht definieren. Habe ich schon vorher gesagt, ganz wesentlich. Sonst können SPÖ und Grüne das jederzeit verhindern. Das wollen wir nicht. Und wir wollen ja nichts Außerordentliches oder nichts Abstruses. Schauen Sie nach. Im Bund ist es so, in Kärnten ist es so, es gibt ein paar Bundesländer, wo das auch schon durchgezogen ist und die Tendenz geht tatsächlich dorthin. So, wir wollen auch die Geheimhaltung, also die Verschwiegenheit, auch da wollen wir Änderungen herbeinnehmen. Derzeit ist es relativ einfach, wenn der Beamter sagt, Amtsverschwiegenheit leider, können die Minderheitsfraktionen auch durch die Finger schauen. Auch das wollen wir geändert haben. Und das wollen wir nicht nur für die Untersuchungskommission, sondern natürlich auch Ideen für den Untersuchungsausschuss geändert haben. Der Zusatzantrag wurde gestern eingebracht, dürfte allen Fraktionen vorliegen. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, zuzustimmen. Außer man sagt, wir machen das, was wir uns grunselig vorgenommen haben, nämlich gemeinsam alles noch einmal vorher diskutieren. Also, meine Damen und Herren, schauen wir, wie das heute ausgeht. Wir werden uns vorbehalten, die Arbeitsgruppe ist halt noch einmal, das haben wir auch immer betont, wir haben sehr großes Interesse, dass man der Geschäftsordnung diskutiert und wenn nicht einmal klar ist, dass man, nicht besser, zur Geschäftsordnung, zu jeder, zu jeder Gelegenheit sich melden darf, wovon ich fest überzeugt bin und anders kann es gar nicht sein, auch hier herauszulesen, wenn wir darüber schon diskutieren müssen, dann haben wir wirklich große, große Notwendigkeit, uns über einige Sachen zu unterhalten in der Geschäftsordnung. Nur die Vorgangsweise, die Sie gewählt haben, ist sehr ungeschickt. Noch eines, vielleicht wird sich der Kollege Blind auch noch dazu melden, weil wir immer, oder noch einen Schritt zurück, weil wir immer gehört haben, ja, aber schauen Sie doch auf Nationalratsebene, Nationalratsebene, was da gerade passiert. Es ist ein Skandal und unglaublich und schwarz, blau, der Türkis, blau, wollte er alles verhindern. Meine Damen und Herren, fairerweise, du, Kollege Stürzbecher, hast das dann eh auch in einem Nebensatz gesagt, aber es ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, nur weil die SPÖ jetzt zumindest nach Ansicht des Mehrheits- und Geschäftsordnungsausschusses, des Nationalrats, es nicht zusammengebracht hat, diesen Antrag korrekt zu definieren, gibt es ja noch einen Rechtszug. Ja, also es ist ja nicht so, wenn der Verfassungsgerichtshof entscheidet, Rot und, also der Geschäftsordnungsausschuss hat vollkommen daneben gegriffen, dann gibt es diesen Antrag. Dann gibt... Wer hat wen bestellt? Hat sich Winkelschreiber. Bitte schön, das ist einen Ordnungshof wert, wissen Sie, was ein Winkelschreiber ist, Herr Kollege? Das ist eine Strafnahme. So jetzt, Herr Kollege, das, glaube ich, müssen wir uns wirklich nicht sagen lassen. Oder auch die Regierung nicht. Winkelschreiberei, das machen andere. Also, ich halte die Regelungen Geschäftsordnung, Nationalrat, also Geschäftsordnungsgesetz, Nationalrat, ich nehme an, dass die SPÖ dazugestimmt für diese Regelungen. Lieber Kollege Stürzenbecher, verbessere mich, aber die jetzige Form der Geschäftsordnung, des Geschäftsordnungsgesetzes, des Nationalrats, wurde auch mit Stimmen der SPÖ beschlossen. Na, siehst du das. Also, bitte. Also, meine Damen und Herren, alles nicht so aufregend. Sie haben es in der Hand, keine Ausrede, Sie haben es in der Hand, den Verfassungsgerichtshof damit zu befassen. Und glauben Sie mir, das wäre... Ja, das ist mein Demokratieverständnis, Frau Kollegin Hebein, dass es einen Rechtszug gibt, wie in unseren rechtsstaatlichen Regelungen üblich, und dass dann die übergeordnete Behörde entscheidet, ob das rechtenswert oder nicht. Das ist was ganz Normales. Willkommen bei uns in Österreich. Dass Sie sich da schwer tun, wenn Sie mir das schon so dazwischenrufen, dass sich die Rotgründer offensichtlich schwer tut bei solchen Organisationen, Institutionen, haben wir erlebt. Ich verweise nur auf die jährlichen Berichte des Verwaltungsgerichtes in Wien. Wie Sie dieses Gericht hier ausstatten, ist ein Skandal. Also, lassen wir die Kirche im Dorf, meine Damen und Herren. So, und noch was, weil sich da manche bemüßigt gefühlt haben, auch wieder Sachen zu erfinden. Also, dieser angebliche Skandal, dieser angebliche Skandal, weiß nicht, ob der Kollege Blind wird sich nicht mehr melden dazu. Darum sage ich nur zwei Wörter dazu. Wer führt dieses Verfahren, das da jetzt großartig thematisiert wird, auch von der Kollegin Heber, die Staatsanwaltschaft? Und wollen Sie der Staatsanwaltschaft wirklich unterstellen, dass das eine freiheitliche Organisation ist, die jetzt umfärben will im Ministerium? Das ist eine starke Ansage, meine Damen und Herren. Welche Staatsanwaltschaft ist es denn? Frau Kollegin, die Korruptionsstaatsanwaltschaft, und ich sage Ihnen schon eins, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft einmal so weit ist und eine Hausdurchsuchung beantragt, da muss schon was passieren. Das sei auch einmal hier klargestellt. Und dass dann der Untersuchungsrichter, wie Sie sagen, wir haben, unser Rechtssystem funktioniert auch noch für Sie, dass der Untersuchungsrichter dann, der Journalrichter, dem Stadt gibt, da muss auch schon was passieren. Also, der ist nämlich unabhängig, der Richter. Staatsanwaltschaft kann man sagen, okay, die muss womöglich auf Weisung, was nicht geschehen ist, das wissen wir inzwischen auch schon. Aber der Untersuchungsrichter, der ist weisungsfrei. Und der hat dem Staat gegeben. Und das ist es. Dass eine Behörde, und das betrifft im Übrigen auch den Magistrat, meine Damen und Herren, im eigenen Wirkungsbereich, wenn sie erkennt, dass hier Straftaten vorfallen, dann hat sie eine Anzeigepflicht. hat sie eine Anzeigepflicht. Also, wollen wir die Kirche im Dörf ausführen. Meine Damen und Herren, wir werden also unserem Zusatzantrag natürlich zustimmen. Wir laden ein, dass wir hier eine breite Mehrheit dafür finden. Den Initiativantrag werden wir nur dann zustimmen, wenn der Zusatzantrag von uns auch positiv behandelt wird. Dankeschön. Danke. Auch ohne die richtige Aufmerksam machen von Abgeordneten Koberik erteile ich den Herrn Abgeordneten Lindenmayr einen Ordnungsruf für Winkelschreiber. Das ist eine Diktion, die mit Sicherheit hier nicht statthaft ist. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile für eine tatsächliche Berichtigung und die Frau Abgeordnete Heber. Tatsächliche Berichtigung, Herr Abgeordneter Koberik. Sie haben ein bisschen vermischt. Ich habe nicht über die Staatsanwaltschaft gesprochen. Ich habe das vor mir liegen noch einmal. Ich habe gesagt, Aktivitäten des Generalsekretärs und des Kabinetts des Innenministers waren direkter Auslöser für die Hausdurchsuchung. Dieses Faktum wurde zunächst verschwiegen und dann heruntergespielt. Vielen Dank. Für eine tatsächliche Berichtigung der Abgeordnete Blinkt. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Ich würde Frau Kollegin Heber also wirklich dringend raten, bevor es sich herausstellt und gute Tipps und Tragschläge gibt, eine Strafprozessordnung auch nur einmal vom Umschlag her zu kennen. Es ist wirklich also Hanebüchern, Frau Kollegin. Wie gesagt, wir haben die Kompetenz der Grünen-Fraktion, was diesen Vorfall und diese Kausa betrifft, die auch schon im Bundesrat erlebt. Da waren die Wortmeldungen auch zum Fremdschämen. Aber ich muss Ihnen schon eines sagen. Hausdurchsuchungen ordnet. Frau Kollegin, Sie müssen einmal den Unterschied kennenlernen zwischen Kausalität und objektiver Zurechnung. Wenn Sie das nicht verstehen, kausal ist viel im Leben. Objektiv zurechenbar und was ein Auslöser ist, ist aber etwas ganz anderes. Und wenn Sie jetzt hergehen und sagen, irgendeine Handlung irgendwann in der Zeit in einem Land far, far away, all das, es gibt viele Dinge, Schmetterlingseffekte und so weiter, das kennen wir alles. Aber das hat damit nichts zu tun. Hausdurchsuchungen in Österreich werden angeordnet durch die Staatsanwaltschaft nach einer vorherigen Genehmigung des Haft- und Rechtsschutzrichters. Wenn Sie das nicht wissen und hier jede objektive Zurechnung, abgesehen von jeder Objektivität, vermissen lassen, ist zu berichtigen, Auslöser und kausal und objektiv zurechenbar für diese Hausdurchsuchung bei einer Anordnung der Staatsanwaltschaft mit Genehmigung eines unabhängigen Richters. Ich hoffe, Sie stellen beides nicht in Frage. Danke. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Hochsonitsch. Bitte, Herr Abgeordneter. Auch auf die Gefahr hin, dass dann noch eine juristische Vorlesung vielleicht kommt, in welchem Zusammenhang auch immer. Sei es darum, aufzuklären gibt es in dem Zusammenhang sicherlich genügend und irgendwann wird es sicherlich zu dieser Untersuchungskommission kommen. Bei uns kommt es zu einem entsprechenden Verfahren. Nämlich, weil die Zeit leider für die tatsächliche Berichtigung da nicht ausreicht. Darum habe ich mich jetzt noch zu Wort gemeldet, weil es doch einiges aus dieser Debatte aus meiner Sicht zu berichtigen gibt. Ja, es stimmt. Wir haben uns auf ein Gesamtpaket geeinigt. Wir haben immer gesagt, wenn es diese große, umfassende Reform der Stadtverfassung geben soll, dann sehen wir das als großes Prozedere. Und ich finde eigentlich die Diskussion jetzt müßig, von Wortbrüchig etc. zu reden. Tatsache ist, angesichts einer immer wieder seit September 2016 angekündigten Untersuchungskommission immer wieder den entsprechenden Ankündigungen haben wir uns entschlossen, auf jeden Fall die Stadt, in dem Fall den Gemeinderat die Stadtverfassung für eine allfällige Untersuchungskommission vorzubereiten, die entsprechenden Schritte einzuleiten, dass das, was im Stadtrechnungshof tatsächlich geregelt ist, in einer anderen Form, aber geregelt ist, jedenfalls mal für eine möglicherweise innerhalb von wenigen Tagen kommenden Untersuchungskommission sichergestellt ist. Und daher haben wir uns nicht, weil wir handwerklich schlecht sind, sondern die Diskussion, Sie wissen es auch, wir haben es auch in dem kurzen Gespräch der Geschäftsordnungsarbeitsgruppe erörtert, wir haben gesagt, okay, trotz allem, die man braucht, hinten auch noch einen entsprechenden Beschluss des Gemeinderats, wir wollten, dass die Diskussion ersparen, wann immer irgendeine für den Landtag oder für den Gemeinderat kommt, dass wir dann nicht darüber diskutieren müssen, welche Größe gibt es jetzt da sichergestellt, wir haben es gleich hier reingeschrieben. Es steht auch überhaupt nirgends geschrieben, dass das jetzt letztendlich in Stein gemeißelt ist, sondern durchaus ja einer der Bestandteile trotzdem sein kann, das man ganz normal flexibel ändert. Wir wollten sicherstellen, jetzt für eine möglicherweise rasch stattfindende Untersuchungskommission gibt es die Möglichkeit, dass die NEOS vertreten sind. Und wie kommen wir eigentlich zu dem Schluss, dass eigentlich ja permanent, nicht nur über Monate hindurch, wie gesagt seit 2016, diese Untersuchungskommission möglichst rasch kommt, schlicht und ergreifend, weil, und da muss ich mir jetzt die Brünen aufsetzen, am 28. Februar der Herr Wölbitsch, die Frau Kordos hat gesagt, ein fertiger Antrag liegt am Tisch. Am 1. März ein fertiger Antrag liegt am Tisch. Wir haben ja zwar keiner noch gesehen, Sie haben gestern unserer Bitte nicht nachgekommen, uns ihn wenigstens zu zeigen, er liegt am Tisch, wir sollen beitreten. Gut, wir kennen ihn nicht, wir wissen zwar nicht, wo wir beitreten sollen. Unser fertiger Antrag liegt am Tisch, 7. März 2016, die ÖVP ist bereit, wir sollen zustimmen. Wir wissen zwar nicht zu was, aber sei es drum. 9. März, ein ganz spannendes Datum, ein fertiger Antrag liegt bereits am Tisch. Eine Zeugenliste liegt vor, die haben wir Gott sei Dank gekriegt, weil die haben Sie wenigstens verteilt und wieder eingesammelt bei einer Pressekonferenz. war eine interessante Vorgangsweise, aber sei es drum, die kennt man wenigstens, zumindest angeblich irgendwelche Leute. Ein fertiger Antrag liegt am Tisch, man soll es zustimmen. Jede weitere Verzögerung kostet augenscheinlich Millionen. 9. März. Also gut, nichts anderes war für uns der Aussage zu sagen, okay, dann stellen wir sicher, dass die NEOS einmal vertreten sind. Punkt. Jetzt zu dieser ganzen Fragestellung der Wortbrüchigkeit. Da will ich jetzt gar nicht in die FPÖ hineinschauen, aber die Argumentation der ÖVP finde ich da wirklich spannend in der Frage. Was war an diesem 9. März, als gesagt wurde, wir sollen einem Antrag, noch einmal, den wir alle nicht können, zustimmen. Die ÖVP bringt einen Initiativantrag zur Wiener Stadtverfassung ein, über den überhaupt nicht einmal im Ansatz darüber geredet worden ist, solche Staatszielbestimmungen oder Stadtziel oder Landesziel, was weiß ich, was das werden soll, überhaupt nie in dieser Arbeitsgruppe einmal nur ansatzweise darüber geredet worden ist, am 9. März bringt man es ein. Also wenn man jetzt, und ich halte nichts davon von dieser Wortbrüchigkeitsdebatte, sondern es geht darum, will man für eine konkrete Situation, ob Anlassgesetzgeber, für eine konkrete Situation, nämlich der Möglichkeit einer Untersuchungskommission sicherstellen, dass alle hier im Haus vertretenen Parteien drinnen sind, einen Unterschied machen zu etwas, wo ich eigentlich sage, da gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, 9. März. Einige Tage später erst ist unser Initiativantrag gekommen. Also wie man jetzt auf die Idee kommt, überhaupt einmal diese Debatte zuführen, ich finde sie kindisch, muss ich sagen, aber weil es letztendlich auch von der ÖVP kommt, muss ich sagen, also da gab es schon wen, der war um einiges vorgetragen und es ist nicht darüber geredet worden. Also, schlicht und ergreifend, worauf wollten wir hinaus? Sicherstellen, alle sind vertreten. Und ich habe es gestern schon gesagt und ich will es in dem Haus trotzdem nochmal wiederholen. Warum man dieses Instrumentarium der Untersuchungskommission jetzt versucht, tatsächlich auch zu diskreditieren, verstehe ich nicht und wovon Verduschung geredet wird und ich weiß nicht, was alle. Tatsache ist einmal, nicht einmal die Regierungsfraktion stünde dort den Vorsitzenden. Wir haben ein, und das ist ja schon gesagt worden, durchaus anerkanntes System im Haus. Es führt ein Richter oder Notar letztendlich den Vorsitz in dem Bereich. Wir haben aber, und das betrifft auch einige der Punkte, die hier vorgelegt werden, tatsächlich unterschiedliche Auffassungen. Und ich will nicht alles wiederholen, was der Kollege Ellenson in dem Zusammenhang inhaltlich schon gesagt hat. Es gibt Punkte, da waren wir, und zwar nicht Regierung gegen Opposition, sondern durchaus auch alle Parteien unterschiedlicher Auffassungen, zum Beispiel in der Frage der Zeugenladungen. Und deshalb wird es natürlich diese Zustimmung hier gar nicht geben können, weil wir in dieser Frage, und ich behaupte nicht nur wir, sondern auch andere Fraktionen durchaus unterschiedliche Sichtweisen haben. Und zwar deshalb, und das sage ich auch ganz deutlich, weil es gestern von der Kollegin Korow sagt, da sind ja sicher viele Leute abgelehnt worden in der Untersuchungskommission der Psychiatrie. Ja, die Fragestellung, die uns damals beschäftigt hat, beschäftigt uns heute auch noch. Die Frage des Persönlichkeitsschutzes, wie wir zum Beispiel mit Zeugen umgehen, das wird sich bei der Frage gar nicht wahnsinnig stellen, glaube ich, bei diesem Untersuchungskommission. Aber wie geht man, wenn man eine Grundsätzliche mit dieser Frage um, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass durchaus Personen gar nicht richtig einschätzen können, und das war damals unser Vorbehalt, warum wir gegen eine gewisse Zeugenpersonen, warum wir da dagegen gestimmt haben, weil wir gesagt haben, es gibt dort gar nicht die Einschätzung, was tue ich mir darauf vielleicht auch an. Weil das ist ja locker, zu sagen, ich komme in eine Kommission, aber ehrlich gesagt, unser Geschäft ist für viele Personen wahrscheinlich nicht einschätzbar, die plötzlich von allen Zeitungen, auf allen Titelseiten der Kavas und sonst wo befinden. Daher haben wir damals mit der guten Begründung vielen Zeugen ja nicht zugestimmt. Und ich sage auch heute, ich halte die Argumentation für richtig und notwendig im Sinne von einem gewissen Persönlichkeitsschutz, auch von Personen, die dort hinkommen. Da gehen wir schlicht und begreifend hin. In der Frage der Zeugen, in der Frage der Zeugen, es geht um die Frage der Zeugen. Und das andere, was eine Ablehnung gegeben hat, wenn ich mich erinnere, war eine Zweitvorladung, jemand, nachdem eigentlich die Beweisaufnahme abgeschlossen war. Ja, hat es auch gegeben. Es hat auch die Diskussion gegeben, sollte man auch noch mehr darauf hinweisen, sollen die Clubs finanzielle Zusatzausstattungen zum Beispiel kriegen für Untersuchungskommissionen, weil sie sind für Arbeit. Ja, war auch ein Bestandteil. Haben wir auch, Regierung und Opposition, unterschiedliche Auffassungen in und selber gehabt. Ein paar waren dafür, ein paar waren dagegen. Wir sind nicht so weit. Und soviel ließe sich die Liste meiner Ansicht nach fortsetzen. Also bitte lassen wir die Kirche im Dorf. Ich glaube, dass tatsächlich mit diesem Antrag nicht zuletzt auch der jetzt von Rot und Grün eingestellt wurde. Und wir hätten sicherlich die eine oder andere Frage, wann man wem den Antrag geben hätte, vielleicht auch der ÖVP aufnehmen können. Da hätte es überhaupt nichts gegeben. Aber eins muss auch klar sein. Ewig halten wir sich das, ewig halten wir sich letztendlich da diesen Bereich auch nicht offen für eine mediale Selbstinszenierung, wo man immer was ankündigt und nie tut. Jetzt tun wir es. Wir können die Arbeit aufnehmen und zwar nicht die Regierung alleine, weil das einmal wieder so durch und wenn wir jetzt nur wir allein drinnen sitzen, hätten wir ihn beantragt haben. Es sitzen alle drinnen. Man kann diese Arbeit aufnehmen. Wie in den bisherigen Kommissionen wird man sich gemeinsam ein gutes Verfahren letztendlich möglich machen in dem Zusammenhang. Diskutieren wir das dort, wo es hingehört. Stimmen wir heute aber zu, dass jedenfalls sichergestellt ist, dass alle Fraktionen in dieser Untersuchungskommission auch vertreten sind. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Herr Klär, die Verhandlung für geschlossen und erteile dem Berichterstatter das Schlusswort. Bitte, Herr Stadtrat. Bevor ich zur Abstimmung komme, darf ich, möchte ich, muss ich Folgendes bekannt geben. Der Herr Abgeordnete Kovarik hat vieles gesagt, vieles Richtiges gesagt, eines ganz besonders, nämlich wir wollen mit unserem Antrag mehrere Sachen ändern. Darin liegt eigentlich die Begründung meiner Entscheidung, die ich auch abgestimmt habe, entsprechend mit den Rechtskundigen des Hauses, um nicht möglicherweise einen Irrtum, kann ja vorkommen, unterlegen zu sein, dass sowohl der eingebrachte Zusatzantrag der FPÖ wie auch zwei Abänderungsanträge der ÖVP nicht zulässig sind. Und warum? Und warum? Und warum? Weil auch in der Vergangenheit schon es klar war, dass das ein inhaltlicher Bezug zum Gesetzesantrag vorliegen muss. Die eingebrachten Zusatzantrag und Abänderungsantrag zudem zur Gesetzesvorlage, eine Ergänzung, Änderung, Erweiterung ist leider nicht auf diese Art und Weise statthaft und würde vor allem auch eine Umgehung der Vorberatung im Ausschuss bedeuten. Daher kann ich diese nicht als zulässig erklären und komme demnach nicht zur Abstimmung. Wir kommen nun zur Abstimmung und ich bitte jene Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang zustimmen wollen, die Hand zu erheben. Wir sind mitten im Abstimmungsvorgang. Ich unterbreche die Sitzung und berufe eine Präsidiale ein. So, ich bitte wieder, die Plätze einzunehmen. Wir haben in der Präsidiale ein Gespräch und Diskussion geführt. Auch, denke ich, es ist der Meinung durchaus auch am Tisch gelegen, dass man natürlich genau diese Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, entsprechend auch Rahmen und sonstige Bereiche zu besprechen hat. Meinem Verständnis nach der Vorsitzführung und als Amt des Präsidenten ist jedoch, dass ich die derzeitig gültige Verfassung und die Rechtsauslegung hinsichtlich der derzeit gültigen Verfassung ganz einfach so einzuhalten habe. Ich hätte es leicht machen können, mehr und vielleicht auch keine Debatte, weil das ganz einfach ja meistens auch nicht der Fall ist. Die Anträge und der Abänderungsantrag und Zusatzantrag abstimmen lassen, die Mehrheit des Hauses hätte entschieden und die Sache wäre vom Tisch. Das ist nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist die Vorgehens. Lassen Sie mich ausreden, bitte, Kollege Kovarik. Lassen Sie mich bitte ausreden, Kollege Kovarik. Die Vorgehensweise ist, ich habe ganz einfach, auch schon in der Vergangenheit, es gibt ja Beispiele, weite Auslegungen nicht zulassen können. Kann ich auch nicht. Und wenn es vielleicht mir leichter machen würde, die Vorsitzführung, ohne Debatten und sonstigen Verzögerungen. Des Weiteren wurde zwar der Abstimmungsvorgang angekündigt, noch nicht eingeleitet, weil noch nicht abgestimmt wurde. Es liegen mir Geschäftsordnungs- Wortmeldungen vor, die werde ich zulassen, selbstverständlich. Und ja, selbstverständlich, da brauchen wir keine Debatte führen. Und darf als Ersten zu Gemeldeten den Abgeordneten Dominik, den Vizebürgermeister, entschuldigen Sie, Dominik Nepp, zur Geschäftsordnung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, also das, was jetzt hier heute passiert, ist echt ein Skandal. Wie hier die Geschäftsordnung ausgelegt wird, das entspricht nicht der Würde dieses Hauses, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte, ich möchte auch hier klipp und klar stellen, warum. Wir hatten auch eine Diskussion vorher bei uns innerhalb der Fraktion, stellen wir diesen Antrag zusammen, der viele Punkte betrifft, oder stellen wir die Anträge einzeln. Der Abgeordnete Kovarit, der hier diesen Antrag eingebracht hat, hat in seiner Mappe vor sich liegen lauter Einzelanträge. Wenn über diesen Antrag hier debattiert wird, dann muss auch über so einen Antrag abgestimmt werden können. Hätte der Herr Präsident von Anfang an gesagt, als diese Debatte losgegangen ist, oder spätestens bei der Übergabe des Antrags, dass dieser Antrag nicht zulässig ist, hätten Sie der Opposition noch die Möglichkeit gegeben, Einzelanträge, die dann zugelassen werden, hätten müssen, zu stellen. Dieses Oppositionsrecht haben Sie uns hier mitgenommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Applaus und wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird, das sehen Sie anhand dieser Abänderungsanträge und Zusatzanträge, die in den letzten Legislaturperioden gestellt wurden. Auch von den Grünen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wurden weiterreichende weiterreichende und weitergehende Zusatzanträge und Abänderungsanträge von der Vorsitzführung zugelassen. Anscheinend, was für Rot gilt und für Grün von einer Vorsitzführung, gilt für die ÖVP und für die Freiheitlichen nicht. Und das ist ein Skandal, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen werden wir hier bei diesen Punkten Punkt 5 und Tagesordnungspunkt 6 aus Protest den Saal verlassen. Denn das, was ich mir hier wünsche, als Landeshauptmann Stellvertreter, ist eine objektive Vorsitzführung, einen objektiven Präsidenten und nicht den Präsidenten der hier auftritt, wie der Zentralsekretär der KPDSU. Als Nächster zu Wort gemeldet in der Geschäftsordnungsdebatte ist Herr Stadtrat Wölbic. Bitte schön, Herr Stadtrat. Vielen Dank. Der Herr Vizebürgermeister hat schon einiges vorweggenommen. Sie haben sich eine Untersuchungskommission so eingerufen, wie Sie es brauchen. Sie haben sich die Spielregeln dazu so gemacht, wie Sie es brauchen. Und jetzt interpretieren Sie die Staatsverfassung so, dass die Opposition nicht einmal mehr ihre eigenen Anträge zu diesem Thema einbringen kann. Das ist ein schwarzer Tag für die Demokratie in dieser Stadt. Und wenn das der Vorgeschmack ist auf die Ära Ludwig, dann mache ich mir sehr, sehr große Sorgen. Und auch wir werden ein Zeichen setzen, dass das mit uns sicher so nicht weitergehen kann und so passieren kann. Vielen Dank. Frau Kollegin Meintl-Reisinger. Die Zahl der Zuhörerschaft dezimiert sich. Ich meine, wir haben da eine interessante Debatte da drinnen geführt. Das finde ich schon ganz interessant. Das ist tatsächlich so, das muss ich auch sagen, ich war nicht im Haus, als hier offensichtlich über die Frage der Zulässigkeit von Abänderungs- oder Ergänzungsanträge in Bezug auf vorliegende Geschäftsstücke oder Gesetzesvorlagen im Zuge der Wahlrechtsdiskussion diskutiert wurde. Ich habe jetzt auch noch nicht die Zeit gehabt, dieses Gutachten zu studieren. Aber ich möchte ja schon meine Sicht der Dinge sehen. Es ist völlig klar, dass ich ein Abänderungs- oder ein Ergänzungsantrag einen gewissen inhaltlichen und auch systematischen Zusammenhang mit der Gesetzesvorlage, die hier zur Abstimmung kommt, haben muss. Das ist völlig klar. Daher hätte ich auch dazu geneigt zu sagen, also Staatszielbestimmungen, weil die halt auch zufällig in der Staatsverfassung drinstehen, passt da nicht hinein. Aber es ist doch bitte völlig klar, dass wenn es hier darum geht und wir alle diskutiert haben und debattiert haben gestern wie heute über die Regeln bei Untersuchungskommissionen, dass natürlich ein inhaltlicher und systematischer Zusammenhang besteht, wenn hier meiner Meinung nach völlig legitim Anträge von FPÖ und ÖVP kommen, die dahingehend sind, dass hier die Minderheitenrechte in Bezug auf Untersuchungskommissionen gestärkt werden. Also insofern kann ich diese Rechtsansicht oder diese Auslegung auch nicht nachvollziehen. Ich akzeptiere, dass es eine Instanz gibt, die hier heißt der Präsident des Landtags, aber ich habe eine ganz andere inhaltliche Sicht der Dinge und es tue mir ein bisschen schwer. Ich freue mich, wenn wir in diesem Ausschuss, wenn diese Untersuchungskommission vertreten sind, aber ich halte es auch für wirklich schwierig, hier sozusagen diese Abstimmung zu verweigern und wir werden jetzt auch rausgehen. Danke. So, ich nehme als nächster zu Wort gemeldet zur Geschäftsordnung Abgeordneter Oxenitsch. Fürs Protokoll, genau. Man muss es trotzdem auch zur eigenen Fraktion nochmal sagen. Tatsache ist, das, was da jetzt stattfindet, ist ja kein überraschendes Spektakel in der Überraschung. Tatsache ist, wir wissen und das ist eine Auseinandersetzung immer wieder in dem Haus gewesen, es gibt eine sehr restriktive Auslegung, in welcher Art und Weise und Form Abänderungsanträge bei Gesetzesvorlagen da sind. Man muss auch festhalten, es geht eben um eine gewisse Kontinuität da und die Tatsache ist, für alle Abänderungsanträge gibt es ja keinen Grund, dass wir uns verstecken hätten müssen. Es hätte tatsächlich auch eine entsprechende Mehrheit dagegen gegeben. Die ÖVP, muss man fairerweise sagen, die hat ja wenigstens gewusst, wie es eigentlich geht. Die haben einen Initiativantrag eingereicht, haben ihn in den Ausschuss gebracht, dort hat er keine Mehrheit bekommen, jetzt versucht man es über diesen Weg. Worum geht es? Es ist überhaupt keine Frage, dass unser Initiativantrag letztendlich abgeändert werden kann und dazu auch Abänderungsvorschläge gemacht werden können. Aber es kann nicht, letztendlich, wenn man einen Passus arbeitet, die ganze Stadtverfassung verändert werden, in allen Punkten. Also die Fragestellung zum Beispiel der Freiheitlichen und das muss man jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen, wo sie sagen, sie hätten ein anderes Berechnungsmodell für den Ausschuss gehabt als unseres, das wir vorgelegt haben, Rot und Grün und damit sicherstellt, dass die Neos drinnen, wäre durchaus eine zulässige Variante gewesen. Daraus alle Spielregeln zu verändern, ist schlicht und ergreifend zu weitgehend und daher nicht zulässig. Da gibt es den Weg auch für FPÖ, auch für ÖVP, auch für die Neos über Initiativanträge. In der Frage haben wir Gott sei Dank ein sehr niedriges Quorum, fünf Unterschriften reichen, die wir in der FPÖ zusammenbringen. Also sie können ja mit ihrem Bereich in einem Initiativantrag letztendlich sicherstellen, dass all die Dinge im Ausschuss entsprechend beraten werden und dann können wir uns durchschauen, ob es eine Mehrheit gibt. Danke. Dankeschön. Es liegt mir keine weitere Wortmeldung mehr vor. Wir kommen zur Abstimmung über die Gesetzesvorlage und ich bitte jene Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang zustimmen wollen, die Hand zu erheben. Danke. Das ist einstimmig, wobei ich feststelle, dass mehr als die Hälfte der Abgeordneten sich im Saal befinden. Das Gesetz ist somit in erster Lesung einstimmig beschlossen. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzeslage sofort vornehmen zu lassen, wobei ich den eingebrachten Initiativantrag, den Resolutionsantrag, von SPÖ und Grün ebenfalls nicht als zulässig erachte. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen und darf jene Mitglieder des Landtages, die diesem Vorschlag ihre Zustimmung erteilen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Das ist einstimmig so beschlossen. Wir kommen damit zur Post Nummer 6. Betrifft die erste Lesung der Vorlage eines Gesetzes, mit dem die Wiener Stadtveraffassung geändert wird. Berichterstatter hierzu ist, der Amtsführer der Stadtrat Tschernohorski. Bitte, die Verhandlung einzuleiten. Bitte um die Abstimmung. Danke. Da zu diesem Tagesordnungspunkt keine Wortmeldung vorliegt, kommen wir gleich zur Abstimmung. Erkläre, dass hiermit eine Verfassungsbestimmung da ist unter Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten Stimmen erforderlich, ich nun feststelle und für einen gültigen Beschluss davon die Zweidrittelmehrheit der Stimmen erforderlich ist. Ich bitte Ihnen, Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang in erster Lesung ihre Zustimmung geben wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Danke. Das ist einstimmig. Das Gesetz ist somit in erster Lesung einstimmig beschlossen. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage vornehmen zu lassen und bitte um Zustimmung für die zweite Lesung. Danke. Und darf jenen Mitglieder des Landtages, die der zweiten Lesung die Zustimmung geben wollen, um ein Zeichen mit der Hand bitten. Danke. Das ist einstimmig so beschlossen. Wir kommen zu Post Nummer 7. Betrifft die erste Lesung einer Vorlage eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über das Wiener Wettengesetz geändert wird, Berichterstatterin hinzu ist Frau Stadträtin Mag. Simmer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich versuche um Zustimmung zur Vorlage des Wettengesetzes. Danke. Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Emmerling. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Stadträtin. Ja, es ist ein bisschen eigenartig. Ich spreche jetzt über das Wettengesetz. Ich glaube, niemand hat den Kopf jetzt in Wahrheit dafür, weil andere Gedanken herumschwirren. Ich möchte ein paar Worte dazu verlieren. Es war in Summe eine sehr schwierige Beschlussfassung unserer Fraktion, was das Wettengesetz betrifft und auch eine sehr schwierige Entscheidung. Zum einen begrüßen wir natürlich die Verschärfung, auch mehr Kontrolle, den zunehmenden Jugendschutz, den Spielerschutz und natürlich sehe ich vollkommen ein, dass wir hier mit der Umsetzung der vierten Geldwäscherichtlinie der EU quasi in Verzug sind und auch handeln müssen. Ich danke an dieser Stelle auch sehr herzlich dem Ausschussvorsitzenden, der hier die Möglichkeit geschaffen hat, auch mit dem Abteilungsleiter der entsprechenden Magistratsabteilung in Kontakt zu treten und sich hier auszutauchen. Es wurden wirklich viele Fragen sehr ausführlich und gut beantwortet. Da muss ich dann aber leider zu einem Aber kommen. Diese vierte Geldwäscherichtlinie, das wurde mir gestern so gesagt, wir sind hier in Verzug, wir müssen jetzt handeln, sonst gibt es Strafzahlungen. Die ist seit 20. Mai 2015 in Kraft und in Wahrheit hätten wir das mit dem ersten Gesetzesentwurf schon bereinigen können. Das heißt, dass da jetzt ein Initiativantrag daherkommt, dass Stellungnahmen zwar wohl, also eine Begutaktionsphase es gegeben hat, Stellungnahmen auch eingeholt wurden, aber die noch nicht mal online sind und die erst auf Anfrage hin per Mail versendet werden, ist schon eine Tatsache, die wir hier nicht ganz außer Acht lassen dürfen, warum das jetzt so schnell und wir hatten ja auch den Ausschuss heute erst um 8.15 Uhr. Ich glaube, es ist natürlich geschuldet, natürlich dem unglücklichen Umstand der ehemaligen grünen Bundessprächerin, warum man hier vor allem als Grüne wahrscheinlich hier ganz stark auftreten will und warum man diesen Weg hier gegangen ist mit einem Initiativantrag und dem Ausschuss um 8.15 Uhr. Es sind aber auch einige Passagen unserer Meinung nach überschießend, zum Beispiel ist geregelt, dass ein Wettanbieter seine Bewilligung nur bekommt, also seine Erstbewilligung auf längstens drei Jahre, das würde auch bedeuten, dass das durchaus kürzer sein kann und da sagt Ihnen jeder Unternehmer und jeder kleine Unternehmer, der Investitionen hat, dass in drei Jahren nichts refinanzierbar ist. Das ist ganz logisch, das wird Ihnen glaube ich jeder bestätigen, auch wenn die Einrichtung vielleicht nicht immer die beste oder tollste ist in solchen Wettlokalen, ich weiß es nicht, ich kenne mich dort nicht aus, aber alleine die Mietung, Anschaffung eines Geschäftslokals ist einfach in der Zeit nicht refinanzierbar und das ist auch eine Maßnahme, die hier, das hat man uns bestätigt, politisch gewünscht ist und da frage ich mich schon, warum ist man nicht ehrlich und geht her und sagt, dann verbieten wir es gleich komplett. Das wäre zumindest ein ehrlicher Ansatz, könnte man auch diskutieren darüber. Was uns doch ein bisschen sauer aufstößt, ist natürlich, oder natürlich, es ist das hier, wenn man sich den Gleichheitsgrundsatz ansieht, warum hier Trafiken komplett ausgenommen sind, das betrifft die Casinos Austria, die Lotterien, Tipp 3 als Gesellschaft für Wetten, die in den Trafiken normal vertrieben wird, die sind einfach ausgenommen, ist aber nicht mal eine Alterskontrolle vorgesehen, weil man ja annimmt oder davon ausgeht, dass Tabakwaren wäre eh erst ab 16 Jahren ausgegeben und da kann man ja auch sich nicht hinsetzen, das verleitet also gar nicht dazu, hier zu spielen, zu wetten, zu tippen und ein Suchtpotenzial ist auch nicht vorhanden. Wir haben recherchiert, auch Toto hat sogar ein Suchtpotenzial von 3%, geht Toto selbst davon aus, ist wahrscheinlich nicht hoch im Vergleich zu anderen Wetten und soll jetzt das nicht in Verbindung bringen oder gegenüberstellen einer anderen Wette, das möchte ich jetzt gar nicht. Aber, dass man hier auch auf die Alterskontrolle verzichtet, das hätte man vielleicht hineinnehmen können in Trafiken, das wäre dahingehend konsequent und im Sinne der Gleichbehandlung und der Gleichheit konsequent gewesen. Weil, mein, Rauchen ist noch immer bei uns ab 16 erlaubt, spielen erst ab 18, das heißt, diese Kontrolle kann hier keinesfalls stattfinden. Was wird passieren? Das neue Aufsperren von Wettlokalen hat man somit abgedreht, okay, ist ein legitimer Ansatz. Was aber passieren wird, ist natürlich die Abwanderung in den Online-Bereich und da haben wir einen Bereich, der vollkommen unkontrolliert und ungeschützt ist und es keinerlei Kontrollen gibt. Sogar das Finanzministerium hat in seiner Stellungnahme bemängelt, dass es dazu Regelungen gibt. Ja, und das sind leider Gründe, warum ich sage, es ist vielleicht ein bisschen zu schnell gemacht, also es ging halt sehr schnell in diesen Gesetzwerdungsprozess mit vielen Dingen, die man noch hinein hätte nehmen können, man hat sich aber darauf konzentriert, wirklich Wetteranbieter in Zukunft quasi zu verbieten, ohne es auszusprechen und das finde ich etwas unredlich, deswegen auch unsere Ablehnung. Danke. Danke. Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete, Diplom-Ingenieur Oli Schauer. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren jetzt hier im Landtag die zweite Novelle des Wiener Wettengesetzes binnen zweier Jahre nach der Stammfassung, welche im Jahr 2016 beschlossen wurde. Und das ist bemerkenswert in diesem kurzen Zeitabschnitt und erklärt auch ein Stück, warum dieses Gesetz doch auf einige Kritik gestoßen ist. Bereits die Erstfassung bekam die Stimmen der Opposition nicht, auch bei der ersten Novelle nicht. Beide Male stimmten ÖVP, FPÖ und NEOS auch dagegen. Die Überlegungen, die jedenfalls bei uns damals zu einer Ablehnung geführt haben, sind mehr oder weniger heute auch noch schlagend. Die vorliegende Novelle kann ihren enorm prohibitiven Charakter nicht verbergen. Das ganze Gesetz strömt schon den Willen von SPÖ und Grünen aus, das Wettspiel in Wien letztlich zur Gänze zu verbieten. Das finden nicht nur wir, sondern das sagen auch die Unternehmen, die das alles mit sehr anschaulichen Beispielen auch untermauern können. Jetzt ist klar, sehr geehrte Damen und Herren von Rot und Grün, sie argumentieren mit Spielerschutz und Jugendschutz, aber auch mit Erfahrungen aus dem bisherigen Vollzug und auch mit übergeordneten rechtlichen Vorgaben seitens des Bundes und auch der Europäischen Union. Und vielleicht vor diesem Hintergrund auch von meiner Fraktion ein ganz deutliches Wort. Für uns ist der Spieler- und Jugendschutz wirklich enorm wichtig. Wir haben das auch mit früheren Initiativen, Anträgen, aber auch mit unserem Abstimmungsverhalten in der Vergangenheit hinreichend bewiesen. Und auch die Bestimmungen der Novelle, welche sich auf die europarechtlichen und bundesrechtlichen Vorgaben beziehen, tragen wir natürlich selbstverständlich mit. Nur, wenn wir uns das Gesetz im gesamtheitlichen ansehen, so überwiegen leider doch Kontraargumente sehr. Ich möchte das ganz kurz überblicksmäßig beleuchten. Einerseits, wie schon erwähnt, das Gesetz hat einen sehr stark prohibitiven Charakter. Man kann sich des Eindrucks eigentlich nicht verwehren, dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren der Stadtregierung, im Grunde eine ganze Branche abgeschafft wissen wollen. Und ich rede hier für jene legalen Unternehmen, die den Jugend- und Spielerschutz sehr, sehr ernst nehmen, die sich um die Gestaltung ihres Lokals bemühen. Um die Trafikanten, um alle jene Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und auch was unternehmen wollen. Andererseits, das Gesetz, diese Novelle, schreckt das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit ein. Nicht durch eine einzelne Bestimmung, sondern eher durch das Zusammenspiel von vielen Bestimmungen. Unzähligen nicht nachvollziehbare Auflagen und Bedingungen einfordern. Und die vor allem durch zahlreiche unbestimmte Begriffsformulierungen auffallen. Ein weiterer Punkt, der zur Debatte steht, diese Erfahrung, die Sie nennen, aus dem Praxisvollzug. Also laut Wiener Wirtschaftskammer haben die bisherigen Schaffenbestimmungen und die zahlreichen unbestimmten Gesetzesformulierungen dazu geführt, dass binnen zwei Jahren nur drei Bewilligungen erteilt wurden. Dies verdeutlicht anschaulich den prohibitiven Charakter des Gesetzes. Ein weiterer Punkt, die Wirtschaftskammer hat ja auch ein Expertenhearing beziehungsweise einen runden Tisch gefordert und hier wäre uns auch die ausgestreckte Hand seitens Rot-Grün nicht untergekommen. Viele Unternehmen klagen auch, dass das Gesetz die gesetzeskonform arbeitenden Wettunternehmer schikaniert und auch die Machenschaften illegaler Unternehmer kaum berührt. Abschließend noch zahlreiche Bewilligungsverfahren in Wien würden, so sagen sie uns, bewusst hinausgezögert oder auch negativ beschieden. Meist werden laufend nicht nachvollziehbare Nachforderungen in Verfahren gestellt. Und ich möchte aus dem Gesetz direkt vier Punkte kurz herausgreifen und näher beleuchten, die halt in unseren Augen schon noch als Fragen am Tisch liegen. Erstens, das Erscheinungsbild, das soll künftig für die Beurteilung der Vermittlereigenschaften herhalten. Das zeigt, dass eine projubitive, extensive Auslegung sehr wohlmöglich sei, wonach einfache Lokale, zum Beispiel mit Public Viewing von Sportveranstaltungen betroffen sein könnten. Das wurde auch schon in den Medien kritisiert und aus unserer Sicht kann man das nicht einfach so wegwischen, denn es ist die Unsicherheit, die Rechtsunsicherheit, die die Unternehmen kritisieren. Und natürlich kann man sagen, man müsse das im Kontext lesen. Es wird schon nicht das Beißel ums Eck mit einem Fernseher darin betroffen sein, aber es ist eben in vielen anderen Fällen nicht so sicher. Diese Bestimmung produziert einfach aus unserer Sicht Grenzfälle, und zwar Grenzfälle, die keine Grenzfälle sein sollten. Ein zweiter Punkt, die drei Jahre Befristung bei Erstbewilligung. Hier wird die Expertenkritik ganz besonders deutlich und so möchte ich wörtlich zitieren. Hier soll festgehalten werden, dass bei erstmaliger Erteilung der Bewilligung die Dauer dieser Bewilligung drei Jahre nicht überschreiten darf. Die Bewilligung könnte aber auch auf weniger als drei Jahre ausgestellt werden. Dazu ist auszuführen, dass die mit der Eröffnung eines Wettlokals verbundenen Investitionen in drei Jahren nicht verdient werden können. Die Unsicherheit, dass allenfalls nach Ablauf von drei Jahren eine neue Konzession nicht oder nur verzögert erteilt wird, wird zwangsläufig viele Unternehmer davor zurückschrecken lassen, eine erstmalige Konzession zu beantragen. Der dritte Punkt, den ich herausgreifen möchte, ist die uverlose Heranziehung von Beurteilungsmaßstäben in Paragraf 5. Denn auch laut Kritik der Wirtschaftskammer ist in dem Zusammenhang eigentlich ein nahezu grenzenloser Ermessensspielraum jetzt möglich in diesem Paragraf 5. Und es ist zu befürchten, dass Konzessionswerber nicht nur, wie in der Vergangenheit schon praktiziert, mit allerlei baurechtlichen Bestimmungen beziehungsweise Auflagen seitens der Behörde konfrontiert werden, sondern dass mitunter verwaltungsrechtliche Bestimmungen, die der gesamten Rechtsordnung zu entnehmen sind, von der Behörde herangezogen werden, um eine Konzession nicht oder entsprechend verspätet zu erteilen. Jetzt kann oder muss man die Befürchtung nicht in dieser Schärfe teilen, aber sie gehen leider auf diese Kritik nicht ein. Und der vierte Punkt, den ich herausgreifen möchte, ist, dass nach zwei rechtskräftigen Strafen die Bewilligung automatisch erlischt. Kein Entzug der Bewilligung, der im Rechtswerk angefochten werden könnte. Und hier fragen wir uns schon, wie soll hier der Rechtsschutz auch aussehen? Was entgegnen sie derartigen Befürchtungen? Die Bewilligung wird, so lese ich, die Kritik nicht per Bescheid entzogen, sondern erlischt automatisch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben uns, wie erwähnt, in Sachen Spielerschutz und Jugendschutz immer auf Ihrer Seite, aber dieses Gesetz hat einige Punkte, die zwar unsere Zustimmung finden, aber leider zu viele Punkte, die eine Zustimmung insgesamt nicht möglich erscheinen lassen. Das ist sehr schade, weil wir glauben, dass die Unternehmen dieser Branche ein ernst gemeintes Anliegen haben, auch gute Lösungen zu suchen, gemeinsam mit der Stadt Wien, gemeinsam mit uns als Landesgesetzgeber. Man muss aber auch aufeinander zugehen und das ist offensichtlich nicht geschehen. Dankeschön. Danke. Als Nächster zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Ellenson. Ja, ich glaube. Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, im Bereich Glücksspiel sind viele Lobbyisten unterwegs. Ja, und Sie glaubt Ihnen offensichtlich. Und nachdem ich mich seit 2005 damit beschäftige und auch manche davon getroffen habe, weil die es ja überall versuchen, erkenne ich in den vorangegangenen Wortmeldungen, dass die Arbeit der Lobbyisten aufgeht. Also ich nehme an, Sie haben sich damit beschäftigt und haben Sie auch mit Leuten unterhalten, die Sie in dem Business auskennen, die allerdings eine sehr einseitige Position vertreten, nämlich die des Glücksspiels. Aber das passt schon, weil das auch die Position der Volkspartei quer durch Österreich ist. Die Verbandelung von Politik und Glücksspiel ist halt einmal groß und leider werden die Glücksspielanbieter überall fündig. Aber die Frage ist, was die Parteien, die zuständig sind zur Politik machen, dort machen, wo sie zuständig sind, nämlich in Landtagen oder im Nationalrat. So, seit 2005 beschäftige ich mich mit dem Glücksspiel und bin ein nach dem anderen Mal drauf gekommen, und dass dieses Business sich einfach nicht an die Regeln hält, die Landtage oder Nationalrat im Nationalrat beschlossen werden. Es ist einfach wurscht, was die Politik beschließt, weil serienweise sich die Konzerne in dieser Frage über die Gesetze stellen. Wir haben in Wien 466 Automaten beschlagen, haben 26 Lokale gesperrt. Da fürchtet sich aber nicht der, der es anständig macht, weil der ist ja nicht zugesperrt worden. Da fürchtet sich auch nicht der Betrieb, der die Regeln einhält, weil der ist ja nicht zugesperrt worden. Man hat ja keinen Automaten mitgenommen, den man dann wieder zurückgeben muss. Wird eh versucht. Die Automaten, die die Novomatic aufgestellt hat vor dem Glücksspiel, diese Glücksspielautomaten, sind laut Oberstem Gerichtshof, das sagen ja nicht die Grünen oder die SPÖ oder das Unstimmende, der Oberste Gerichtshof hat gesagt, die sind alle illegal gewesen. Alle. Deswegen zahlen sie Millionenbeträge zurück so keinen Spieler, die ihr ganzes Leben dort verzockt haben. Das ist so. Das ist gültige Rechtslage. Alle, die sich hier so vehement hineinwerfen, nicht zu viel Regeln, nicht zu viel dieses, nicht zu viel jenes und das ist eine saubere Branche, sorry, aber dann geht man vorbei am Boulevard, der ständig schreibt, wie viele Leute nicht am Banküberfall machen, weil sie Geld für das brauchen. Man geht vorbei an den seriösen Studien. Man geht davon an allem vorbei und macht das Business der Lobbyisten, der Glücksspielkonzerne. Das kann man machen, aber das muss man sich dann auch anhören lassen. Tut mir leid. Nachdem wir mit 1.1.2015 diese Automaten in Wien losgeworden sind, die übrigens in mehreren Bundesländern nicht erlaubt sind, nie waren, ich nehme immer gern das Beispiel Verradlberg, erstens, weil wir dort auch gut auskennen, aber weil das Schöne ist zu sehen, wie wichtige Leute aus diesem Business, das Bundesland, in dem sie auch zu Hause sind, sauber halten, kommt nämlich beim Wettengesetz dann auch noch vor, aber woanders ist es ihnen wurscht. Und ich weiß auch genau, was die Leute selber darüber denken, die wollen das nämlich nicht haben, wo sie wohnen, aber woanders ist es schon in Ordnung. Nämlich in der Großstadt, die sollen das kriegen, aber woanders nicht. Ich gehe dann noch, gilt bei den Automaten, gilt auch beim Wetten, weil Wetten ist im Verradlberg natürlich noch einmal schärfer geregelt wie sonst überall. Das Eldorado ist einmal mehr Niederösterreich, da gibt es keine Regeln für sowas. So, die Verschärfung des Wiener Wettengesetzes, warum ist das notwendig? Warum machen wir das schon wieder? Weil es wieder Missstände gibt. Wer die Medien konsumiert hat, die letzten Wochen hat mitbekommen, dass wir, dass die Grünen eine, dass ich eine Anzeige eingebracht habe, wegen illegalen Wetten, die bringt man beim Magistrat ein, die gehen dann hin und schauen sich das an, hat halt wieder gestimmt. Und wer das Wettengesetz kennt, man darf, und nur damit man, nein, da geht es nicht um ein Totalverbot, sondern es geht um Regeln. Es ist wie bei Alkohol, anderen Drogen, bei jeglichem Suchtmittel gibt es Regeln. Es gibt Jugendschutz, da sind immer alle dafür, beim Tönen, beim Tun nicht, aber beim Tönen. Und es gibt ein paar andere Regeln. Niemand will, dass verschnittener Alkohol verkauft wird, niemand will, dass es an jeder Ecke passieren kann, unkontrolliert, und niemand will, dass Wetten- oder Glücksspielangebote, die ein hohes Suchtpotenzial haben, an jeder Ecke, womöglich noch am Rand oder über das Gesetz hinaus angeboten werden. Das Wettengesetz hat, so wie es war, dazu geführt, dass wieder einmal der größte Anbieter am Markt, nämlich Admiral, gesagt hat, nein, das halten wir uns einfach nicht. Ist auch leicht festzustellen. Der Spielerinnenschutz funktioniert dort so, ich gehe in Prater aus, wo die Sennahen VLTs stehen, die Videolotterieterminals, ich registriere mich dort natürlich nicht, was man müsste, bestehen die Gesetze, was alle sagen, das machen sie 100%, sondern ich nehme die Karte von jemandem anders und laufe einfach durch und bin drin. Fertig. Weil es natürlich keine Kontrolle gibt. Dann gehst du dem Automaten, mein Geld habe ich nicht eingeworfen, der Journalist hat sich das auch angeschaut, ein paar Leute spielen dort drin, wenn sie sich die Menschen anschauen, die dort spielen, wissen sie, welche Existenzen zerstört werden durch das. Dort sind halt nett. Dort sind wenig Menschen unterwegs mit dem Einkommen von uns, sondern es sind Leute drin, die von wesentlich weniger leben müssen und dieses Wenige hat schnell verzockt. So, keine Kontrolle beim Hineingehen. Beim ersten Ding, das sie machen, bei ihrem Flaggschiff im Prater draußen, gut, wir gehen wieder noch ein paar Minuten. Wetterautomaten, es gibt ein paar Wetten, die dürfen sie machen. Austauschspiel gegen Rapid, damit es dann keinen Aufstand gibt, 2 zu 2, dürfen sie platzieren. In Vorarlberg übrigens nur das, Endstart. Am Anfang gingen sie hier aufs Match, dort halt Alltag gegen Rapid und wetten dort 3 zu 0 auf Alltag. Das dürfen sie machen. Da dürfen sie keine Halbzeit wetten, da dürfen sie während des Spiels nicht eingreifen. So ähnlich übrigens wie an englischen Fußballplätzen. Sie gehen vor dem Spiel hin, wetten im Stadion, wurscht, nehmen wir dort ein anderes. Liverpool gegen Manchester United, 2 zu 1, zwei Pfund und am Schluss holen sie das. Während des Spiels keine Wetten. Diese Live-Wetten waren in Wien immer schon eingeschränkt. Auf erste Halbzeit, zweite Halbzeit und anderes. Nicht durfte man wetten in der 85. auf die Restspielzeit. Beim Tennis, sie dürfen wetten, der Federer gewinnt Seperti in zwei Sätzen, wenn es ein kleineres Turnier ist, sonst halt in drei. Sie dürfen wetten, er gewinnt den zweiten Satz. Die Einschränkung war, aber nicht auf jedes Game, nicht viertes Game im zweiten Satz, ein Challenger in Bolivien und sie kennen beide Spieler nicht, wobei das Karole spielt, sondern das Game, das Untergame nicht. Jetzt kann man darüber streiten, warum haben wir das so geregelt. Tatsache ist, das waren die Regeln und die sind dem Wettanbieter bekannt. Jetzt kann man noch streiten, ist das die sinnvollste Regel oder nicht? Immer. Warum haben wir das geregelt? Je schneller die Spielabfolge, das gilt beim Schnelltrucken, bei den Früchtchen, das gilt beim Wetten, wo ich nebeneinander zwei, drei Automaten bedienen kann und dann halt Game, Game, Game. Da sind ja jetzt mal 50 Spiele oben, da kommst du nachher mit, da kommst du ja nicht nach, beim Ergebnis mitzählen, sondern siehst du am Schluss dann auf deiner Karte, hat man gesagt, das schränken wir ein. Nein, das halten sie sich aber nicht. Die wissen das aber. Dementsprechend wurde eine Kontrolle durchgeführt auf der Otterkringer Straße, eine, alle wieder illegal und weg damit und zugesperrt. Na, was werden die Alternative dazu? Sollen wir die Regeln, die wir hier aufstellen, einfach ignorieren draußen, weil ein Konzern sagt, es reicht mir nicht, wenn ich einen Milliarde Umsatz mache, ich brauche noch 200 Millionen dazu. Und noch einmal, es geht nicht darum, gänzlich zu verbieten. Sie haben vorhin, irgendwo ist das Beispiel Toto ist gefallen vorhin. Es gibt verschiedene Spiele, aus denen entwickelt sich halt wenig Suchtpotenzial, es gibt keine Menschen, die Banken überfallen wegen Brieflosen, es gibt aber leider welche wegen Automaten. Es gibt halt einen Unterschied bei dem. Und so macht man es und so bietet man es auch an. Da ist noch nichts, noch nicht die Rede von einem Totalverbot. Da ist die Rede, soll man es regeln. Und der Konzern, mit dem wir uns am meisten herumschlagen, hält sich nicht an unsere Spielregeln. Nicht im Bund, da nicht und anderswo auch nicht. Deswegen beschließen wir jetzt, Eckpunkte da, strenger Jugendschutz, Wetten erst ab 18, Live-Wetten auf End- und Zwischenergebnisse, Halbzeitstandjahr, Endstandjahr. Betrugsanfällige Wetten sollen unterbunden werden. Wann ist die nächste gelbe Karte? Wann ist ein Eckball? Wer kriegt die nächste Ecke? Das sind halt Wetten, die auf der Welt platziert werden. Im asiatischen Markt wird auf unsere erste Liga gewettert, mit Unsummen. Falls noch irgendjemand in Erinnerung hat der Fußballskandal mitgekauft, Fußball ist noch nicht lang her, aber in der letzten fünf Jahre, wegen dem sie ihn unter anderem auf der ganzen Welt Wetten in diesem Bereich verschärft. Wer da dafür redet, redet in Wirklichkeit den Betrug beim Fußballspiel auch noch das Wort. Redet den Kleinen, weil die verdienen das ja nicht. Der Messi wird nicht absichtlich einen Elfer verschießen wegen einer Wette, weil er verdient mehr beim Spielen, als er bei der Wette verdient. Aber die Klanen, die dritten und vierten Ligen auf der Welt, die auch gespielt werden, bei denen ist das halt anders. So, live Wetten anders. Strengere Voraussetzungen für die Betreiber. Naja, eine Bonitätsauskunft, ein Strafregisterauszug ist leider notwendig in der Branche. Wettreglement, Warnsystem. Bei Einzelaufstellungen wie in der Tankstelle strengere Regeln, kleinere Einsätze. Sie können ja bis jetzt, Sie können Wetten auf ein Game 5.000 Euro. Zweites Game im dritten Satz 5.000. Kann man einschränken, solche Beträge. Machen viele Länder. Ist ja nicht so, wie wenn wir als Erste das erfinden würden. Gutachten erforderlich, ob das Gerät dem Gesetz entspricht. Na, angesichts dessen, dass es ständig welche Aufstellungen, die nicht dem Gesetz entsprechen, wird das wohl notwendig sein, dass wir das machen. Ausweispflicht, wenn man eine geht. Selbstsperre möglich. Mir schaut das aus. Sie machen eine Selbstsperre, gehen das ab, dort. Die müssen das an die offizielle Stelle schicken, die es wiederum allen Anbietern weiterschicken müssen. Und die müssen dann, wenn sie sie kontrollieren, falls es denn die Kontrolle gäbe, müssen die sagen, sie sind bei uns gesperrt. Wer das aktuelle Profil gelesen hat, weiß, wie es funktioniert. Natürlich funktioniert es nicht. Der kann sich sperren lassen, am nächsten Tag beim gleichen Menschen stehen und er lässt dann wieder eine. Funktioniert nicht. Wie der Admiral übrigens, ist gleich Novomatic. Halten sich auch nicht an das. Selbstsperre möglich sein. Betreiber müssen Mitarbeiter im Umgang mit Spiel- und Wettzug schulen. Lizenzentzug, wenn illegal angeboten wird, steht da drin. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass wir irgendwelche Gesetze beschließen, wo jemand das legal macht, was wegnehmen. Das ist ja der Sinn vom Gesetz. Da verstoß dagegen, dann ist es illegal. Wenn es legal ist, ist es eben legal. Maßnahmen zur Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung. Es ist übrigens schon die vierte Verschärfung des Gesetzes, das wir beschließen. Bei Wetteinsätzen ab 1.000 und bei Gewinnen ab 2.000 Identität und Höhe von Einsatz und Gewinn in einem Wettbuch festhalten. Geldwäsche-Richtlinie Europäische Union. Wenn das äußere Erscheinungsbild ausschaut wie ein Wettbüro, wenn da drin gewettet werden kann, wenn was ausschaut wie ein Hund und bellt wie ein Hund, ist es meistens ein Hund. Wenn es so ausschaut, ist es in Zukunft bei uns im Gesetz ein Wettbüro, weil genau das machen sie da drin. Ist das jetzt seltsam oder ist das normal? Das ist eher hausverstandmäßig. Ich kaufe auch kein Katzenfutter für den Hund, der da umkauft. Und dass die strengeren Kontrollen, die durchgeführt werden, da muss man loben, ich muss ja selber zugeben, man ist sich am Anfang ja nie sicher, wie funktioniert das. Nicht nur hat die Zusammenarbeit mit dem Magistratkund funktioniert, sondern die Finanzpolizei hat echt immer sauber mitgebracht, geht hin und wenn es nicht passt, passt nicht und nehmen sie mit. Und natürlich schreit dann der Anbieter auf und heckt an seine Geräte zurück. Die werden dann halt manchmal verschrottet, weil es so ist, weil es illegal war. Deswegen ist es der Lärm. Es kostet denen natürlich schon einiges an Geld. Strenge Regeln, ja. Wenn jemand öfter verstoßt, verliert er die Lizenz der Zelle. Dann ist es zugesperrt. Warum ist es notwendig, mit dieser Härte vorzugehen? Weil es ihnen wurscht ist sonst. Wegen ein paar Tausend Euro passiert dort gar nichts. Es ist immer noch bei der Staatsanwaltschaft anhängig. Es sind immer noch anhängige Untersuchungen wegen Parteienkauf, wegen Gesetzeskauf und wegen Parlamentarierkauf. Anhängige Verfahren gegen den größten Wettspielanbieter in Österreich. Kannst du Sie vorstellen, dass so etwas passiert? Ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas passiert. Ich hoffe, ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft, dass die Staatsanwaltschaft dort so gut arbeitet, wie ich, ja, dass es zum Neuergebnis kommt. Mit Fußball werden Milliarden umgesetzt. Es ist kein Wunder, dass es kriminalitätsanfällig ist. Weltweit, Sie wissen es alle nicht. Das steht an zwei Billionen Euro und einmal wieder was anderes. Wir rechnen damit, dass in Österreich alleine im Jahr ungefähr eine Milliarde Euro Wetten platziert werden. Das Geld marschiert ja nicht eins, eins zu den Wettanbietern. Dort verfangen dann 100 bis 150 Millionen Euro bei den verschiedenen Anbietern zusammen. Die Novomatic-Kette Admiral hat übrigens ausgewiesen vor ein paar Jahren, dass sie eh viel umgesetzt haben, aber einen Verlust gemacht haben von einer Million. Schlechte Wetten anboten offensichtlich, falls das stimmt. 250 Millionen Umsatz und auch ein Minus gemacht. Diese zentralen Punkte, ich glaube, dass man gegen die Punkte seriöserweise gar nicht sagen kann da. Am Vergleich mit den Bundesländern. In Vorarlberg sehr ausführliches Gesetz, fast alles verboten, Wetterautomaten sowieso verboten, VLT ist nicht aufgestellt. Da gibt es ja dann einen Prominenten in der Branche, der aus Vorarlberg kommt und das auch nicht will für sein Heimatbundesland. Nein, der will das dort nicht. Da ist ihm wurscht offensichtlich, aber dort will er das nicht. Dort hat es das nie geben. Dementsprechend, die haben da auch nicht so viele Probleme mit illegalen Automaten wie Oberösterreich oder sonst einer. Sondern da gibt es das. Sehr scharfes Gesetz. Salzburg, sehr ausführliches Gesetz, an dem wir uns auch orientieren können. Der Wahnsinn von allem ist wieder einmal Niederösterreich. Das ist das Schmalste von allem. Es hat neun Paragrafen, gerade dass es irgendeine Art von Regelung gibt. Das ist der wilde Westen. Das ist echt der wilde Westen, das Glücksspieler. Das ist muss, wenn es die Novomatic selber schreiben würde, so ein Gesetz, was ich nicht glaube, dass sie gemacht haben, würde es exakt so ausschauen. So würde jemand von der Novomatic das schreiben, dort abgeben, so würde es machen. Was ich nicht glaube, wie das passiert ist, aber die haben sich sicher darüber gefreut, wie sie es gesehen haben. Neun kurze Paragrafen, im Wesentlichen steht, man braucht irgendeine Bewilligung und das mit Geldwäsche, das darf man nicht, Europäische Union und das war es dann im Großen und Ganzen. Strafbestimmungen, falls sie sehr grobe Sachen machen, müssen sie 4.000 Euro zahlen. Das war es dann schon. Wenn sie es zweimal machen oder dreimal oder zehnmal, müssen sie dann 4.000 Euro zahlen. Wird irgendwas zugesperrt? Natürlich nicht. Können sie anbieten, was wollen wir? Ja. Das ist Niederösterreich und das wünschen sich hoffentlich manche Leute auch für Wien. Wir machen es hier ganz anders und noch schärfer, noch schärfer, da brauchen wir allerdings Bundesregelungen, macht es Norwegen. Und da muss man sich mal anschauen, was kann man machen und was kann man nicht machen. Weil irgendjemand wird jetzt rauskommen und sagen, bei Online-Wetten kann man aber nichts machen, weil dann sind halt alle am Handy. Falsch. Falsch. Was macht Norwegen? Erstens haben sie gesagt, Kriminalität, gekaufte Politiker, der ganze Ding, alles war dabei dort. Sicherheit gefährdet. Ganz viele Jugendliche, die deswegen einbrennen, und, und, und. Mordsmäßig Kosten für den ganzen Staat. Der soziale Schaden und die tausenden Existenzen noch gar nicht berücksichtigt. Die haben alles verstaatlicht, das komplette Glücksspiel, alles. Natürlich sind die zum Europäischen Wirtschaftsgerichtshof gegangen und verloren die Konzerne dort, weil sie zwar nicht EU-Mitglied sind, aber über die Äfter die gleichen, also ähnliche oder fast gleiche Vereinbarungen haben. Alles verstaatlicht, damit dort in Zukunft, und das ist jetzt eh schon seit ein paar Jahren, nicht beworben wird, keines aggressives Bewerben. Kein einziges illegales Gerät, logisch, wenn sie es selber aufstellen, Jugendschutz 100% gewährleistet, Spielerinnenschutz, Selbstsperren, alles funktioniert. Gewinn ist auch natürlich viel, viel niedriger. Was machen sie mit den Gewinnen? Sie bauen Fußballplätze und Sportanlagen für Jugendliche. Das machen sie mit dem Geld. So wie man übrigens mal Totogeld in Österreich auch verwendet hat, bevor man die auch halbe Tausse gibt, mir wurscht. Die verwenden dieses Geld, was einnehmen, für die Jugendarbeit im Wesentlichen dort. Aber es ist natürlich, ja, da gibt es keinen privaten Anbieter mehr. Und was machen das bei Online? Weil man sagt, da kann man nichts machen. Kreditkartenanbieter und andere, die Bankkonto führen, dürfen nicht, wenn einer in Norwegen spielen würde, bei irgendeinem englischen Namen, kein Geld transferieren. Geldsperre. Du kannst, wenn du dort wohnst, tatsächlich, das gibt es schon, ist alles schon, und schon wieder durch durch die ganzen Gerichtshöfe, wo wir natürlich niedergeklagt worden sind. Norsk Dipping und Norsk Riksdoto, das wird wohl Reichstoto heißen, die zwei sind dort das Monopol, die organisieren das, und was haben sie jetzt? Weniger Kriminalität wegen Glücksspiel. Weniger Spielsüchtig. Nicht null. Null, wie bei allen anderen Sachen, die man regelt. Aber viel weniger Probleme, als sie vorher hatten. Das Geld fließt nicht mehr bei einem Konzern in die Taschen, der damit tut, was er will, sondern sie behalten es und machen damit schlaue Jugend- und Sportarbeit. So kann man es auch regeln. Dafür braucht es allerdings Bundesgesetze. Bevor wir in Österreich alles verstaatlichen werden, wird, glaube ich, ist angesichts der Macht und der Verknüpfung mit allen möglichen zu befürchten, dass man fast eher dieses Niederösterreichische, diesen wilden Westen überall hochzieht. Das wollen wir nicht. Das ist ein weiterer Schritt für eine klare Regelung, was soll in Wien erlaubt sein und was nicht. Mit schärferen Regeln wie vorher. Stimmt. Ziel 1 immer Jugendschutz, 100-prozentiger Jugendschutz. Kontrolliert das. Nicht immer nur davon reden, es wird immer davon geredet, er funktioniert nicht. Spielerinnenschutz, Spielerschutz. Wenn sich jemand sperrt, muss das funktionieren. Ich kenne nur Leute, bei denen es nicht funktioniert. dementsprechend sind ja die Rückzahlungen, das muss ja auch nicht jeder wissen, da und jede, aber die Zahlen, wenn einer kommt und sagt, ich will mein Geld zurück, des Öfteren, da gibt es einen Waldviertler Anwalt, der sich auf das spezialisiert hat, der darf jedes Verfahren gewonnen untersuchen, jedes, jeder, der zu ihm kommt und sein Geld verzockt hat, bei illegalen Automaten gewinnt. Immer sechsstellige Beträge, 100.000, 200 und mehr, sind schon Millionen geflossen, werden wohl noch mehrere Millionen fließen. Geltende Rechtsprechung, Oberster Gerichtshof, da gibt es nichts mehr drüber in Österreich. Diese scharfen Regeln, die wir machen, sind eine Selbstverständlichkeit, für die alle sein müssen und diejenigen, die da sagen, ich bin für Jugendschutz, aber ich bin dagegen, dass man das verschärft, sorry, da gilt die erste Hälfte vom Satz nicht, das heißt, ein Lobbyist von Novomatic oder ein anderer hat mir erklärt, warum ich das sagen soll und das machen wir. Das ist schlechtes Business, insgesamt bin ich für den norwegischen Weg, überhaupt keine Frage, das gehört komplett außergenommen, es funktioniert nicht in privaten Händen, sorry, also macht man es anders und das Geld, das man damit verdient, ist dann viel weniger ist, logisch, weil man nicht so viel Schaden anrichten will, besser gar keinen, das Geld, das wir einnehmen, verwenden wir für soziale, schlaue Zwecke und bauen Sportanlagen für junge Leute, die schlauerweise besser Fußball und, ich weiß nicht, Volleyball und was anderes spielen, als wir in diesen Automatenlokalen herumhängen. Dieses Wettengesetz heute ist ein großer Fortschritt, ich hoffe auf eine breite Mehrheit. Vielen Dank. Herr Abgeordneter Händler hat sich aus gesundheitlichen Gründen ab 13.40 Uhr entschuldigt. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Ingenieur Guckenpichler. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Landesrätin, seit Jahren reden wir über Glücksspiel und wir reden darüber, dass es wirklich ein Problem ist und dass es eine Sucht ist und dass es wirklich eine problematische Situation und begonnen hat, dass mit dem Verbot des kleinen Glücksspiels, wo gesagt wurde, hier an diesem Ort von den Vertretern der SPÖ und der Grünen, dass es ganz wichtig ist, die Spielautomaten in Wien zu verbieten und man hat eh eine Vereinbarung, eine Vereinbarung mit der Geschäftsführung, glaube ich, der Casinos Austria, dass keine VLT-Geräte, wo es ja 5.000 Lizenzen in Österreich gibt, in Wien aufgestellt werden. Nun ist es der Fall, dass, glaube ich, seit 1. Februar oder 1. März eben diese Geräte aufgestellt werden. Die dürfen sich nämlich gar nicht so vereinbaren, weil das ist eine Aktiengesellschaft. Da sind die Vorstände verpflichtet, Gewinne zu erwirtschaften und das wäre gegen ihr eigenes Geschäftsinteresse. Das heißt, diese Vereinbarung war ganz klar von Anfang an, dass die nicht halten wird und die auch nicht umgesetzt werden kann. Wir haben jetzt die Problematik und ich bin schon einer, der sagt, ja, Jugendschutz gehört gefördert, gehört forciert und das gerne auch diese Menschen, die aus dem jugendlichen Alter heraus sind und dieser Sucht erlegen sind, geschützt, so gut es möglich ist. Aber dann brauche ich eine Systematik, wo ich sie auch effektiv schützen kann. Und das, was wir jetzt momentan machen mit dem Verbot des kleinen Glücksspiels, gutes Beispiel, VLT-Apparate haben wir da, es wird weiter glücklich gespielt, es werden weiter mit Spielautomaten gespielt, es wird weiter auch diese Existenzen zerstört und belastet. Und der Kollege Ellenson hat es auch angesprochen, dass es eine Abwanderung, und ich finde es schön, dass es endlich einmal zugeben wird, in den Internetbereich gibt. Dort gibt es keinen Jugendschutz. Dort gibt es keine Spielbegrenzungen von der Spielbaresumme her. Dort gibt es statistisch, wie wir es in Wien erleben dürfen, Steigerungen vom Internet-Glücksspiel und auch im Wettbereich. Das heißt, wir haben in Wahrheit eine Sucht, die vorhanden ist, nicht bekämpft, sondern haben sie in die Illegalität verdrängt. Und um das auch ein bisschen zu untermauern, weil der Kollege Ellenson ja gesprochen hat von Terminen mit Lobbyisten. Und ich habe keinen gehabt, ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich habe auch die Medien in den letzten Wochen verfolgt. Die Frau Stadträtin glaubt man es nicht, es gibt wirklich anständige Politik in der Stadt, auch wenn Sie sich das in Ihrer Fraktion nicht vorstellen können, es ist einfach so. Ich habe in den Medien schon was gelesen von einem Lobbyisten und da steht drinnen, Glücksspiel sei ein gesellschaftlicher Faktor, auch Spielsucht, die man ignorieren könne, deswegen könne man sie aber nicht wegverbieten. Und das ist eine Lobbyistin namens Eva Glavischny, ich erfahrein bin von Ihnen, glaube ich auch, und vom Herrn Ellenson. Das ist der einzige Lobbyist, von dem ich gelesen habe in den letzten Wochen. Und genau dieser Lobbyistin, ist eine Lobbyistin, ja, ist eine Lobbyistin, arbeitet bei Novomatic, das ist genau das Unternehmen, was der Herr Ellenson jetzt gerade kritisiert hat. Mit Admiral inklusive. Ich glaube, dass diese Novelle das jetzt machen und Sie reden sich ein bisschen auf auf die Geldwäscherichtlinie. Ja, 2016 als erster Gesetz, heute die vierte Variante von der ganzen Geschichte, ist einfach schlicht und ergreifend Ablenkungsmanöver. Ein Ablenkungsmanöver davon, dass Ihr ehemalige grüne Parteivorsitzende Lobbyistin war, denn das Bonobo Matrik. Damit wollen Sie irgendwie sagen, naja, wir sind eigentlich eh dagegen und Moral in der Politik ist uns zwar nicht so viel wichtig und es hat Ihnen medial einfach nicht besonders gut getan. Und deswegen haben wir jetzt einen Initiativantrag da, Ihnen geht es nicht um Jugendschutz, Ihnen geht es nicht um Spielerschutz, Sie wollen einfach eine politische Ablenkung betreiben, die Sie hier in Ihrer Art und Weise mit diesem Initiativantrag machen. Weil wenn Sie es wirklich ernsthaft betreiben würden, dann hätten Sie eine Gesetzesvorlage gemacht, aber nicht in diesem Initiativantrag, nicht ident. Dann hätten Sie nicht innerhalb von zwei Wochen einen Antrag ausgekaut, dann hätten Sie nicht heute in der Früh in einem Umweltausschuss um 8.15 Uhr diesen Antrag auf die Tagesordnung setzen lassen. Das ist keine seriöse Gesetzgebung. Das ist nicht seriös. Am gleichen Tag einen Ausschuss zu produzieren, Sie hätten ja Sie hätten ja im Jena die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel in den Umweltausschuss die Vorlage reinzugeben, aber den Umweltausschuss im Jena haben Sie abgesagt. Da haben Sie keine Themen gehabt. Deswegen haben Sie heute einen Sonderausschuss gebraucht um 8.15 Uhr 45 Minuten vor der Landtagssitzung. Das ist Ihre Art, wie Sie Gesetze machen. Und wenn man Wenn man sich so ein bisschen den heutigen Tag so anschaut, wie er gelaufen ist und wie die Auslegung von Gesetzen und Stadtverfassungen von sozialistischer Seite auch gelebt wird. Wir hatten ja den letzten zwei Tagesordnungspunkten relativ viel Eklat, weil einfach sehr extensiv ausgelegt wird. Ich darf Ihnen einen kurzen Satz vorlesen aus diesem Gesetz. Auflagen und Bedingungen und Ansehen der darin ausgeübten Tätigkeit. Keine Gefahr für Leben und die Gesundheit von Menschen und für die Umwelt. Insbesondere Boden, Wasser, Klima, Luft und keine Gefährdung und unzumutbare Belästigung der Umgebung. Das sind die Kriterien, die die Betriebsstätten betreffen. Muss ich schon sagen, ist eine sehr breite Möglichkeit, das auszulegen. Und wenn man die Frau Stadträtin kennt und die kennt sie seit acht Jahren in dieser Arbeit, nützt sie jede Möglichkeit der Auslegung. Und es hat ja keine Stadträtin gegeben, die so viel prozessiert hat wie Sie. Sie gewonnen haben. Nicht nur gewonnen. Ihre Arbeitnehmerprozesse bei MR-48 haben sie alle verloren. Meines Wissens haben sie auch gegen die Umweltberater verloren, die es dann einstellen haben müssen, weil es dort illegale Kettenverträge gegeben hat. Frau Stadträtin, so ist es nicht. Und wenn man sie kennt und ihre Amtsführung kennt, ist es meiner Meinung nach schon wichtig, dass man Gesetze präzise macht. Dass es keine Interpretationsspielräume gibt und dass der Jugendschutz am Ende des Tages wirklich gewährleistet ist. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Wie gesagt, von Anfang an, leider Gottes, ein verpfuschtes Gesetz. Seit 2016 in der vierten Auflage ein Kollege Ellenshorn würde wünschen, dass er sich in Zukunft wirklich um Jugendschutz kümmert, um Kinderschutz kümmert, dass er eine Möglichkeit findet, nicht die Spieler in diesem Bereich zu vertreiben, nämlich in den Internetbereich, wo kein Jugendschutz und Spielerschutz gelebt wird. Und ich würde Ihnen auch wünschen, dass er in Zukunft einfach Gesetze machen kann, die auf vernünftiger Basis sind und kein Ablenkungsmanöver sind, weil es eine ehemalige, weil es eine ehemalige Parteiabfrau, Lobbyistin, genau bei diesem Unternehmen geworden ist. Ich würde mir auch wünschen, dass Sie weniger über die Bundesregierung reden, das habe ich nämlich auch gehört, relativ oft, und über den Nationalrat, weil über was redet der Kollege Ellenshorn am liebsten? Über Kärnten und über den Nationalrat. Und da gibt es den immer. Und deswegen müssen wir uns hier anhören. Herr Ellenshorn, bitte machen Sie seriöse Politik, wir können diesen Antrag nicht zustimmen. Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Wallendin. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zu Beginn ein bisschen allgemein über die Situation sprechen, die sich in Wien, aber auch in Österreich uns darstellt. Es gibt wohl kaum eine Branche, meine Damen und Herren, wo so viel Geld, unermessliches Geld, für Öffentlichkeitsarbeit und für das Gebiet des Public Affairs zur Verfügung steht, wie bei der Wettindustrie. Und wenn der Kollege Kuckenbichler derjenige ist, der der einzige ist, den kein Lobbyist angesprochen hat, dann darf ich Ihnen sagen, wenn im Vorfeld zu einer Veränderung des Wettgesetzes bin ich immer wieder erstaunt, wir alle, sehr unvermutet, teilweise Persönlichkeiten, die man nie mit dem Wettgesetz in Verbindung gebracht hätte und mit den Wetten mich plötzlich ansprechen. Menschen, Menschen, die sagen, möchtest du verhindern, dass kleine Fußballvereine Geld bekommen, Menschen, die sagen, möchtest du verhindern, dass die oder jene sinnvolle Kulturinitiative kein Geld mehr bekommt, Menschen, die sagen, da gibt es Vereine, die sich um Gesundheit kümmern, möchtest du haben, dass die kein Geld mehr bekommen, denn das, was er da macht, das schränkt die Niederlassungsfreiheit, die Chance, Geld zu machen, mit Wetten ein. Und da stellt sich die Frage, wie viele Wetten braucht eine Gesellschaft? Wie viele Wetten haben wir früher gehabt? Und ein paar Damen und Herren, auch der FPÖ sind in meinem Alter, als es noch kein Internetwetten gegeben hat, als die Wette sicher auf einen Totoschein, auf das Wetten vielleicht in der Kriau und einige wenige Punkte reduziert hat. Und diese Gesellschaft, meine Damen und Herren, und das Suchtpotenzial hat auch dort Befriedigung gefunden. Und wenn ich mir die Damen und Herren ansehe, die hier sitzen, dann sind sie sicherlich alle nicht diejenigen, die von einem Gesetz beschützt werden müssen. Sie kommen selten in die Versuchung, dass sie das Geld, das für morgen für die Kinder reserviert worden wäre, dass sie das am Abend oder frühen Nachmittag in einem düsteren Hinterzimmer, wo sie nie hineingehen würden, in einer Atmosphäre, wo sie sich ganz sicherlich nicht wohlfühlen, verzockt werden und am nächsten Tag eine Familie ohne Geld darstellt. Sie gehen und da sind sie auch nicht diejenigen, die das Geld nehmen müssen. Sie werden vielleicht nach einem netten Abendessen ins Casino gehen, dort noch ein Gläschen trinken und vielleicht das eine oder andere Spielwagen. Sie müssen nicht beschützt werden vor Illegalen. Sie sind es nicht. Es sind die, meine Damen und Herren, und dort, meine Damen und Herren, wo schmutziges Geld gemacht wird. Wo im Gegensatz zu dem, was ich vorhin geschahen habe, nicht einige wenige, so wie Sie, hin und wieder einem Vergnügen nachgehen, sondern wo den ganz, den Ärmsten der Armen, unter faulen Bedingungen, das letzte Geld aus der Tasche gezogen wird, das dann am nächsten Tag für die Familie fehlt. Und nicht zuletzt, und der Kollege Ellenson hat darauf hingewiesen, wenn du ein Programm dir eingibst, auf Selektion von Zeitungsartikeln, nicht nur im Boulevard, und Raubüberfall, Bedrohung, Bedrohung unter Spiel- und Wettbüros eingibst, dann wirst du jeden Tag, aber auch wirklich jeden Tag, genügend Meldungen finden, dass im Zuge und im Rahmen von gerade diesen wettlokalen Straftaten gesetzt werden. Und da geht es gar nicht darum, dass wir das verbieten wollen, was legal ist. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Und ich lade Sie ein, ich lade Sie ein, wenn Sie wollen, können wir Sie auch heute gemeinsam ausprobieren, die, die wollen. Es gibt in dieser Stadt, und nicht nur in dieser Stadt, Lokale, da steht drauf, Sportwettung und eine Firmenbezeichnung. Ich nenne die Firma jetzt nicht. Und wenn Sie dann hineingehen, in die Behörde hineingeht, und die kontrollieren will, steht einer dort und sagt, ihr könnt uns nicht kontrollieren, weil nach dem Wettgesetz nehmen wir keine Wetten an. Wenn Sie reingehen und sagen, ich möchte wetten, wird Ihnen der junge Mann an der Theke oder wer auch immer eine Karte in die Hand geben, da ist ein User Name drauf und ein Code Wort drauf und da wird man Sie fragen, was wollen Sie wetten? Dann werden Sie einen Betrag sagen, 100, 200, 300, 400, nach oben offen. Sie werden dieser Nennung die Scheine über die Decke schieben und dann zufälligerweise ein Tablet in die Hand bekommen. Dann werden Sie sich hinsetzen und werden auf dem Schirm eine Sportveranstaltung sehen. Auf Fußballspielen, auf Pferderinnen, was auch immer. Dann werden Sie mit Ihrem User und mit einem Code Wort das Tablet hochfahren und dann werden Sie sich wundern. Der Betrag, den Sie gesagt haben und den Sie vorher in Cash über die Decke geschoben, ist wie Teufelshand plötzlich als das Spielkonto drauf. Und dann können Sie wetten, was Sie wollen, was Gott und der Gesetzgeber verboten hat. Und dann können wir die nicht einmal kontrollieren, nicht einmal verbieten, weil im Wettgesetz steht drin, im Wettgesetz steht drin, entweder wenn ich selber Wette annehme oder wenn ich zwischen dem Wettenden und demjenigen, der die Wette anbietet, den Kontakt mache, führe ich das Gewerbe aus. Und das ist in dem Fall nicht gegeben. Das heißt, wir müssen, und das ist auch die Begründung, jetzt einmal, wenn Sie uns vorwerfen, ja, dieses Wettgesetz ist schon häufig novelliert worden. Ja, und ich verspreche Ihnen, wir werden es wahrscheinlich noch häufiger nominieren, weil wir nicht nachkommen, die kriminelle Energie dieser Branche, das Gesetz zum Gehen zu stoppen. Und es ist unsere Aufgabe, wenn wir verdammt noch einmal sehen, das Gesetz funktioniert nicht, weil wir eine Kamerilla von Anwälten und von Spieltechnikern haben, dass die Demomente, da ist das doch nicht einmal ausgedruckt, dass ich nicht mehr noch in der Rechtskraft habe, haben wir schon Umgebungsstrategien im Beto, wie Sie es zukünftig machen werden. Und wir werden immerhin nachhören, und es hat vieles für Sie zu überlegen, wer soll wirklich den Rehbach aus Wetten in einer Gesellschaft ziehen. Weil wir erleben jetzt, was Sie uns vorwerfen, wir sind, und Sie sagen, wir machen so schlechte Gesetze, Tatsache ist, dass die Tatbestände, die Umgehungstatbestände, die heute schon in den Schubladen liegen, wir nicht kennen und wir auch nicht kennen können, weil wir einfach auch gegen diese Armada, und da ist wahnsinnig viel Geld, schmutziges Geld drin. Und um das geht es, meine Damen und Herren. Es geht darum, dass wir einmal mehr sagen wollen, dass wir denen, denen wir am Vormittag des Tages mit Sozialmaßnahmen, mit Mindest, was auch immer helfen, dass wir nicht erleben wollen, dass genau denselben Leuten am Nachmittag durch semi-legale Typen das Geld wieder aus der Tasche gezogen wird. Und da gibt es Leute, die tatsächlich glauben, dass sie dort die letzten 1.000 Euro verzockend ihre Zukunft sichern. Sie müssen wissen, dass die Kontrollen, die die 36er durchführt, gemeinsam mit der Finanzpolizei, oftmals nur möglich sind, wenn vorher Sonderkommande aus der Polizei hineingehen, weil es gibt Lokale, da sind wir uns nicht sicher, ob nicht Tränengasbromben und ähnliches auf uns warten, wenn wir die Kontrolle durchführen. Diese Lokale werden mafiös, von fern mit Kameras überwacht, teilweise von fern der Zugang geöffnet oder geschlossen. Und vieles andere mehr, die kriminelle Energie in dieser Branche, bei den Illegalen, ist grenzenlos. Und wenn Sie uns sagen, die Branche, und da müssen wir auch was blablabla, die Branche verurteilt das, was wir da schreiben, also wenn man zwischen den Legalen, mit denen wir auch genug Diskussionen haben, der Branche, und wo man auch mal diskutieren kann, und auch zu Wege kommen, wie viel Legales ist da auch noch drin, wieder Lotterietermis, nicht Absprache mit Land und so weiter, und denen, die noch viel, viel mehr Gaga sind, als die Legalen, dann sage ich Ihnen, dass die Legalen in der Branche sagen, wir tun Recht daran, weil die sind selber nicht glücklich mit dem, was wir da jetzt mit den Branchen teilnehmen, die wir derzeit nicht haben. Und wir bekämpfen Illegalen, meine Damen und Herren, und wenn man dieses Gesetz nicht zustimmt, kann ich Ihnen nicht ersparen zu sagen, dann haben Sie den Illegalen ein Schrittchen geholfen, weil in Wirklichkeit es die sind, die sich schon heute an nicht einmal den Funken eines Gesetzes halten, nicht einmal den Funken eines Gesetzes. Und meine Damen und Herren, ich bitte Sie noch einmal, weil dann merkwürdige Formulierungen, merkwürdige Argumente auch kommen, die ich kenne von den Lobbyisten, die bei mir anklopfen. Wenn jemand sagt, die drei Jahre, ich nehme einige weniger raus, Frau Olischer, und ich schaue jetzt Sie an, wenn Sie sagen, die drei Jahre, die drei Jahre sind zu kurz gegriffen, wegen der Investitionen, dann lade ich Sie gerne ein, gehen Sie einmal in diese Spelunke, jeder Gastgarten, jeder Schanigarten, den wir auf ein Jahr bewilligen, hat mehr Investment gekostet, als das, was Sie dort vorfinden werden. Das ist das Billigste, vom Billigsten, wie das Ramschig, weil Sie wissen, dass es morgen geschlossen werden kann, weil Sie teilweise illegal sind. Also das Argument, das sind die großen Investitionen, bitte ansehen, bevor man das sagt. Und meine Damen und Herren, wenn man sagt, die Strafen sind zu hart, weil zweimal rechtskräftig verurteilt, bestraft, zieht nach Sicht, dass man den Gewerbeschein verliert. Ja, was heißt denn das, rechtskräftig? Rechtskräftige Strafe heißt, dass ich den Instanzenweg ja gehabt habe. Rechtskräftig wirst du ja nur dann verurteilt, wenn es zu Recht verurteilt wird. Dann wirst du angehört. Und wenn du zweimal wesentlich wirklich gegen alles verstoßt hast, dann sagt man, du hast nicht die Möglichkeit mehr. Und dann sage ich Ihnen auch, die Branche lauft in Wirklichkeit über diese Maßnahme, weil ich brauche bloß den Geschäftsführer auszuwechseln und werden neuen hinsetzen und ich mache mir das Spiel weiter. Das heißt, in Wirklichkeit siehst du, unsere Rechtssysteme mit sowieso sehr zaghaften Mitteln unterwegs, weil die, die uns gegenüber sitzen, sind keine Fairplayer in einem Rechtssystem. Das ist nicht derjenige, mit dem sie einen Kontrakt schließen wegen einer Wohnungseinrichtung. Das ist eine Branche, die anders tickt in diesem Bereich, wo sie illegal unterwegs ist. Und dem macht auch nichts aus, wenn wir dann den Geschäftsführer als nicht mehr konzessionswürdiger achten, weil im nächsten Tag sitzt ein anderer dort und macht dann genau das gräzige Geschäft weiter. Deshalb, mein dringender Appell, unterstützen Sie uns, um die zu bewahren gegen faule Tricks, linke Tricks, gegen Illegalität, die es wirklich notwendig ist. Und jetzt das Letzte, weil es wirklich so skurril ist. Zu sagen, weil wir die Kriterien von der Betriebsstätte definiert haben, was zu einem Wettbüro dazugehört und da auch das Übertragen einer Sportveranstaltung dazugehört, weil du musst ja auf irgendwas wetten können, zu sagen, desto sind die Public Viewings verboten. Es gibt eine Person, die das in der Wirtschaftskammer gesagt hat. Und das ist der Herr Topczak. Den Herr Topczak verkönne ich Ihnen, wenn Sie mit dem unterwegs sind. Den verkönne ich Ihnen wirklich, weil der Herr Topczak ist einschlägig, bekannt durch klare Analysen der Wirtschaftssituation. Der Herr Topczak hat beispielsweise aufgerufen, wenn die Zahndalm, als Wirtschaftskammer funktioniert in Wien, wenn die Zahndalm zu Theia sahen in Wien, fahren Sie nach Ungarn, da kriegst du die Cent um ein Drittel des Preises, die ein Ratschlag eines Wirtschaftskammer funktioniert, der Ihnen die Expertise legt. Würden Sie sich, Frau Olischa, von so einem Fachmann beraten lassen? Scheinbar ja. Sie müssen es mir nicht jetzt sagen. Aber überlegen Sie sich bitte bei der nächsten Debatte über Maßnahmen gegen Illegalität beim Glücksspiel, ob das wirklich Ihre Fachleute sind oder nicht, meine Damen und Herren. In dem Fall ohne polemischen Untergriff meinerseits, zu dem ich eh sehr selten fähig bin. Wirklich ernstmeinend als Anliegen für manche, meine Damen und Herren, steht das größte christliche Fest des Jahres vor der Tür. Für diejenigen, die das auch ein Leitbild in der Politik sind, überlegen Sie sich auch in diesem Fall mit Ihrem Gewissen, was Sie mit denen tun, wenn Sie das Gesetz ablehnen, die dann noch mehr in den Händen derer sind, die Sie ausnehmen, die ungesetzliche Rahmenbedingungen anbieten, vermeintliche Hoffnungen streuen, auf die, die dann hereinfallen. Denken Sie daran, schärfen Sie Ihr soziales Gewissen und stimmen Sie für diese Novelle. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, die Verhandlung ist geschlossen, die Frau Berichter Stadtrenner hat das Schlusswort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte kurz auf die Debattenbeiträge auch eingehen. Aus meiner Sicht dient diese Novelle neben der Umsetzung der Geldwäscherichtlinie vor allem dazu, den illegalen Wettlokalen in dieser Stadt noch effektiver den Kampf anzusagen. Ich sehe es schon als meine zentrale Aufgabe als zuständige Stadträtin, die vollziehenden Behörden auch wirklich tatkräftig bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Und wir haben das ja auch schon in vergangenen Novellen gemacht. Ich erinnere Sie daran, dass wir unter anderem die Möglichkeit geschaffen haben, einer sofortigen Schließung eines Lokales und wenn ich sofort meine sage, dann meine ich auch wirklich eine sofortige Schließung und eine sofortigen Beschlagnahmen von illegalen Wettautomaten. Ich möchte auch wirklich die Gelegenheit nutzen und mich sehr, sehr herzlich bei allen, die hier seit über drei Jahren jedes Monat mehrere Razzien durchführen, die wirklich sehr aktiv sind, von dieser Stelle aus zu bedanken. Das ist die MA 36, das Büro für Sofortmaßnahmen, die Polizei, die Finanzpolizei, das Marktservice, der Exekutionsdienst der Stadt Wien. Also wirklich vielen, vielen Dank an alle, die sich hier so massiv beteiligen. Applaus Ich kann Ihnen sagen, das ist keine sehr lustige Aufgabe, die man hier teilweise vollbringen muss, aber die Beamten und Beamtinnen sind hier wirklich sehr, sehr vorbildlich unterwegs und allein die Bilanz, die wir ziehen können nach nicht einmal drei Jahren, drei Jahren wären sie im Sommer, die spricht doch eine deutliche Sprache. Wir haben über 500 Automaten, illegal aufgestellte Wetterautomaten mittlerweile schon beschlagnahmt. Das heißt, egal wo wir hingehen, wir finden illegale Automaten. Das ist doch an sich schon, finde ich, eine bemerkenswerte Zahl, die darauf hindeutet, dass das ein Bereich ist, wo wir auch als Gesetzgeber schon noch massiven Handlungsbedarf haben. Und wir haben bei jedem dieser beschlagnahmten Automaten oder fast bei jedem, haben wir es zu tun mit einem Verfahren, das wirklich bis zum Höchstgericht geht. Das ist eine Branche, wo es erstens offensichtlich um sehr, sehr viel Geld geht, die sehr, sehr gut anwaltlich vertreten ist, die natürlich auch versucht, hier Druck aufzubauen. Das sieht man ja auch an den Wortmeldungen, muss ich sagen, heute der Opposition, beziehungsweise das eine oder andere Märchen zu verkaufen, was wir hier nicht angeblich irgendwie vorhätten, dass ich wirklich zurückreisen muss. Die rot-grüne Landesregierung hat aus gutem Grund der illegalen Wettbranche den Kampf angesagt und wir werden uns da auch nicht abbringen lassen, sondern diesen Weg weiter sehr, sehr konsequent beschreiten. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall versprechen. Frau Ollischer, wenn ich Ihnen zuhöre, kann ich nur sagen, ich glaube, Sie waren noch nie in einem solchen Wettlokal. Ich lade Sie ein, schauen Sie sich das einmal vor Ort an. Ich kann Ihnen nur sagen, was wir bei den Razzien dort finden, das ist für mich erschreckend und das ist nichts, was ich in dieser Stadt haben will. Und deswegen, ehrlich gesagt, tue ich mir schwer zu verstehen, Ihre, entschuldigen Sie, aber mehr als fadenscheinigen Begründungen, warum Sie da heute nicht mitgehen, warum Sie bei keiner der vorangegangenen Novellen mitgegangen sind. Wir haben wirklich immer, wir haben uns immer wirklich sehr bemüht, hier auch mit der Opposition Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, wir haben gute Gründe hier auf den Tisch gelegt, warum es hier auch zu Verschärfungen kommt. Wenn Sie nämlich bei den Razzien dort unterwegs sind, was finden wir dort? Wir finden, neben den illegalen Wetterautomaten, die ich schon erwähnt habe, es werden dort gefunden, Waffen, Drogen, Verstöße gegen das Schwarzarbeitergesetz oder gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz. Das sind also nicht gerade Horte der Gesetzestreue, die wir hier auffinden und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, solche Orte will ich auch in Wien nicht haben und das sehe ich als meine zentrale Aufgabe, als verantwortliche Stadtrittin, hier streng dagegen vorzugehen und den Behörden die entsprechenden scharfen Instrumente in die Hand zu geben, hier auch wirklich wirkungsvoll dagegen vorzugehen. Warum Sie da jedes Mal dagegen stimmen, ehrlich gesagt, soll sich jetzt selber jeder eine Meinung darüber bilden, aber ich finde, das spricht schon eine sehr, sehr eindeutige Sprache. Jetzt noch zu diesem absurden Argument, dass wir Public Viewings verbieten wollen. Ich bin Berichterstatterin und ich erstatte jetzt Berichte über das, was wir in diesem Gesetz vorhaben. Wenn es Ihnen nicht passt, dann müssen Sie mir ja nicht zuhören, aber ich weiß, es tut Ihnen wirklich weh, aber ich rede jetzt gerade über Vorwürfe, die in der Vordebatte gekommen sind. Entweder Sie wollen jetzt, dass ich darauf eingehe oder Sie wollen, dass ich irgendeinen fixen Text verlese. Also, es ist, meine Herren, tun Sie denn nicht so aufregen, ich habe hier keine beleidigenden oder irgendwie andere untergriffigen Sachen gesagt, sondern ich versuche, ich versuche hier auf die Diskussion einzugehen, Ihnen unsere Beweggründe näher zu bringen und auf die Vorwürfe, die in der offentlichen Debatte gefallen sind, einzugehen. Aber wenn Ihnen das nicht passt, dann werde ich das jetzt trotzdem weiter fortsetzen. Es ist das Argument gekommen, dass wir mit diesem Gesetz Public Viewings verbieten wollen. Also, das kann ich wirklich in keinster Weise nachvollziehen. erstens einmal, glauben Sie wirklich, dass diese beiden Fraktionen gewillt werden, Public Viewings in dieser Stadt zu verbieten? Also, ich glaube, die Antwort ist eine sehr einfache. Nein, das ist natürlich nie und niemals der Beweggrund gewesen, sondern das, was wir bei den Razzien und was die Behörden bei den Razzien in den letzten Monaten festgestellt haben, ist, dass wir zunehmend auf Lokale treffen. Da steht Wettlokal drauf, es werden dort Wetten angeboten, es gibt einen Wettschalter, man kann eine Wettkundenkarte lösen und dann kann man online wetten. Ehrlich gesagt, wiederholungssichert den Lernertrag, habe ich immer gelernt, von Pädagoginnen und aus diesem Grund werden Sie sich das jetzt leider noch einmal anhören müssen. Die Frau Stadträtin ist am Wort und sie erstattet Bericht, bitte aufmerksam und etwas leiser zu sein. Ich verstehe ja, dass die Debatte zum vorherigen Tagesordnungspunkt sich offensichtlich alle sehr erregt hat, aber ich versuche jetzt zu einem Gesetz, das wir heute debattiert haben, Bericht zu erstatten. Ich sehe da ehrlich gesagt nichts wahnsinnig verwerfliches drin, weil ich ansonsten über kein Thema bisher geredet habe. Ich kann auf jeden Fall feststellen, dass das Thema Public Vue in diesem Gesetz nicht behandelt wird, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, hier eine weitere Lücke zu schließen, die es den Behörden erlaubt, gegen illegale Wettlokale weiter sehr effizient vorzugehen und ich bin froh, dass es uns möglich ist, Ihnen auch hier weitere Instrumente in die Hand zu geben. Zum Kollegen Guggenbücher würde ich gerne noch sagen, Sie haben kurz vorher auch von den VLDs geredet und dass es uns nicht möglich ist, trotz der Garantie der Casinos da etwas zu unternehmen. Ich glaube, das Erfreuliche ist ja, dass Ihre Fraktion, dass Ihre Fraktion ja jetzt im Parlament, in der Regierung ist. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, dem Antrag, den wir hier letztes Mal eingebracht haben, im Gemeinderat entgegenzukommen, nämlich, dass die Länder künftig ein Mitspracherecht darüber bekommen, ob Glücksspiel in den Ländern ausgespielt werden darf oder nicht. Und zum ganzen Thema, zum ganzen Thema der Internetwetten würde ich Ihnen auch noch gerne mitteilen, dass das Finanzministerium gerade dabei ist, hier einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten. Das heißt, auch dieser Bereich der Internetwetten soll künftig geregelt werden. Das finde ich wirklich einen guten und wichtigen Schritt, weil es eine wichtige Ergänzung für uns ist, dass es hier nicht immer wieder zu irgendwelchen Ausweichdatbeständen kommt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe es letztes Mal gesagt, ich möchte es auch hier von dieser Stelle noch einmal sagen. Wenn es notwendig sein sollte, dann machen wir noch weitere Novellen zu diesem Wettengesetz, wenn es eben dazu dient, weitere Lücken, die gefunden werden, von den Behörden zu schließen. Dazu stehe ich, dafür stehe ich und das erwarten sich auch die Menschen in der Stadt. Die Menschen in Wien wollen nämlich nicht in den Einkaufsstraßen nur mehr Wettlokale und Glücksspiellokale haben, sondern die wollen Einkaufsstraßen haben, die diesen Namen auch verdienen und wo man auch noch einkaufen kann. Und ich werde als zuständige Stadträtin, auch wenn es der Opposition nicht passt, alles dazu unternehmen, dass es so ist. Herzlichen Dank. Danke. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Gesetzesvorlage und ich darf die Mitglieder des Landtages, die der Vorlage einschließlich Titel und Eingang zustimmen wollen, bitten, die Hand zu heben. Danke, das ist mit Stimmen der SPÖ und Grünen mehrstimmig so beschlossen. Das Gesetz ist somit in erster Lesung angenommen. Ich schlage vor, die zweite Lesung dieser Gesetzesvorlage sofort vornehmen zu lassen und darf bitten, jene Mitglieder des Landtages, die diesem meinem Vorschlag ihre Zustimmung erteilen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Das ist einstimmig. Das Gesetz ist somit für die zweite Lesung zugestimmt und ich bitte daher jene Mitglieder des Landtages, die dem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Das ist mit Stimmen der SPÖ und Grünen mehrstimmig so angenommen. Bevor wir zum Ende vor dem Ostern kommen noch, darf ich noch für eine kurze Erklärung eine Präsidiale einrufen und sie wird aber nicht allzu lange dauern. So, die Präsidiale hat getagt. Es betrifft noch eine Regelung, die zu treffen ist. Wir haben uns committet, dass die beiden Fraktionen, die vorhin ausgezogen sind oder die drei Fraktionen nochmals ausziehen. Es geht darum, dass die zweite Lesung noch abgestimmt werden muss. Ich wünsche auf jeden Fall jenen Abgeordneten, die jetzt den Saal verlassen, schöne Ostern. Ich darf bitten, jene Abgeordnete, die vorhin im Saal waren, im Saal zu bleiben. So, ich bitte, betrifft Post Nummer 5, ich bitte die Mitglieder des Landtages, die dem zweiten Gesetz, die das Gesetz in zweiter Lesung zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Hand. Danke, das ist einstimmig so beschlossen und damit ist auch dieses Gesetz in zweiter Lesung beschlossen. Damit ist die Tagesordnung der heutigen Sitzung erledigt. Die nächste Sitzung wird schriftlich eingeladen. Schöne Ostern!